Willkommen Guck mich an, Junge Sieht duck nicht baba aus Oh mein Gott Oh mein Gott Ne, bonzia, ich hab nur gar kein WoW gezuckt, ich hab keine Zeit, man Zeit ist Geld Guckt euch diesen hübschen Kerl an Und gebildet hat Lesebrillung Ja, hab ich auch, diesmal hab ich mich wirklich verändert Andushu, dankeschön für 100 Bits Billy Rocks, dankeschön für den Prime 12, denn Moin zurück Und Krabotke, dankeschön für den Reset 24 Und Robi, dankeschön für 10 Bits Wie lange ich dafür gebraucht habe? Nicht lange, 10 Minuten oder so Ich hab die Jacke durch Zufall gefunden Und dachte mir War doch nicht schlecht Ist gut, hat Schnurte gemacht Wo bin ich? Ja Sieht schon gut aus, ne? Ist mal ehrlich Ich bin richtiger Don Don Digimon Lohnt sich ja fast schon Onlyfans Accounts zu machen Für den Charakter Wer zum Teufel ist da, da hinten? Demba Ne, den Hut hab ich im Auto gelegt Und, hast du mein Hut repriert? Willkommen Was kann ich Ihnen bestellen? Kannst du mit Spilling Wheel Fangen aufs Fahrrad klatschen? Ich verkauf Autos Was für Autos hast du mal angebohlt? Weisen weg, nur noch das Aber das meins Also gar keins Dann verkaufst du keine Autos Wo ist dein Raupen-Outfit? Ähm Wir sind jetzt nicht mehr die Raupen Leugnest du die Raupen? Ähm Nein, auf keinen Fall, Herr OG Wir müssen ein bisschen undercover agieren Warum? Die Leute dürfen nicht von uns fahren Wir sind nämlich jetzt die Raupen-Mafia Und wir haben auch eine Villa-Raupe Eine Raupen-Villa Raupen-Villa? Mhm Du hast gesagt, ich soll mich rumziehen Ja, du musst dich ein bisschen hübsch anziehen Aber ich bin doch hübsch Ich hab Fleck Ja, aber wir wollen nur eine Fleck rum Du brauchst Lesebrille Und Hut Ich kann nicht lesen Ja, aber du brauchst eine Brille Und vielleicht eine Melone Okay Was ist das? Kann ich auch was haben? Was denn? Dein Parfüm Ich will auch mal nach Schwanz riechen Achso Ja, ich rieche ganz doll eine Schwanz, ne? Ja Oh Telefon Aber es ist irgendwie süß Moment Moment, ich muss ein Business-Gespräch füllen Hallo? Was macht ihr? Wir sind oben im Twelter Wir kommen gleich Alles klar, bis gleich Seit dem Tag? Ja, aber nur zu dritt hier Nee, nee, nee Alles gut Ich wollte nur wissen Weil mir langweilig ist Ja, wir kommen jetzt gleich Gut, tschüss Achso Bis gleich Achso Boah, hör auf damit Hä? Wo ist der Schiffke? Er ist, äh, los mit Biti Achso Und Mila ist auch grad losgefahren Oh Achso Ja, im Klamottenladen Welchen? Ja, jetzt hier da um die Ecke für Biti Okay, bis gleich Der kann was abgekrabbelt kaufen, aber wirklich Ja, klatsch bin ich voll Sag mal Komm Okay Du musst fahren Ja, ist ja auch mein Auto Ja Wieso ist das so zerbeult? Äh, boah Ich weiß, ich glaub Ich glaub, hier ist ein Reh gegen den Rand Aber immer kommen die Nein Wie nein? Ach, nix schon, okay Hier um die Ecke ist ein Klamottenladen Da gibt's die feinsten Seidenhemden Um die Ecke? Ja Nein, nix Hier wohnen wir Ja, aber wir müssen zum Klamottenladen Wo lang? Nach rechts Du hast gesagt, um die Ecke Ja, ist doch um die Ecke Guck, ich mach Navigation Boah, jetzt sollen wir wieder nach unten gehen Nein, nicht um den Fahr nicht Fahr gerade los Okay Links, links, links Der Mann Du hast gesagt gerade Aus, wohin denn jetzt? Ja, links jetzt, du Idiot Guck doch aufs Navigation Ja, jetzt sagt er mir System G Nein Rechts zur Links Ja Ich hab Bremspedal einbauen lassen Damit mir sonst dann vielleicht zwar nicht nochmal passiert War günstiger Urner Wir haben auch ein Kokonetti gekauft Kokonetti? Ja, hier links Ja, haben die gesagt Was sind die Autos, die ich verliehen habe? Mila Soldat Parken Oh, du bist ein Stück Scheiße, ne? Hallo? Ja, ich will eine Organisation aufbauen Mann! Du bist ein Oji, ne? Ja Ich bin ein Kapo Kapo her Tagsam Ich hab mich nochmal umgezogen Tagsam Aber ich bin jetzt Oh, guck Mila Im Kofferraum Ja, halt, das ist meine Sag, dass du mich geifeln hast Geil Kannst du dich auch bitte nicht anziehen, Mila Hartz IV? Schick Hä, aber ich bin eine Adventskerze Eigentlich wollte sie noch die Haare anzünden Mila, kannst du dich schick anziehen? Also cool Aber ich weiß nicht, was cool ist Was schick und cool? Das muss beides sein, Mila Also entweder ziehst du dich so ein wie die Gruppe Die Gruppierung oder du kriegst ein Blatt dort Welche Gruppierung? Na wir Ja, die Raupen-Klicke Raupen, Motherfucker Raupen Die schicken Raupen Also wir sind die schicken Raupen Raupen Wir sind in Seide gekleidet, die wir selbst gesponnen haben Ja, wir sind die Seinen Raupen Peruanisches Hühnerleder Boah, was ist denn schick? Kauquappenhüte Und schwankes Longus-Parfüm Und String Tanga Hat Schiff gehören Und stringt der Tanga Wallah, du hast dich verändert Hey, Mann Bumila, du kriegst das schon hin Jetzt stell dich mal nicht so an Warte mal erwachsen Genau Kann man endlich deinen Kremlz ausrehen Nee Ich nehm das, das ist frei Du bist der Boss, Alter Ich buche Goldkette Ich bin auch ganz schwarz Die Blattman Boah, das ist gut, Mila Ja, oder? Schick schön Das ist eine richtige Rope Boah, schick schön Ich hab einen Lack, ich hab Ich hab Shisha to go dabei Traubeminze Sechsfach Apfel Ich hab ja noch so Handschuhe, aber Treppe fick Ah, hier kommen wir doch in meinen Rubriken Das ist doch was, Mila Nein, da sieht die aus wie eine Madga Droppa Wippe Rush Biblit Mila, wenn du keinen Bock hast, mach nicht, ne? Ach, wir hatten eine Wahl? Nö Dann mach ich auch nicht Aber ich seh schon wieder in ihrer Fratze Dass sie schon wieder schlechte Laune bekommt Und auf dem Rumgezicker Bei den chicken ropen gibt's nicht Dann bleibst du zu Hause Wir müssen schick und cool sein Und das war ein OG-Call Jetzt gibt's ein Bloodout Gibt's ein Bloodout-Pommes? Amudi Nimm mich Ganz viel Ketchup Was war das so dicker? Weiß nicht Aber Mila Ja Hast du schlecht Laune? Nein, warum? Du probierst nichts mehr an Ähm, ja Eine schöne Pommes Code 1 Aua Was zum Tor Aua Hör ab, Panflöte zu spielen Trink mal was Deine Stimme krass Nein Doch Robocook Ich dachte, das war gar mein Headset Code Robocook Was ist ein Headset? Halt die Schnauze, du Pisser Guck doch mein Ohr, Junge Achso Boa, müssen wir auch noch holen Stimmt Wo gibt's das? Ja, bei Ohrringe Aber erst anschreien Halt die Schnauze Oh, was ist das? Ich dachte, du meinst Dein Razor Naga Nein, Hypercloud X Nagisaku Ja, das sieht cool aus, Milner Mit deinen Goldkettchen Oh Allah, du hast schön Ja Ja, ja Also fick dich Ich 12K, kannst du kurz Kannst du kurz Danke Ich glaub, steht das Hemd in Lachs Ja, Lachs ist immer gut Lachsschuh Das ist Raupig Nein Ich will die gleiche Jacke wie Karas Nö, das ist die meine Na gut Nimm die Nangernfarbe Gib die Jacke Die heißt Sand Design Jacket Und fängt mit X an Die gibt's auch in Nangernfarben Hört mit N auf Oh, Inchao Mashalam, Milner Ich nehm die Gute Gött Gute Gött Gute Böbbers Jaja, alles top Mal in Los Santos Die Schuhe kannst du anlassen, Milner Wir machen sie auf Ledger Cool, weißt du Ja Auf Wir sind reich Aber wir sind doch ein bisschen Straße Die sehen eher ein bisschen abgetreten aus Seit 40 Jahren Oh, äh Oh, was Oh Gott Klaue Warte Wie gut aus Als erster vent Ich will den Schick Der mal irgendwann lass dich mit dem Hammer auf den Kopf hauen, ne? Damit du schlauer bist Warum? Look at Daddy Das ist gut, Emma Geht das so? Geht auch Ho, ho, ho Ich bring euch Kinder Oh ja, ein Rope in Grün Ich bin die Mütze eigentlich ganz schlecht, ne? Aber Die ist schon französisch angeraucht Ich will auch die Jacke wie Mila Allah, du hast dich verändert Ja, Partner Look Wird der bestimmt stehen, Emma Auch so, hauteng Oh Geh jetzt von der Seite Du musst unter X gucken im Regal Nö Der halt nicht Okay Timeline Du kannst auch Käppchen nach hinten tragen, Mila, ne? Boogie Achmed mit dem Schachmatt Boogie Halbe Nimo, Digga Warum hast du mich verlassen? Hallo, hier Mila, bitte komm Bitte komm, hallo Heißt da jemand? Oha Crack Sockenfick Was ist das denn? Oh Allah, du hast dich verändert Oh Oh Da hat jemand den Laden nicht aufgeräumt Bring auf C3 Das haben die auch wo gespielt Was? Was? Das haben die auch da gespielt, auch Bei Hogwarts Ja 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 Aber Mila, ich bin ganz ehrlich, ne? Mit diesem Motorradtherm hättest du jetzt noch einen Kantan auf dem Rücken, ne? Ach du Ja, das sieht cool aus Die Mutsche Ja Ja, siehst aus wie Leon der Profi Deiner Aber eher so von der Straße Bademeister hat mir nur was erzählt heute Mittag, ne? Jufke Ja, wie kommst du jetzt auf den? Ja, weil wir gleich nochmal zu den Ruckern müssen nachher Ach so, wirklich? Na ja, der hat mich dann nochmal angerufen nach dem Gespräch und meinte zu denen, dass wir denen jetzt keinen Schutz angeboten haben Oh, Mila Partner, look Was hat denn der nochmal angerufen? Hm? Warum hat denn der nochmal angerufen? Ja, der hat gesagt, dass das jetzt, was wir gesagt haben, keinen Schutz für die bedeutet Und dann hab ich den zusammengefiffen Faktet bei dem, oder wann? Mhm Die Ropen kümmern sich drum Uh Der weiß doch nicht vom Beckenrand springen Ja Uh Ja Da hast du endlich dein Dedo-Mütze Ja Wiederverwendungszweck Fangenangebot Ich brauche diese Brille Hey, die Hose passt mir nicht, da sieht man meinen Schwanz Kann gar nicht Hast du auch wieder recht Findest du das etwa witzig? Okay, ich bin durch mit Mützen Ich, äh Witzig Witzig Nix ist witzig Nix Nix Ai Nähn Ayo ной Nix Uw, nach der strappeln Uw Boah, das ist der Missouri Ne? Mh Ich glaube, den nehme ich da schon. Ja. Was zum Teufel, Alter. Alles klar, Schachmann. Oh, der. Oh, der nächste Abgang. Sieh mal. Oh, hier, hier. Tagsam. Oh. Boah, Melone sieht auch cool aus. Ich will den. Hast du Melone? Ja. Ich schwör bei Gott, du hättest jetzt noch so eine Ninja-Schwelle auf dem Rücken und würdest eine Bar, die... Das sieht halt cool aus. Warum nimmst du das nicht? Okay. Oder findest du nicht gut? Das ist cool und gefärblich. Ja, das ist cool und gefärblich. Aber das ist ein bisschen Guss für meinen Kopf. Findest du? Oder du hast schwerer. Geht doch. Okay. Ja, wenn dir nicht gefällt, ich sag nur, ich find's cool. Ist das nicht in keinem? Bei einem Kluppeln. Was? 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 Biti, wo warst du? Biti, wo warst du? Ich hab mich kurz umgezogen. Ach so. Bist du sicher? Na klar. Ich brauchst du eine neue Hose. Oh, was? Warum? Ach, wir haben so komische Geräusche gehört, aber war wahrscheinlich ein Hose. War der Handwerk. Wie hast du ihn gehört? Der ist weggerannt. Hat der zufälligerweise Badelatschen angehabt? Auch. Ach so. Ja, aber Lackschuhe. Oh, die schöne Firmenmütze. Da haben wir was mit deinen Schuhen. Ich suche Kim Jong-un. Ja. Ich finde es gut, dass wir einfach in den Laden kommen, alles hin und her schmeißen und der Verkäufer muss gleich mehr aufräumen. Das arbeitet. Suche. Wow. Oh. Nein. Je. Die Schuhe sind gut, der macht. Bild E. Du kannst aber in Wanderstück aussehen. Kämpfen, echte Kämpfer. Bist du Runner? Du. Ich bin Skater, Junge. Skater forever. Ich packe gleich mein Skateboard auf. Lalleloo. Nein. Oh. Aber was ist denn das für eine Hose, Demba? Business. Business-Trip. Hey, Trip. Business. Lay low. Ah. Was hast du gemacht? Diggi stoßen an den Schuhkarton. Welche Größe? Herr Schlappen. Ah. Caro. Mila, hast du schlechte Laune jetzt? Warum? Nein. Hab keine schlechte Laune. Sie ist sexy as fuck. Ich hab gar keine schlechte Laune. Dann hat sie auch nicht. Hatt ich doch. Ey. Seit Tagen denkt ihr, ich hab schlechte Laune. Ja, das ist so eine Erdbeerwoche, Mila. Das ist okay für Mädchen. Und wir schlafen nur noch in der Nähe vom Erdbeerfeld, ne? Das tut dann doppelt so weh. Ja. Das sind die Vibes. Ich nehm andere Hose. Beggy, Beggy. Ich muss mal eben... Ja. Geh weg. Geh weg. Warum ziehst du jetzt meine Ärger an? Gernsteine. Ist frei verkäuflich. Ist so, als würde ich Rocker sein und sagen, was hast du mein Kuttern, wenn es die im Laden gibt? Soll ich die nehmen? Nein, die sind scheiß aus. Why? Die warten im Park auf uns, ne? Wir brauchen 20 Jahre, Junge. Auf die Könige wartet man gerne. Wer wartet jetzt? Reggelbose. Ach, Mon, kann ich anrufen. Reggelbose. Boah. 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 Ja? Nein? Italie. Italie. Du bist der größte Vollidote, den ich mein ganzes Leben je kennengelernt habe. Du bist mit mir geboren. Raupeln geboren. Ja, Raupeln. Sind wir fertig? Fast. Können wir nicht schon mal ohne den fahren? Oh, dann stimme. Du musst das trinkeln. Du kratzt. Ja, das kratzt. Hast du Haare in der Lunge? Haare in der Zähne? Geh mal im Handschuhfach. Wasch mal deine Augen. Wir müssen die rote Dreckskarte wieder ohne bringen, Mila, ne? Wir haben einen Cognitik gekauft. Nein. Was denn? Ich suche Hosen. Du war Hose. Da wühlst du doch gerade drin. Verdammt. Ich hatte eins nice Hose. Bitte lustig. Ah, war sie doch gerade. Nein. Nein. Ich muss gleich nochmal in die Kabine, wenn das so lange dauert. Wägelhose. Da, die. Die ramp ich an. Wägel. Freedom. Wägel. Nein. Zurück. Die. Die. Ja. I. Kauft. I. Wie heute. Zinnige. Bucke. Brauchst du auch wirklich eine Brille? Ne, brauchst du nicht. Aber ich bin nachtblend. Ihr habt alle eine Brille. Pink for open. Uh. Hast du Zigarre? Uh. So, jetzt kann ich auch viel besser fahren. Wo ist meine Brille, Bitch? Ach, auf meine Nase. Haha. Ja, das ist ein bisschen kontroversen. Gehen auch. Was? Ja. Ein bisschen schniekeln. Ein bisschen schnakeln. Okay, wir fahren jetzt zum Park, ne? Wie? Okay. Fährst du den Elogy, ne, Mila? Ja. Ey, ich hab lila Shoe Laces. Wo ist Jepke eigentlich? Im Auto, oder? Puh. Ach, der wollte doch kurz was trinken holen. Ja. Boah, die regt mich auf heute wieder. Boah, der ist aber auch schon bossig, Alter. Hat jemand was trinken bei? Je. Lacko, Zen, komm, steig in Bentley. Müssen auf den Griff gewahren. Müssen tanken. Ja, dann fahrgutzt tanken. Ja, wo? Ja, halt vorne. Boah, der mal stell dich nicht mal so dumm an, Junge. Wo vorne? Ich glaube, du bleibst im Park. Wart mal, BT hat mein Geld, ich kann gar nicht tanken. BT hat all mein Geld. Ja. Komm, zahl ein. Hier ist der Automat. Zahl ein, zahl aus. Boah, das ist... Demba ist Weltklasse, Alter. Aber manchmal ist das echt anstrengend. Und Mila immer zickig, Alter. Das glaub ich's mir. Aus Dumba wie Demba. Boah, ich weiß nicht, ob der den Charakter so entwickeln wird. Ich glaub nicht. Ich glaub, der bleibt so. Der muss ja auch gar nicht mehr auf slow machen. Oder auf normal. Hi. Bin Witch, Baby. Witch. Ja, geh tanken. Wer ist mit mir? Ich hab mal Agoni-Holz. Jufke? Was steht dir so rum hier, Penner? Ja, lass mal kurz die Tange fallen. Wo sind hier die Tange? Links von uns. Autobahn. Achso. Autobahn. Wo? Wo? Ah! Okay, es sind doch keine Tankstelle. Da sind keine Zapfsäulen dran. Dann fahr zurück zum Auto. Wo auch immer Mila erzählen ist, ne? Ich brauch einmal heute Telefon nicht hinterher. Und dann kann ich mich am Arsch lecken. Darf man auch mal? Hallo, hier bei Mila morgen. Was kann ich für sie tun? Wo bist du hingefallen? Im Park. Warum waltest du nicht? Äh, ich dachte, wir fahren jetzt dahin? Ja, aber Jufke war... Egal, bis gleich. Bleib waltest du kurz auf Jufke. Warum fahr ich mit dir? Warum nicht? Ich wollte nur zeigen, wie ich dich driften kann. Wie langsam ist der? Ich fahr 10 km lang. Ja, bitte. Ja, wir fahren nach unten, ne? Warten. Aber ich glaube, der kommt da gerade. Ja, ja. Bentley. Bentley. Weißt du, wie wir nach unten kommen? Wie uns der Weg leitet. Immer der Nase nach. Warum frage ich dich überhaupt? Hier ein Tanksteller. Gleich auf dem Highway ist einer. Wieso sind die alle tot? Wer ist tot? Tanksteller. Ausgestorben. Alle. Stopp shit. Ich fahr weiter. Manchmal habe ich schon das Verlangen, dich zu verkloppen, ne? Das hast du schon getan. Das hat mich sehr verletzt. Ich mein noch mal neu. Nein, nicht noch mal neu. Warum? Du darfst mich nicht schlagen. Ich bin deine Familie. Dein einziger Nachkommen hat das damit zu tun. Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle. Stopp links, rechts, link, rechts. Wenn ich mich nur einmal hausbreche. Ich habe das Auto zugeschlossen. Bein reinfüllen. Hm? Ich bin zehn. Ja. Da rein. Es hat vier Sterne, der von drei Spielern gegen das Stadion verzündet. Wäre für alles, also eine Gang und eine halbe. Verlass das unter vier Sterne gegen 20 Markspieler. Ah, aber egal. Ja, ich habe auch Karamellduftbaum reingetan. Ich bin ein ganz besonderer Mensch. Was ist denn eigentlich das Geld für das Auto, ja? Das Betriebsgeheimnis. Von Waupern. Sagen wir so, ich habe es geklaut. Von wem? Von so einem Junge, die ist... Äh, Erik. Von einem Junge, der Erik heißt? Ja. Der ist Millionärssohn. Ich habe geschlagt. Dein Auto. Demma, ich glaube, wir müssen mal zum Krankenhaus mit dir. Ohrenarzt war ich letztens. Nein, nicht Ohrenarzt. Wir müssen mal dein Gehirn gucken. Wegen Störverkänzen. Wegen was? Zeitkreisen. Ja, ich glaube, du hast da eine Klatsche. In Maisfeld. Nein, nicht Maisfeld. Was du manchmal quatschst, kann keiner sein. Hörst du das? Ja, ich hole den Motor. V8 Bitubu. Das ist Paulio, Alter. Das ist Paul, Alter. Hä? Guck dir auf Amateurbrett. Pickt euch. Halt einfach deine Schnauze, bitte. Du kannst auch raussteigen, wenn ich dich störe. Was laberst du? Hast du Angst bekommen, ne? Ich freu mich, dass du hast Spaß. Das beriert mein Herz und macht's warm. Boah, wie kann man so viel Scheiße quatschen? Äh, das wär ernst gemeint. Ich liebe dich. Amore mio! Ich mag das. Wenn dir gut geht. Eure Armut kotzt mich an! Meum, 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 meum. Auuuhu. Die links war das, ne? Ja. War schon so lange nicht mehr hier. Oh ne, das Steffi Ne doch nicht, das Junge Oh Gott, no Achso Wo sollen wir parken? Kleine vorne Oho, die Bonzen kommen Sonst gibt's ein Brett, Doluccia Wir parken einfach hier Okay Trau mir Was geht, Dungs? Tanksam 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 Ey, ich weiß nicht, was geht Die hat echt ne schicke Jacke Die Jacke ist echt schick, ne? Sieht wild aus Danke Hast du gut, hast du gut? Ich glaube, die ist neu im Regal Ach, seid ihr nicht von Folders? Was? Was? Wir sind die Rope Ja, wir haben auch Warum ist der Ich wollte gerade sagen, warum ist der nicht pink? Achso, weil Undercover 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 ropen, okay Ja Mila ist auch Undercover rope Sollen wir gleich nach Cody's? Ja Aber es dauert nur ein bisschen, ne? Bist du aufhört? Ey, Wels, wie geht's dir? Mila, alles gut, ne? Ja, gut Alles gut, ne? Wir verbessern dir Dankeschön Was? Also, du, ne? Sprech Chinesisch? Ich weiß nicht, hat dich nicht verstanden Zickst du rum? Nein, warum? War das gerade dein Bauch, der so... Was war das? Ich hab so ein ganz komisches Bauchgrubbeln gehört War das dein Bauch? Mein Bauch hat nicht gegummelt Doch, da war ein komisches Geräusch Echt? Du hast Hunger Oh Ich hab kein Hunger Du hast dich fettern, Pauline Nein Warum denkst du, ich bin größer? Willst du dich nicht so anzählen? Du musst nicht, ne? Du kannst doch hier wie ein Schwanzlutsch und Paar rumhängen Ähm Aber wir sind die Ropeln, die Chicken Ropeln Ich Lass mich ausreden, wenn ich rede Ladies first Was? Nein, ich Weil, also, ist alles, alles okay? Okay Ist bei dir alles okay? Na klar, guck mich an Frisch gestylt 45er Oberarm Geiler Eis an meiner Seite Fette Villa Geld Helikopter Landenplatz Wie viel kostet dein Outfit? Boah 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 Boah, ich weiß nicht 400 Dollar 1 Million Dollar Jacke Guck mein Auto Guck mein, guck mein Hemd 3 Millionen Dollar Genau Ja, ich weiß, wie man sowas sagt Raupen, Ruth Raupen Raupen Hallo, wie geht's? Hi Hi Hallo Also gehen wir gleich schon noch Kodi Aber wir haben auch ein anderes Restaurant gefunden, ne Wo reiche Leute essen Ja, aber ich hab gehört, ich muss zu Kodys Okay Wir haben ein Wiedergutmachungs- Wir machen Business mit Kodi, okay? Wir bieten den Schutz an Die Raupen bieten Schutz an Was machst du? Und wie viel kieken wir? 500 Dollar Fangen wir an Da verkaufen wir uns aber schon für Unterwert Guck uns doch an Nein, wir machen das wie ein Drogengeschäft Wir fixen den jetzt an Und wenn der sichtlich ist, ficken wir den wie eine Bitch Dann nehmen wir 600 Dollar Okay Wer ist denn das da hinten mit der Kutte? Und mit dem Lachshemd? Ich kutte aus Das ist dann schon, glaub ich Ja, irgendwer wird das schon sein Hier war ein Garderocker Was für Wärme? Waren ihr Garderocker? Ja, ja, ja Wer denn? Waren ihr aus dem Fregel-Tem-Zie? Nein, Fregel-Tem-Zie ist Tyrese Genau Nee, nicht mehr Wir haben welche Rucker denn, Jungs? Los Süd Also der aus der Stadt Ja, ja Haben die schon gezahlt? Ja Ja Ich hab grad nen Umschlag und noch irgendwas Was geht ab, Jungs? Ist das von Dungro die Vollenin? Oder ist das Scarlett Johansson? Das ist Scarlett Johansson Ja, also Zambas Vollenin Ich gehör doch auch niemanden Was atmest du so schwer? Man möchte dieses Thema schon leer Rauchen Du bist mit Demba Grüße Mo, ich kam hierhin und du warst nicht da Ne, brech mein Ernst Tut mir leid Willst du ne Umarmung? Nö Kannst du mich umarmen, Mo? Darf ich das auch? Ja Ja Du auch auf der Komm ins Café, alle meine Arabiker Du darfst auch auf der Wer will noch ne Umarmung? Bist du sauer auf mich? Ne, warum? Weil du mich nicht mehr fixst Bin, da musst du ja mein langes fixen, weil du mich nicht mehr fixst Ich hab dir doch letztens bei Bennys angeboten Da hast du gesagt, du stehst nur auf Frauen Aber da hab ich mein Meinen Frauenwoche Aber Frauenwoche? Ähm, ich fahr nachher nochmal zu den Rockern hoch, ne? Wir haben nichts da besprochen Ja, mach das Okay Ich hab dich gestern falsch verstanden Dann mach das Und diese Anderen Rocker waren gerade hier Aus der Stadt Äh, Lost Süd? Ja, die haben bezahlt Bei wem haben die bezahlt? Beim John Halben Millionen, ne? Ja Ja, die haben Geld gegeben und ne Machete Ach, oh, Machete ist selten wohl, ne? Ja, aber die verkaufen wir weiter an 1,87 oder so Boah, ich hab die Master Boah Ja Die haben doch eh ne Machete gesucht Von seiner Perle da Die Andes haben denen doch damals die Machete weggenommen Und die eingeschmolzen Kann sein Ich bin, also ich bin gerade hingefahren Ich hab denen angeboten Die Machete für 500.000 zu verkaufen Was sagen die? Ja, die wollen gleich mit Logan drüber sprechen Wir können ein bisschen zinken und sagen Das ist, ne Dann sagen die, gib dem sonst Nein, nein, das ist nicht Aber wir können denen das so verkaufen, dass sie sagen Wir haben extra die ganze Zeit gesucht Deswegen Weil die Freundin eine Machete hatte Die wollen 500 Riesen zahlen für ein Messer Das ist ne Machete Ja, ein langes Messer Ja, das ist ne Deluxe Machete Ja, Deluxe Das ist ein scheiß Messer Und ich hab noch diesen Russen Russenhelm, ne? Dings Oh, ja, ja, ja Dem wollte ich der Nacht schichten Damit ihr mir Admiral Bled machen könnt Admiral Bled Und sonst war nix Nö, sonst Wie gesagt Mit 1 auf 7 sprechen wir nachher nochmal Weil die wollen erst mit dem Logan drüber quatschen Der hatte sich doch damals aufgeregt Weil die ja die Stinnie Machete weggenommen haben Also muss das ja von der sein Ja, ich glaub auch Das da was war Ja, ja, ich weiß es noch Weiß auch, ob das eine von denen Da eine Machete immer getragen hat Oder rumschleppt Na, ich glaub die Freundin verlogen Das kann gut sein So ein Mädchen Deswegen haben wir gedacht Wir fahren da mal hin und bieten die an Die haben gesagt So, wir wissen Dass die mal für 700.000 gehandelt wurde Aber für euch Weil wir jetzt schon mit dem Koks und so Länger im Geschäft sind Halt auf euch zu boxen Weil die schon länger im Geschäft mit uns sind Hab ich gesagt Machen wir für euch einen Preis 500.000 Boah, das wird natürlich Killer Wer sackt die Kohle ein? Ich nehm jetzt gleich die Kohle Und ich geb die dann später Jemandem, der bei dem das Konto sicher ist Der mit uns nicht so Fakt hat Also wilder Mude-Zivilist Ja Mäßig Ich glaub wir sollten sowieso Alles an Kohle zusammenschmeißen Auch für den 5.12. Damit wir einen Überblick haben Dann mach du das Ja, mach ich Sammelt von jedem die Kohle ein Jeder, der was dazu geben will Was ist denn der Opa? Schoko wollte auch ein Revolver haben Und Hase wollte auch irgendwas haben Die sollen schon mal die Kohle abdrücken Ja, wir bestellen dann Wie heißt das? Einfach So ein Revolver oder so Ein, zweimal Besser dann Mal zum Gucken wie das so ist Ja, können wir um Wir müssen halt auch gucken Wegen Munition, ne? Der hatte gesagt Er bringt einmal im Monat was Und wer zuerst da ist Mal zuerst Und da wir uns am 5.12. mit dem Treffen Denk ich mal Sind wir die Ersten Die was bestellen können Und dann Ja, hoffentlich Nehmen wir einfach alles Wir nehmen so viel wie wir können Dann einfach Ja, so viel wie wir Geld haben Und ich hab noch ne Idee Wegen der Villa war ich ja beim Jury Mit Jufko und Mila Ja Und der wollte uns Geld leihen Für die Villa Aber wir haben das nicht angenommen Weil wir gesagt haben Wir machen keine Schulden so Aber wenn wir als Paar komplett agieren Können wir solche Schulden zurückzahlen Vielleicht holen wir uns bei dem Noch nicht viel Anspritze Für noch mehr Waffen Ja, mal schauen Wie viel wir zusammenkriegen Schrei nicht, du Wichser Lass gucken wie viel wir zusammenkriegen Bis kurz vorm 5. Dann können wir ja noch Den ansprechen Falls wir noch was brauchen Weil wir denken, das reicht nicht Und wir verkaufen den Yardis noch, ne? Ja, ja, aber die sollen ja Ihren eigenen Teil bezahlen Und gucken wie viel Geld die zusammenkriegen Der Preis ist, das hast du ja von denen bekommen, ne? Nein, nicht bekommen, weil der mir das gesagt Weißt du, was Munition kostet? Mhm Ich glaube, die ist kostenlos dazu Ja, aber zum Nachkaufen halt, ne? Das wäre ja noch interessant Also für den Revolver kann man im Norden Munition kaufen Und der hat mir was vom Norden erzählt Ich glaube, du bekommst du Ach, keine Ahnung Was für ein Kaliber hat der denn? Ich glaube, die gleiche wie die 50er 50er, naja Ja, dann wird es wahrscheinlich die 50er Ich frage den dann Ist da so oder so einer von uns mit dabei? Juni oder so Der Wichser Nimmst du noch jemanden mit? Was denn? Wann? Nein, bei der Sache Nimmst du noch jemanden mit, oder was? Achso, kann bald knallen hier in der Nähe, ne? Die Die BOM-Typisch sind Bei der Jamestown Die warten, bis die da jetzt nach Hause kommen Ja Also Richtung Yardishook, ne? Ja Die sollen das wegmachen Und dann die Autos da wegbringen Warum? Weil Jamestown kacke ist Und weil mein Auge deshalb zuckt Ja, ich glaube, sonst war nichts Ach doch, ich brauche die Nummer von diesem Rucker Ich habe dem nur meine gegeben Hat die eine? Was haben wir? Hat einer die Nummer von diesem Rucker Von dem Präsidenten her? Von dem Kurt Hm? Ja, ich habe die Warte kurz Jetzt, ich rufe dich gleich zurück, ja? Fisch Habe wieder mal arbeiten? Nimmt Weiß nicht, was Hase macht Naja, das ist bestimmt auf dem Feld Äh, Lost North Kurt ist die Nummer Hast du dreimal die 5? Ja 4, 9 Ja 6, 5 1, 4, 3 Ja, ne, ist besser Okay Ansonsten kann ich dir noch die Nummer von Böchse geben Wenn der dann, äh, wenn der nicht passt Was, wo ist das Messer? Oder ist der irgendwas? Ist der Pfeest-Präsie? Äh, keine Ahnung, was der ist Ich weiß nur, dass der da bei denen ist Immer wenn wir die Terror-Anrufe gemacht Ich habe ein neues Messer Wer bist du? Ach, reden, Mann Mo? Äh Machst du jetzt hier in einem Fluch der Karibik? Komm mit Ich weiß nur 1000 Dollar, komm mit Ja, aber schon Helikopter Wo? Ich höre den Krieg da da oben Ach, da oben Warte Tag, Tante Ach, was geht's? Wo ist der Jonathan? Ähm, der hat Hayabubu gemacht Komm der? Ich glaube schon Wartenpenner Wie rennt denn du rum? Hey, heute ist der erste Advent Na und? Findest du nicht gut? Hä, Mo? Ja Wer hatte denn denn jetzt gerade die Machete in der Hand? Das war Finn Ach, boah, Alter Du hast Finn nicht erkannt Nö Wow Du darfst nicht das Ropen Gang Style machen Genau Ist das euer Ropen Gang Style? Ja Du bist kein Roper Du bist kein Roper Du bist ein Schwanzlutscher Yeah Pump up Sag mal, wir haben gleich ein Gespräch, ne? Ja Und dann darfst du nicht dumme Scheiße quatschen Sag mal, Alter Das schaffst du echt Ich schwöre bei Gott Du darfst keinen Scheiß quatschen haben Tue ich nie John Mitchell Habe ich in der Kohle gleich beim Bademeister, ne? Was für eine Kohle? Ja, du hast doch Geld bekommen Nein, Finn hat das bekommen Achso Ja, was unterstützt du mir da für Scheiße? Du hast die Kohle bekommen Nein Ich hab gesagt, der hat gegeben Zeig sie mir den netten Finger Arsch gegeben Ich hab Pfeife in der Hand Das geht Das geht, satten Fick Hey, was unterstelltst du mir da deinen Cousin für ein Scheiße, Curls? Boah, dann mal, ich mein das ernst Ich mein das auch ernst Okay, du kommst mit, aber du hängst die Fresse Was macht er denn? Gleich nur mal den Rucker quatschen Fick dich Ich zieh den Hut aus Und schon wieder Mitglied verloren Egal, wir gehen zum Stadtpark Wir gucken sie neu Ich muss nur die Wikipedia-Seiten ausdrucken Ich glaub, hier neben dem Gepisch sind auch noch ein paar drauf Will auch jemand ziehen? Zitrone Limette Du hast doch nicht meinen Shisha-Schlauch Geh mal im Kleiderladen, kauf dir mal einen Schlauch Ja, kein Witz, da gibt's Shisha-Schlauch Das ist wirklich so, ich hab den gerade in der Hand gehabt Ja, ja Ich verarsch dich nicht Ja, ich weiß Der geht in die Jacke rein bis zum Mond Ich weiß Dann kaufe dir einen Nö Was wollt du per Wilde, Bunke, Milner? Ähm, quatschen Hast du einen leichten Stimmbuch? Ja Was ist denn? Was ist denn deine Stimme? Ich werde zahlen Curtis Ich quatsch keinen Scheiße, ich sag Weisheiten Lass dir das gesagt sein Ich hoffe, dass Johnny gleich Weisheiten mit Denver Weisheiten mit Denver Du hast auch schon ein Parkverbot bekommen? Boah, fast angefahren, wie ein Rehkitz Das ist wirklich wichtig, Denver Ja, aber sag nie wieder, ich soll die Fresse halten Bist du keinem besten Besser als Johnny Du sollst nur keinen Unsinn erzählen Du junges Rehkitz Ich werde dich vernaschen heute Nacht im Trailer Was willst du heute? Milner, kannst du mir helfen? Nein, das ist nicht, das ist viel zu lustig Ähm, heute nicht, okay Darfst du nicht, darfst du nicht Darf auch Polizei nicht, es ist unter Kamina Willst du nach Hause, Milner? Äh, äh Geht dir nicht gut? Hm? Geht dir nicht gut? Bisschen, bisschen husten Ebo Hä? Wann müssen wir eigentlich Rasenmähen geben? Dadaai Ach stimmt Oh ja, frag den mal lieber Boah, ich brauche nur Sekretärin Wo ist BT? Weißt du, wie ich den im Handy eingespeichert habe? Wen? Den Juri Daran Architekt der Matrix Boah, dann sagst du mir, ich soll keinen Scheiße quatschen Da steht wohl nur mein Handy Heute wieder viel kleiner, nun Cody's gleich Nachher Ja, bisschen Pommes essen Ich hasse euch alle so sehr, ja Warum? Weiß auch nicht Hat dir keiner gesagt, dass du hier sein musst? Der hat knackige Röste, Pommes Du bekommst keine Ist schon wieder die Kohle zu heiß geworden Junge, was machst du da? Ja, ja, ja Hör auf zu rauchen Arm gebrochen Weil dein Arm gebrochen Nö Nein, der hat einen Shisha-Schlauch in der Hand Keine Ahnung, warum man den so weit von seinem Körper weghält, aber Ruhe Die Albaner Was für Albaner? Schießen alles nieder, was Kutten hat Hat mir gerade eben erzählt Was für ein Hund Oh Ja, die Nachroscher Mich hat gerade ein Arbeiter angerufen Der hat wohl Kumpels bei dem Nord Bei diesem ganz kleinen Motorradclub Der oben in Palito Die haben ja mit dem gar nichts zu tun Ach, die kleinen, ja, ja Ja, ja, genau Die wollen ja bloß fahren Und irgendwie sagt er, die Albaner sind gerade gekommen Und haben die alle niedergeschossen Und als Grund haben die gesagt, weil die Albaner Stress mit dem Lost haben Was facken die alle so ab, wenn wir Ach, egal, Junge Ja, genau das meinte ich gestern Wer hatte denn von uns die Connections zu den Albaner Jack, ne? Julian Jack, glaube ich Äh, was für Albaner, die der East Side Ja, ja Ja, da hab ich Da hab ich auch einen, aber Der ist schon lange nicht mehr erreichbar Da gibt's nur drei Die drei, die machen neue V-Stand Und die drei, die machen Faxen Ja Ruf den einen Mann, den ich schon ewig hätten kenne, warte Auch Auch, auch Wer ist von der Front, der Baller Warte, wo ist der? Ich weiß, ich hab nochmal gelöscht Hm, super Weil der nicht mehr drangegangen ist Kacke Wer ist denn der mit der Lederjacke? Erstmal wegpumpen Ey, Jörn, was machst du da? Körlis, wann wolltest du auch? Hals, Shisha Äh, pfff Waren kurz auf Juni Der ist gar nicht aufgestanden, meine Tante Was geht hier ab? Batschen Ja, aber warum, warte mal Warum klären wir das für den, für den Ruhrkack-Club ganz oben? Nee, wir klären das gar nicht Das war jetzt nur ne Frage von mir Der hat so'n die du weg in einem Pech gehabt Gibt es hier Diplomatie? Nee, das gibt's nur oben Ich weiß nicht, hier pissen Verstehe du nicht, warum das alles jetzt kommt, wenn wir die gerade Zu wem gehört eigentlich dieses Scarlet? Aber nicht ins Handschuhfach pissen Hm? Die chillt hier Die gehört zu keinem Kann man ihm vertrauen? Ich bist da nicht ins Handschuhfach Ja, die chillt schon sein Ja, aber ich seh die ganz oft überall, ne? Ja, die chillt aber schon ewig bei uns So Ewig? Die sind sonst nirgendwo, also die ist wirklich nur ich Ist das Kohl, die da steht? Glaube Kann sein, ja So aus, ja Boah, du fackst mich so ab mit deinem Arm, ne? Egal Aber du lösst nicht einfach aus der Hand Ja, okay, stell das hin Aber nicht umtreten Unglaublich Oha Hör auf den Zaun Du hast du geschwommen Oh Mann Ist die Kohle ausgebrochen Du holst das ganze Wasser auf die Kohle drauf Oh Bestellst du doch mit den Weg Voll Idiot Mann, Mann, Mann Hallo, Kreis der P-Beste Jetzt muss ich neue Kohle machen Was macht denn der da oben? Ja Der hat wieder Mauer Der ist am Pisch Ey, Kürtis Wie geht's deinem Schimmelzahn? Was? Wie geht's deinem Schimmelzahn? Was läuft, was läuft? Achso Ich bin der Hernandez Mein Bruder hat Werkstatt Was für ein Schimmelzahn, Junge Wie? Was für ein Schimmelzahn? Was kutscht du da? Was kutscht du da? Ja, klemm ich doch auf Ähm Ja, egal Ne, ne Vergiss das Na gut Kriegst du halt keine Baffe Okay Hase Hase nimmt ne AK Und ich ne Skorpion Na du Was willst du ne Skorpion, ne? Naja Oder ne AK Boah, wo bleibt das Trampeltier? Wer? Johnny Johnny Ich kann eigentlich auch mal Nummer nüschen Ah, Jutta Ach, du lebst nur, okay Dann musst du deine Nummer nicht löschen Okay Ich sag Bist schon 60? Ja, du? Nen Wie? Ich bin 40 Immer noch Ruhe Qualität statt Quantität, Junge Alter Wer ist denn Aiden? Fragezeichen Aiden Ich glaub, ich hab gar keine Ist dieser Ben ein Träger noch aktuell? Ist dieser Ben ein Träger noch aktuell? Ist dieser Ben ein Träger noch aktuell? Keine Ahnung, wo der ist Dieser Ben Ich hab noch nie Nie wieder gesehen Was ist der eigentlich mit Ratz, Mann? Urlaub Ah, den Teebeutel kann ich löschen Wieso auch schon lang nicht mehr drangegangen? Nen Mit dem Das wilde Palawa gibt, ne? Das sind Freunde der Schicht Wenn er Palawa gibt, dann zieh ich den da hoch An seiner Hässe in Kutte Können die den dafür Weiß ich nicht was machen Könntest du dann? Ja Habt ihr irgendwas besprochen mit den Ruckern Zwecks Kutte und so? Ja, wir haben gesagt, dass wir die Kutte nicht mehr anziehen Ja, ich weiß Weil hier steht grad jemand im Park Bei Raze Ne, ne Der hat eine Kutte an, aber ich hab keine Ahnung, wer der ist Und was das für eine Kutte ist Ich hab gesagt, ich kann in meinen eigenen Reihen dafür sorgen Dass keiner mehr die Kutte trägt Ich hab gesagt, dass wird nicht die ganze Stadt davon verletzt Das wird nicht mehr gesagt Aber wenn das jetzt ein dahergelaufener Typ ist Der bei uns nur Drogen kauft So kann ich das verordnen Nicht, dass einer hier vorbeifährt und sagt Ja, ja, halte dich nicht dran, ne? Ich meine, dann kriegen die Ehrenpfrasse trotzdem, aber Muss ja nicht sein Kommen wir echt wieder runter Okay Ich sehe die Original-Patches von hier aus Jo, bis gleich Das ist ne Echte Ja, du kennst das doch mit den Patches Mal darauf gucken, die noch gar nicht Die haben die Kutte erfunden Was ist da eigentlich mit deinem Arm, Schoko? Raust du die Krippe, oder was? Ne, das ist ein Blackout-Tattoo Sag mal Schoko, was machst denn du da? Was soll denn das jetzt? Was ist denn jetzt los? Hm? Der hat auch so einen schwarzen Arm Alter, wenn ihr beide... Ey, das sind Kriegsverlängerung Ich bin ein Kriegsverlängerung Ey, der Zahnriemen da drüben Zieht mit 50er auf mich Was? Der zählt mit 50er auf mich Wer? Mit Kutte Tawis Was geht auf Curtis? Wer bist du? Entschuldig Das ist doch gar nicht Zahnriemen Ist das ja auch nicht Ja, aber der sieht so aus Herr, warum sagst du den Zahnriemen, Junge? Weil der eine Kutte anhat Welcher Schuld bist du? United? Nee, nee, nee Von Cooper Welchen Cooper? Der OG-Medic Hä? Der Cooper, der vom OG jetzt zum Medic abgestiegen ist BBC? Burning Cruise, der will weh kommen Wild, Alter, wild Warte mal, steh auf den Schlauch Was? Du warst doch mal mit den Leuten von hier da In den Davis da drüben Bisschen Barbecue und so, ne? War ich? Das ist schon, ja Das ist schon ewig, ja Zweieinhalb Monate Wo vom Parkhaus auf uns geschossen wurde Und Mengo war das, glaube ich Dem wurde die Schaufel kaputt geschossen Ah Genau Und ich war der, der die Scheiße da mit dem Barbecue gemacht hat Ah, mit dem... Mit dem... Du wirst schon bezahlen Nein Mit dem CK, ne? Ja, genau CK Was mit dem? Was ist aus dem geworden? Der ist jetzt Medic Wie, der ist Medic? Der war OG und hat in der Zeit Medic Praktikum gemacht Was? Ja Ich schluchte deine Nummer Ja, wohl Und für die ganze... Und für die ganze Scheiße, die er gemacht hat Hat er gesagt Ich war das, weil ich jetzt zwei Monate nicht da war Wild, wild Was? Ja Es ist immer einfach Die Schuld auf den Namen zu schieben, der nicht da ist Ja, vielleicht hat der Wikipedia-Arbeit Hat sich gelnert, ne? Was? Vielleicht steht da jetzt irgendwas So ein Kuhn-Meld-Medic dran oder so Oh, schade Wild, mein Bild Dass man so sein Teuer verteidigen kann Naja, er hat halt Die Karte Fass mich nicht an Ich bin Medic Ich kann dir das Leben retten Ja, ich hab die Karte Fass mich nicht an Sonst kommt der Park und fickt deine Mutter Warum gehst du jetzt auf Mutter? Warum nicht? Warum schon? Ja, warum nicht? Weil ich eine Raupe will Pass mal die Mama in Ruhe Genau Krass, was für eine Kofferbeersteine Siehst du dann, so du Motherfucker Leugnest du die Raupe noch mal? Nein, wo? Hat keiner gesagt, man Sie sind real, boy Dammit klutsche, boy Was kommt von Jamestown, oder? Was kommt von Jamestown? Ja, Knallerei Wiegst du die Schüsse? Ja, doch, Jamestown Ja, ja, da knattert es hinten Was sagt BOM jetzt mit Jamestown wieder? Haben die sich lieb? Wollen die wieder zurück nach Rancho, oder was? Easy, Alter Wieso hast du keine Schüsse? Ich hol nix Er ist vorbei Hätte immer noch, aber ganz lösen Du hast so ein Popel im Ohr Du hast so ein Popel im Ohr Und in der Nase Du hast einen Popel im Ohr Du hast einen Freund im Meer Ach Das ist doch BOM, oder nicht? Die hat ausgezogen Weißer Auto Ja, die ziehen mit Komoda um Easy Ach ja, Curtis Alles Gute, zum Geburtstag Ich hab kein Geburtstag Das Geburtstag? Alles Gute Siehst du, wie dumm der Dungeist Der glaubt nicht mal, dass die Wouten gibt Hä, gar nicht Denk, du hast Geburtstag Boah Du hast den seriösen und den unseriösen Teil des Junkie-Packs aufgeteilt Und warum steht Scarlet denn auf dieser Seite? Hallo? Wow Cody, machst du dich immer in den Code dran? Shot 2 Nein, ich wollte eben was mit dem besprechen Cody, ich mach keinen Witz damit, ne? Auch nicht, Cody Also, wenn dir dein Leben viel wert ist Lass die Finger von meiner Tochter Warum hab ich heute den Sisters den Tirol-Kuchen gegeben? Den hätte ich Mila geben können Den hätt sie mir geben können, was? Weil einer Mensch immer schubbächt Was zum heiligen Fick bin ich sehend Mit meinen Augen Was zum Teufel Was hat der denn für einen Dachschaden, Junge? Die sind alle so behindert Was zum Teufel, Alter? Kann es sein, dass die Medics neue Funkgeräte haben? Was? Ein bisschen Hasen Ja, die haben neue Antennen dafür Dann könntest du dir den Docht machen Und dann müsste man nur... Ich hab Hunger Man macht Cody da Ähm, bald Äh, JFK, hast du schon irgendwas erreicht? Äh, ne, noch nicht Wir müssen vorher noch was anderes klären gleich Und dann kann ich da Okay, okay, okay Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 okay, okay Wann fahren wir denn, Cody? Glaubt ihr Kick wieder Champagner-Täterpark bei Cody's? Ah, ne, ich hab mein Geld noch nicht Wir fahren bei einem Kurzschluss-Journey Wie lange braucht der denn? Ja, was ist das nicht bei einer Fertag, die sich aus dem Bett rollt? Gint? Das machen so viele Oha Ja, hat der letztes Rechnung eigentlich bezahlt, Cody's? Aber Mila, du musst nicht mitkommen, ne? Du kannst doch direkt nach Cody's Das ist halt nur ein dummes Gespräch, so wird dir dann langweilig Ich komm mit, alles gut Aber in nur zwei Minuten Ja Wer auch her Cody's, wir sind die Gastern fremdgegangen, Cody Oha, warte Wir waren beim Steakhouse Oha Ich war nicht da, ich war nicht dabei Disrespect Ich war nicht dabei Und die haben irgendwie einen besseren Service als der, ja? Oha Ja, dann geh doch da hin so Dann ist halt da oben Na, kümmere dich doch mal lieber darum, dass Dungo sich die Hände wäscht und so, wenn er es macht Oha Oha Schmeck mich da noch, ist hinter der Zeke Schmeck mich da noch, was endlich mal die Milchekmaschine aus Und wasch die Milchekmaschinen aus Mir das Klo-Penny ist immer noch da drinne Das stimmt nicht Dann ist das schon wieder noch da drinne Doch, haben Dungo gesagt Was war's? Das ist eine Lüge Ich hab mein Klo-Penny denn hier reingeworfen Was für kleine Penny eigentlich? Ja, fallen im Rücken, war klar Äh, achso, Entschuldigung Doch, der ist da noch drin, der... Oha Jetzt ist aber auch alles vorbei Vielleicht ist das gar keine Slushie-Maschine, sondern ein riesengroßes Sparschein mit Glibber drin Ui Wir nehmen die damit Ich will auch Gibber haben Was sollen die Russen-Rocke jetzt? Was zum... Also, ich hoffe, der fängt jetzt nicht gleich zu wackeln an der... Ich hab Hunger und ich hab Durst Ja, Tv Ich hab Durst Du kannst ja nach Palito fahren, so zu deinem neuen... Nein, ich komm noch nach Cody's Boah Der macht voll Ogi jetzt, ne? Meistest du Patwingies? Ich hab Patwingies Ich hab Patwingies Ich hab Patwingies Nee, Tanken, ich hab auch Durst So, warst du so ein bisschen? Ja, hier... Aber ich hab gar nichts zu Hier, bitte schon Boah, was soll dir los? Warst du auch woanders als hier? Hast du Fieber? Beatty gehört ab zu den WoW-Pen Ich bin Raupel Baumfieber? Der ist unser Fahrer Du gibst deinen Töngesalb Und Boxer Will ist wild Dunkel Und Beatty ist... Schläger tun will Mhm Cody, wollen wir laden? Ja, ja, will ich sagen, ne? Nimm's dich mit, dann musst du fahren fangen Super, bis... Na, wir gehen Dann bis gleich Bis gleich Bis gleich Ja, bis gleich Bis gleich Donjo Hallo Cody Was ich dann mit deinem Auto Hallo, wer auch immer Hallo zu mir gesagt hat Mark aus dem Erde Ja Dankeschön Danke Perfekt Boah, endlich sind die weg Wir müssen arbeiten Ja So ein Gesindel Ach, Trottl Der muss schon arbeiten Was kotcht dieses Fußfuck uns eigentlich an? Genau Ula Wer bist du, der du denkst? Was denkst du, wer du bist, wenn du gegen mich bist? Warum hat's Ja, hat's, hat's, hat's Ich hab noch nie gesehen, dass du dem was gar nicht küsst hat Ja, Pulli leuchtet Kissen, 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 Kissen Ich hab Chicken Schuhe, ne? Was, Chicken Schuhe? Chicken Schuhe Ah, ah Chicken Schuhe Wie, ah, ah Bah, doch Geh mal zum Arzt Hä? Geh mal zum Arzt Ich glaub, du hast Blattläuse Erkältung Du hast Blattläuse 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 Erkältung Du, das war nicht so so Du hast Fieber am Fuß Gar nicht, wow Rauch auf Doch, guck schon an, dein linker Fußnagel explodiert Gar nicht Gib dem mit Knie, gib dem mit Knie Oh, ich muss dir mal Max zeigen, der leckt gerne an Füßen, der kann dir da bestimmt helfen Keiner leckt deinen Füßen von der Will auch keiner, glaub mir das Ich ruhe gleich Memo's Siegel, die leckt dann deine Füße Nein, danke Oder Memo Mäh Ochsenschwanz Memo Ochsenschwanzsuppe Ekelhaft Aber beschnitten für Tuning Unterbroteleuchtung Äh, Tuning ist doch nur ein Gerücht Veranstet für Tuning, Mann Ja, das haben wir unsere Schwänze auch tunen lassen Magna ist getunt Was? Ist das schon tiefer gesehen? Wo ist der? Wo ist der Finn? Hallo? Wo? Weiß nicht Was ist der? Der hier? Ich grüße Boah, hat er seinen Trauerin Ist hier der Finn meine Pfeife, wo du musst Guten Tag, guten Tag Guten Tag Ich grüße dich in der Runde Wo ist der Finn? Wo ist der Finn? Wo ist der Finn? Heute ist erster Advent Wir freuen uns alle Mashallah, Mashallah Können wir eine Kerze an? Aber ihr habt den neuesten Kicker noch nicht gesehen Was denn? Deine Frisur? Ja, Mann Ja, diese, ja Mashallah Mashallah Mit meinem Mustache Ich sehe gut aus Ja, ja, ja Bula, bula, hier gucken Ja, Salame Ja Hast du schonmal den Bademeister gequatscht? Nee Wegen der Röcker? Nee, was denn? Ich bin jetzt Bock Achso, die Devils haben gestern ausbezahlt, ne? Bin der gleichen Meinung, ihr Salame Und diese Syltrocker kamen und haben irgendwas bezahlt Ja, die haben 200.000 und eine Machete gegeben Und die Machete wird vielleicht einen Logen verkauft für eine halbe Million Machete im Kopf Weil die Jadis haben denen doch damals seine Machete weggenommen Lüge Nein, nix Lüge Ja, okay Ja, weiter Das war's Achso Jut, dann kann ich wieder mein mein meine Mütze aufziehen Es ist langsam kalt hier Ja, ja, die Geheimratsecken frieren Wie wollt ihr das überhaupt machen, Dienstag, ne? Wenn ein Zahltag ist? Mashallah Warum kickt heute jeder rein, Alter? Wie wir das machen wollen Ich hab da schon einen Plan und den werd ich dir nicht sagen Weil sie riechen sehr gut Halt deine Schnauze Ja, aber lass dir mal was einfallen, ne? Ja, ich hab schon was im Kopf Weil wenn am Dienstag alle kommen und auscashen, dann kann einiges schief gehen Ja, ich hab schon was im Kopf Ja, das bleibt da im Kopf Nein, ehrlich, ich hab völlig was im Kopf, Alter Ihr denkt mal, ich hab Scheiß im Kopf, aber bisher Ja, das auch Du hast auch Scheiß im Kopf Also bisher hat mal das gut geklappt, würde ich sagen Ey, lass doch mal den Kiez planen Ja, ja, rein, dann mach mal die Ja Kannst du den Onkel anrufen, ne? Ja Und dem sagen, was wir heute Mittag gequetscht haben Mit den Röckern? Ja, ja, weshalb ich da nochmal hochfahren und so Achso, ja, mach ich Warte, wir stehen jetzt hier mit 50 Mann Ich hab keinen Bock, das darf von allen uns erklären Ja, mach ich Okay Ich ruf den gleich an Bis dann Tante, du musst dich mal um Mila kümmern Was ist mit Mila? Ich glaube, die brauchen eine Freundin Mila, was ist los? Die hängen den ganzen Tag mit Schwänzen ab, das kommt nicht gut Ja, und mach ich doch auch Ich versteh den Jungen nicht Fühlig, fühlig Mila braucht eine Freundin Ich hab eine Freundin Und wir sind auch Freundinnen Wir sind allerbeste Freundinnen Ich rede von den Welchen Allerbesteste, beste Freundinnen Herr Mila drückt doch immer die Pickel an meinem Rücken aus Ja Also das dürfen nur allerbeste Freundinnen Aha Saugst du die auch leer? Nein Aber ich drück die immer aus und dann platzen die so Und manchmal kick ich was ins Gesicht Ja Du musst doch dann spawnen Manchmal Nina ist doch der Pimperpapa Weißt du, aber bei mir meckern Ja, Curtis mit der knutscht rum, ne? Ah, Junge Ist das ekelhaft, Alter Oh, jetzt hat er realisiert Bah 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 Ah, wo Digga Bah 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 Ich brauch andere Gedanken Beinschnauze Bade Meister ruft gleich den Juni an Erklärt ihm ein paar Sachen Dann fahren wir hoch Wenn der Typ überhaupt Oh, das dauert wieder ewig, oder? Nö Eigentlich nicht Ich glaub Bis die Bis die jetzt geschworen haben Ja, Johnny, wie er gerade gesagt hat Der hat 500 Anrufe und Abwesenheit Wenn der Typ überhaupt unterwegs ist Und nicht in seinem Trailerpark pennt Widerlicher Trailerpark Warum ist der so traurig? Aber ich hab irgendwie die Befürchtung, dass der mal Scheiße quatscht hat Was gibt's denn zu lachen? Gerne, bist du schlau? Nein Ja Ja, ich mein ja Hahahaha 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 Nur weil der Kuh Milch trinkt Hahahaha Gibt's Nix, wir müssen gleich mit dem Recall trinken mit der Rucker Ja, wann geht's los? Bade Meister ruft Juni an und dann fahren wir Johnny rennt hier rum im Weihnachtsausfeld Ich bin Fahrer und Leibwäschter Oh je Du brauchst nur ne Pistole mit Schalldämpfer Ich frag mal dem Dings, ob man einen Schalldämpfer besorgen kann Einen Warum auch nicht? Aber der muss angewachsen sein Der darf nicht verloren Boah, Schalldämpfer würd ich fühlen, Alter Ja, dann ist der Auftragsroppen Auftragsmörderrope Ja Mit Zähne Da steh ich immer so Dicke Huga Hä? Aber wir müssen gleich mit zwei Autos fahren, das gefällt mir nicht Das ist schlimm, ich hab Bentley Auak mit Tobu Was? Vor oben mit Tobu Oh, Avatar Warum weiß ich das, Alter? TORUK MAKTOK Wie ist dein Name? TORUK MAKTOK Hentai Pornos Nein, nicht Hentai Pornos Nani 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 Also, wir müssen heute noch zum Juri Wir wollten mit Colis was essen, wir müssen noch den Rückern Oh Gott Ist Juri da? Noch nicht, ist zum Schlafen Komm anrufen, geht nicht dran Toll Was wollt ihr mir nur machen? Wir sind so krass, wir wissen schon nicht mehr, was wir machen wollten Wie zu derbe zu ticken in Turf, yo Biti? Was steht für heute noch auf dem Kalender? Eigentlich ist Biti der Sekretär, ne? Nein, nein Sekretär ist nicht Sekretär Junge Ach, verdammt Fahrer, Leibwichter, Sekretär, was ist noch am Ende? Ich versuche hier Skalit anzuwerben dafür, aber die ist harte Nuss Harte Schale Sekretär Was willst du mit der? Im Pool schmeißen Ich vertraue dem nicht Komikerin Ich muss anders laufen ab jetzt Außer dem trägt die eine Hose vom Markt Wo hinten Juicy draufsteht Das ist halt wirklich so, guck mal Ist das nicht schlimm, sieht doch nach einem saftigen Arsch aus Dann lieber Steffi Ne, Steffi ist schon schon gut Fuck Oder neben Boah, Mila sieht aus wie eine Silent Killerin Ja, oder? Ja, ganz ins Schwarze Ja, ganz ins Schwarze Der Junge wiederholt sich halt zum dritten Mal Und zwei Uzzis, ne? Bei Uzzis Und dann dreht die sich und schießt im Kreis und die Zöpfe wedeln so im Kreis rum mit den Zöpfen auch Ja Und dann schreit die, ich fick euch alle Und dreht sich so brrrr Und zwischendurch wirft die noch Ninja Sterne Genau Und dann geht Magazin leer, die zieht Schuh aus und wirft Schuh Und was? Ich versteh nicht Null Null Zwiebel Ich bin richtig froh, dass wir Profi-Killerin Mila an Bord haben Piu, 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 Piu Hast du grad, bist du grad Kugeln ausgewichen? Ne, ich hab selber geschossen Warum duckst du dich dabei? Aber du musst wieder ausweichen, warte Na, damit ich besser ziehen kann So ist meine Hand ruhiger Piu, ausweichen Piu, Piu, ausweichen Gesundheit Piu, Piu, Piu Piu, Piu, Piu Ich hab echt kein Obis, ne? Noch nicht Haben wir Hobbys oder haben wir keine? Wenn wir ne Villa haben, fang ich an mit Tennis Und Schach Und ich mit Gold Ich will ein Pony Piu Willst du das Writen lernen? Ja Ich kann mir die Haare wachsen lassen, hast du ein Pony? Äh 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 Dember Spionage Hey Drohne ausgefahren UPUPU Hab redes gefunden Das Yachs ven? Wer soll das sein? Es Ging schnell, ne? Du bist gar nicht. Dember number one. Unnormal. Ich werde gleich zuhören und lauschen. Gut sieht ihr aus heute. Dankeschön. Was geht, Finno? Das ist Captain Jack Finn. Hey, schicke Schuhe, Finn. Danke, du auch. Lass ficken. Okay, komm, Umelke. Hatzik, mach mich auch hübsch. Vor uns? Ja. Teil des Schiffs, Teil der Kuh. Oh, Bebe. Ist das ein Rollkragenpullover-T-Shirt? Ja, Maniak. Die Maniak. Das ist Zwölfes. Oh. Ja, ich mag, dass hier so ein ganz schwarz zu stehen. Boah, stimmt Weihnachtsmützel, ne? Habe ich gerade geschenkt bekommen. Bald ist Weihnachten. Beim DOJ. Weihnachten. Dojo. Weihnachten. Dojo. Dojo. Wo kommen wir die Pferde aus? Ja. Warte, machen wir die Folter weg und machen wir da. Hat der Manniak gesagt? Pferdehaus. Sollen wir Wichteln machen? Ja. Gott Wichteln. Ja. Sollen wir Wichteln? Ich schenke einen Besen. Ich kann, äh... Du darfst es nicht verraten. Ach so. Eigentlich können wir unter der Kommune die Wichteln, ne? Ich, ich schenke... Einfach ausrollen, der wem was geben muss. Ich schenke eine Machete, die ist 500.000 wert. Boah. Und dann aufschreiben. Will jemand Machete kaufen, 500.000. Ich muss aber dann 500.000. Ich habe schon Connections mit denen gepflegt. Der Logan ruft nachher an. Ich stelle mein Konto für Spenden entgegen. Äh, äh. Hey, John, hast du nicht ausgeheult? Scheiße, ich wusste Marmonation. Was hat der denn jetzt so wieder? Ich wischte mit Schattenbund, ich wischte mit Schattenbund. Ich bin eine Ameisenfarm, glaube ich. Du hast dir seine Shisha umgekloppt und dann habe ich die noch umgekloppt. Warum? Wegen Dywke und Beatty. Warum? Dywke hat die Pfeifen getrennt und Beatty hat mich umgehauen. Es gibt zehn Peitschenhebel. Du hast mich angegriffen, er braucht zehn Peitschenhebel. Weil du mich geärgert hast, du dummer Wichser. Ich habe hier nichts gemacht, ich habe mich gefragt, was los ist. Hey, das ist ein Nein-Nein-Wort. Okay, sorry. Ich wollte dich nicht so nennen. Komm mal runter, Alter. Blöde Kuh. Sagst du, hallo? Hallo? Ich habe mich gerade entschuldigt. Hallo, guck mal. Guck mal. Hallo, 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 guten Tag. Der Rasen hier könnte auch mal Pflege gebrauchen. Ja, Osamba soll sich darum kümmern. Soll ich das eben machen? Nö, aber Juri hat nen Rasenmehl, den nehmen wir direkt mit runter. Für den Park. Wann sollen wir das machen? Ja, ich habe den schon angerufen, der geht nicht dran. Wie ist denn? Mila, geht's dir gut? Mhm. Ach, die ist wieder am Pumpel mit Frauenhantel. Bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo. Hey. Was denn? Bauch, Beine, Rücken, Nackeln. Okay, Kat, das was reicht. Hier Nackeln-Kommando. Was denn nimmer? Vertraue jetzt auch nicht mal, Charlotte. Warum? Hab so ein Gefühl. Ja, aber ich muss sie erst testen. Er muss gerade weggefahren. Aber küsst du den nicht? Nein. Aber willst du den nicht küssen? Ich will gar keinen küssen. Ich bin doch kein Lancelot. Aber bist du... Bist du noch mit deiner Freundin Josie zusammen? Dann war ich 16. Und Giffy 9. Das stimmt, der Giffy war 9. Der hat trotzdem schon mit Sniper gespielt. Richtiges Ghetto-Gate. Bis Papa gesagt hat, nein! Der hatte keinen Papa. Der ist einfach so da gewesen. Giffy ist forever 18. Ja. Forever young. I love you. Fuck my life. I love my dick. Jeje. Ich weiß nicht, warum im Chat halt los ist. Wollte ich mal erzählen, wen du schon alles gebummst hast, Kördus? Ich... Mila ist mein erster Polne. Ja, Lüge. Was war denn mit der Pizza? Was für eine Pizza, Junge? Wo wir huckepack reingerannt sind ohne Socken an. Das ist eine Lüge. Ja, das ist keine Lüge. Ich war Jungfrau. Das weiß jeder. Mila hat mich zum Meerjungemammut macht. Ich habe nie mit einer Knutschi Pizza gemacht. Klar. Sollen wir zu Kodis? Da hast du sogar drei gleichzeitig und wolltest alle haben. Du wolltest nicht mal eine teilen. Das stimmt nicht. Aber die Huckepack-Olle haben wir fertig gemacht. Wir haben sogar bei der gegen die Innenwände geboxt. Also in Wohnung. Axotica. Axotica. Er hat uns so geliebt, er hat uns sogar Pizza gemacht danach. Das stimmt nicht, Mila. Glaub den keinem Wort. Die alte Stadtgarage. Wenn du wüsstest, was der Curtis Ice macht, Mila. Ach so? Hat er schon mal Handstand gemacht? Ja. Bei diesem Ding hat er Mila gesehen beim Klo. Weißt du noch? Ja. Ja. Ja, da hat er mir gezeigt, wie man Pipi macht. Ja. Das ist aber nur, weil er anders seinen Schwanz nicht sehen kann. Bei mir übrigens genauso. Wir sind ja bekannt dafür. Genau. Manchmal kaufe ich meine Tankstände in Bifi wegen der Verpackung. Und schneide die damit durch. Warum bist du jetzt schon wieder so pissig, du Arschloch? Wir sind die mächtigste Familie in der ganzen Los Santos, ja? Aber wir haben die kleinsten Schwänze. Kleinste Schwänze. Ja. Ist das schlimm für dich, Mila? Hey, bei dir geht mich das nicht an, ne? Du musst selber klarkommen damit. Mein Pimmel ist auch klein. Jetzt war jetzt ganze Nachbarschaft. Kommt nicht auf den Hammer an. Genau. Sondern auf den, den er schwingt. Außerdem bleibe ich so immer an der Million V. Halt die Schnauze, stimme ich. Weil du mir nicht glaubst, dann kannst du mein Ellenbogen riechen. Boah, Mila, du hast mich verletzt. Ja, warum? Was du gesagt hast. Ich habe keine Schwänze. Ja, aber du bist keine Merium-Frau mehr. Digga, zählt nicht, Gerdes. Hey. Es rappelt im Kastan. Dong, 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 dong. Aber es ist nicht schlimm, Gerdes. Es kann sein, dass wir uns den Fuckmaster 3000 gekauft haben. Was? Ja, das ist nicht schlimm. Ich bin so im Fahrrad und ich muss immer rein strampeln. Was wird dir gelacht ohne mich? Fuck, Amerika. Ja, ich kann gar nicht. Hier stampelt keiner. Nicht mehr. Sag sowas nie wieder, Mila. Hey. Du bist schon fast mal schwanger geboren. Also, nein, das ist alles. Du brauchst noch mit Wumms. Geboren. Mila warst immer schwanger, ne? Gar nicht wahr. Na wohl. Doch, ihr habt von einem fetten Kind erzählt, der ist Körbsen, sitzt im Keller. Boah, wir waren schon bestimmt seit drei Wochen nicht mehr zu Hause. Wenn wir wiederkommen, ist der Molde 60 Kilo, Maschallah. Ihr seid Pachessin, alles klar. Hiti, du bist ein bisschen wie Jamar. Warum? Nur ein cooler. Wo ist denn der Bademeister? Der ist weg. Nein, der ist da vorne. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Hallo. Habt ihr geredet? Ja, ja. Wir müssen gleich einmal noch was machen. Ich hab dem, ich hab dem das jetzt nochmal erklärt. Ja, hat der das auch verstanden? Ja, hat der. Okay. Ich hab dem das erklärt. In Ordnung. Können wir, also ist alles gut. Du hast jetzt schon mit dem geredet? Mit dem Kurt? Ja, ja. Nur, den rupf ich jetzt an. Okay. Wenn der fertig mit dir ist und danach Zeit hat, soll der mich mal anrufen. Weil ich muss mit dem noch was belabern. Kennt er dich schon der Bademeister? Äh, ja. Bademeister oder... Das ist ein bescheuuter Name, Alter. Ich hab halt noch ein Angebot für den wegen dem, äh, wegen dem Kopfkontakt, den die die ausliefern sollten. Dann geben wir nochmal eine Mio runter für die. Passt du viel Geld? Ja, aber die müssen ein oder zwei Leute, äh, eine Zeugenaussage vorm FLB machen. Meinst du machen die das? Das ist für die eine Möglichkeit eine Mio weniger zu zahlen. Ich würde es machen, wenn ich eine Mio weniger zahlen könnte dafür. Okay, ich sag dem, der soll es bei dir melden. Ja, mach das. Fährst du hoch oder machst du am Telefon? Ich rufe den an und sag, dass du hochkommst. Frag mir, wo du bist. Ja, okay. Gilt aber nicht im Hell, nee. Aber nicht alleine hoch, ne? Falls die irgendwas vorhaben oder so. Man weiß ja nicht. 4965143, ne? Warte. Äh, 4965143, ja. Okay. Dann pende wahrscheinlich nur. Dann fahren wir jetzt nur Cody's was essen. Ja, bei mir geht der auch nicht ran. Ey. Äh. Macht euch mal bereit. Warum? Wegen wat denn? Wie, wegen wat? Was ist? Ja, voll das. Achso, voll das. Ja, da wollte ich jetzt gerade nicht so ansprechen, aber danke. Ja, egal. Wollt ihr da jetzt hin? Ja. Warte rein, ne? Warte rein. Sieht aber ein bisschen maulig aus, ne? Hä? Ey, wo? Ich muss mal hin. Also, da sind zwei, da hinten stehen fünf. So, es sind doch viele. Ich habe zehn Mann, elf, zwölf Mann sind wir schon. Okay. Wir warten nicht, bis wir zwanzig sind. Oder fünfzehn oder sechzehn. Ja, dann aber schnell jetzt. Ja, aber wenn wir nicht zwanzig sind, dann lass am wenigsten auch filmen mit Yadis. Ey, wieso? Wir sind doch mit United. Warte, ich muss dich rufen noch kurz Bombern, die kommen, glaube ich, auch mit. Warte, ich geh kurz Bescheid sagen. Also, der Typ vom Lost, der ging noch nicht am Handy dran. Nein, aber wir fahren jetzt wahrscheinlich was anderes klären dann. Wir fahren jetzt zu den Schworns. Dann kann... Dann vom BTR so lange nach Cody. Mila, du musst nicht mit, ne? Ich will auch mit. Du kannst nicht mit, Demba. Warum? Demba, wir sind Außengeländer. Ihr seid unser Special-Ding draußen. Ihr seid Datenkragen. Ich sag nichts. Datenkragen. Ihr könnt ja so lange bei Cody schüllen, Mila. Oder willst du mitkommen? Dann sag das einfach. Ja, Mila bekommt mit. Ich weiß ja nicht, ob du Bock hast. Ich sag doch die ganze Zeit ja. Hör doch mal zu. Genau, hör doch mal zu. Du könntest auch meine beste Freundin sein, ne? Und bin ich. Was? Was? Und jetzt? Boah, du stehst voll süß, Alter. Ja. Ich mach Schnute. Du bist meine beste Freundin jetzt. Ja. Das sag ich Joko und Klaas. Jetzt gleich. Okay. Okay. So ist das was mit Brettern, weil die haben schon Masken auf. Wo lässt du dir deine Fingernägel machen? Die sind ja oben am Morgen. Bei all die Wände. Oh mein Götchen, die sind vom Tick-Hälchen. Echt? Ja, hat er mir ein Stierchen gemacht gestern. Oh, das muss er bei mir auch mal machen. Das ist ja auch hinreißen. Der macht das nur im Schlaf. Ich weiß nicht, ob Curtis das erlaubt. Oh, nee, ich hab Fanbad-Angst. Curtis. Oh. Geht ihr Sachen mit Waffengewalt klären? Weiß nicht, ich denk schon. Weil er hat Maske an. Mit Schlagschock in den Arsch. Ja. Na gut. Ui. Du musst mir unbedingt zeigen, wie das geht. Antworte nicht, du Hure. Was muss ich? Achso, Mila ist auch gut mit Waffe. Aber ich kann jetzt auch passeln. Was muss ich dir zeigen? Oh, ich hab kein Maske. Können wir immer in den Huren gehen? Ja, bitte, der magelt ihr mit Mila. Folgen Sie mir, Madame? Ja, Mister. Ja, du musst aufpassen. Du brauchst. Ja, gefammelt. Achso. Du bist Bodyguard. Ich bin zu. Wie du. Wie du. Hä? Wie du. Steig in das Auto jetzt ein. Pieper! Wo? Ja, bitte? Wo bist denn du? Äh, grad hinten. Ähm, der vom Lust, der geht nicht am Handy dran. Okay. Also dauert nur ein bisschen, aber wir gehen jetzt noch was anders klären. Kommst du mit, ne? Ne, Johnny hat schon gesagt gehabt, ihr wollt da jetzt irgendwie noch wild irgendwas machen. Ja. Aber das, das lass ich lieber mit Blick auf die Uhr. Okay. Das könnte länger dauern. Dann, wenn du noch ein bisschen unterwegs bist, ich glaub, Dembo und BT gehen gleich nach Cody's. Aber ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen unterwegs. War das mit Mila? Ja, die kommt mit. Die kommt bei euch mit? Ja. Aber ich glaub nicht, dass das lange dauert. Ja, mal sehen, ne? Ich bin auch nochmal sicher. Damit du Bescheid weißt. Jeje. Jeje. Bis gleich. Jeje. Ropen. All die pissen müssen pissen jetzt. Was, pissen? All die pissen müssen pissen jetzt. Ich bin Don. Don Perion. Don, Don Digimon. Ich muss aber nicht pingpang. Hallo, wie geht's euch? Grüße. Ey, Chap. Ja. Hast du noch unsere Funk-Geräte? Ja. Hast du noch nicht wilde abgegeben, ne? Nö. Okay. Chap, nicht clown. Nö, mach ich nicht. So, ich hab mich bereit gemacht. Staffellauf, oder was? Ähm, Jivke kommt nicht melden, ne? Wegen Uhrzeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber Mila kommt mit. Okay, viel Spaß bei der Nachtschicht. Hab keine Nachtschicht. Mach schon mal Essen fertig. Gehst du arbeiten? Ja. Ja, ich komm dann nach Essen. Ich habe Hunger. E-Bank, 333. Okay, mach ich. Mach richtig, Brüder. Und die haben gelogen, ne? Ja. Die haben gelogen, ja. Also so richtig dreist in die Fresse? Ja. Ja, wenn wir vor denen standen. Also müssen die auch cashen. Ja. Denk dran, der wollte uns letztes Mal Waffen verkaufen, ne? Die haben Geld. Da kann man ein bisschen höher ansetzen. Ich hab jetzt gesagt, zwei Millionen, wenn die frech sind, drei. Sag was dazu. Find ich in Ordnung? Die haben dicke Villa und so. Das sind keine broken Motherfucker. Weißt du was? Hm. Du regelst das heute. Aber ich kenne die ganz doll nicht. Ich weiß nicht mal, wo die gelogen haben. Das Ding ist, du musst denen gar nicht sagen, dass die, äh, dass wir, also, wir wissen, dass die gelogen haben, weil wir Informanten haben. Und, äh, die haben zu uns gesagt, dass die erst ganz am Ende von der, von der Dingens dabei waren. Mhm. Ganz am Ende von, von diesem. Aber kann ich ganz ehrlich sein? Ich hab keinen Bock mit dem zu quatschen, ne? Ich bin im letzten Gespräch schon. Ja, aber weißt du, ich... Aber ich hasse den so sehr, den Typen. Aber du... Aber dann kannst du auch deinen Frust an dem rauslassen. Ja, aber kurze Frage. Sind es auch nicht die, die gesagt haben, wo der eine Typ schon da war und der andere ankam und die dann abgezogen sind? Ja, ja. Aber das war gelogen. Ja, das war aber gelogen. Okay. Dann mach du das halt nur, ich mach das nächste dann bitte. Ich hab keinen Bock auf den. Ja, aber du willst doch immer, dass ich die lieber mitnehmen. Aber ich kann nicht, ich knall die alle ab. Ja und? Dann mach das doch. Nee, man soll das nicht. Die stehen hinter dir. Ja, aber nicht so. Die sollen ja cashen. Wenn man die verletzt, dann sind die sauer. Ja, dann... Also hast du auch Verständnis dafür. Dann mach das. Du willst Verhandlungen übernehmen. Mach's. Was? Du hast mir nix zu sagen. Ja, mach's doch mal. Ich kenn die dann wohl, du nicht. Dann sag mir mal, wo die gelogen haben. Wir stehen hinter dir und feiern dich an. Nochmal hab ich dir gerade erklärt. Die haben gesagt, die sind erst später zu diesem Treffen dazugekommen, ne? Das stimmt nicht. Die waren von Anfang an dabei. Und die sagen, die haben uns auch gesagt, sobald sie gehört haben, dass wir irgendwie dabei waren, dass die direkt raus sind aus der ganzen Sache. Aber das stimmt nicht. Die waren voll drin. Die waren die ganze Zeit voll dabei. Also die sagen, dass die zu diesem Treffen... Die sind dazugekommen, haben gesagt, wir sind nicht dabei. Genau, aber die sind da geblieben und waren, wer ist das, voll dafür. Und waren von Anfang an dabei. Und das ist mit geholten Prozent. Ja. Ja. Ah, guck mal, wer da kommt. Ja, der Drift King. Puh, nee, Alter. Lass den einfach verkloppen. Dann geht der wieder. Kann nehmen wir jetzt gerade nicht an. Gerade nicht. Habs geklärt. Ja, geht halt wirklich gerade nicht. Kann nehmen wir mal Autos holen? Aber der hat neue Tisch wird an. Alter, der sieht einmal fresh aus, außer seine Kapi. Ja, lass es sein. Sieht aber fresh aus, bis auf Kapi. Du hast dieselbe Kapi auf, du Arsch. Nein, ich hab ne andere. Ja, Junge, aber dieselbe von der Form her. Die sieht aus wie Dauern. Ja, aber... Ähm... Der macht doch gerade viel... Halt deine Schnauze, Nickelodeon. Du Dio. Ich frage dich, ist die Weltstelle des Kilochen jetzt vom Fregez-MC oder nicht? Oh, er hat Termine. Muss los. Ach, der Typ, der hier gerade mit der Kutte stand, war der Shorty. Was für ein Shorty? Hier, hinter dem Dings, hinter der Formatstelle, die da gewohnt haben. Da, wo wir damit die Barbecue-Balty gemacht haben. TBC. Keine Ahnung. Ja, genau, TBC. Du weißt ja, da ist so Kapi's Liebe, ne? Gut, vielleicht wird er auch. Und sein OG ist ein Medizimann geboren. Will aber keiner. Alter, Demba, Junge, sagt doch nicht stark. Sein OG hat das allererste Treffen veranstaltet, was um uns ging. Mhm. Und wem? Ja. Ist das nicht dieser Krupa? Ja, echt jetzt. Also kann er sich direkt verpissen, wenn ich den das nächste Mal hier sehe. Stelle ich den ab. Nein, warte mal, aber das war der OG. Das ist nicht der OG, der Shorty. Doch, die sind... Also als ob der alleine reingegangen ist. Pfff. Der hat Knarre auf mich gezielt. Also ganz ehrlich, wenn ich was mache, mache ich das auch nicht auf alle einen Gang. Sondern ich spreche das vorher mit euch ab. Und ihr seid meistens auch immer dabei. Ja, da soll ich einfach nicht mehr chillen. Fertig. Ja, ja. Da war jetzt ein Spaß mit Abstecken. Aber Juni. Hm? Will aber auch immer dabei sein. Willst du das jetzt auch mal lernen? Oh Gott. Nicht noch so einer. Wie nicht noch so einer. Ich kann das, soll ich es euch allen zeigen. Ja. Ja? Wirklich? Nimm die Flossen auch. Rennst du den Ja, die schneidest du ja alle ab. Also so nimmt man die hoch, ja. Und dann muss man die durchladen. Und dann ist sie schon fertig. Kann man schießen. Du hast das Magazin vergessen, du Idiot. Fertig. Wo ist denn Abo? Der ist doch hier. Wer steht hier? Der hat einen Maske auf? Hallo. War du mit dem Hase? Keine Ahnung. Der kommt wahrscheinlich bald. Ja, ist wahrscheinlich noch auf dem Feld. Der hat das Arbeiten, ne? Weiß ich nicht. Warte, der ist gleich da bestimmt. Was zum Teufel war das denn? Ruf dir mal einen an. Ruf dir mal einen an. Ich hab bei meiner Tasche rumgewühlt. Ich hole den Hase, ranne. Johnny, lern mich an. Nimm mich zu deiner Auszubildung. Hä, du könntest gar nicht nur ausbilden. Na, Siko. Ach, du Scheiße. Siko. Da musst du dir noch erst mit dem Hammer auf den Kopf holen. Na, Siko. Siko. Wir sind, wir machen wie die Rampen. Der eine lernt von mir, der andere lernt von dem anderen dann. Genau. Und alle verkaufen sich eigentlich. Na klar, dass ihr unseren Style kopieren wollt. Lass ihn doch von Mila lernen. Ja. Oh Gott, ich sehe schwarz. Ja, akzeptier sie. Halber Startpooper. Irgendjemand hat eine Babykatze getreten. Gar nicht. Fußhuppe. Ich akzeptier sie als Lehrmeisterin. Brauchen wir so viele Autos? Weiß es selber nicht. Ich dachte gerade auf, wofür so viele Autos. Aber wie viele sind wir? Okay, einsteigen. So schön kuschelig warm in der Mitte vom Kreis. Ja, was ist mit dem Hase? Oh, mir wird kalt. Ben, einsteigen. Der kommt noch. Bin, kommen sie. Brauche sie als Fahrer. Deka, kommen sie bei uns rein wieder. Die gleiche... Ja, perfekt. Hier, nein. Wo rennen sie hin? Jut. Nehmen, so. Boah, nicht der Bohnen, Mann. Der verloren. Ey, jetzt sitzt ich schon wieder bei dem hier. Das gibt es doch gar nicht. Was denn? Wie war die Summe nochmal? Zwei? Zwei. Ja. Weil die Freie sind drei. Ja. Richtig. Tschüss. Jut. . Jut. Vielen Dank. Wir werden ange... Hier der Hase ruft dann. Der ist da. Der ist gerade runtergefahren. Ja, ja. Hauen Sie mal ab. Musst du noch Kamerastativ holen. Ruf mal den Mo an. Ach stimmt, wo ist Mo? Wahrscheinlich vorne. Ja. Der zweite. Geh ich dir auf den Sack? Der zweite. Ritt hinter euch. Ich schrei doch nicht rum. Ich rede normal. Ich weiß doch, ob du ja. Ich ruhe mir denn... Schrei nicht so! Echt mal ins Maul. Ja. Was zum Tor war das? Haben wir jemanden koffert? Mal hinter uns. Oh, hinter uns kommen welche. Könnten die Yardis sein. Die warten jetzt auf James Don. Das sieht so bescheuert aus, Mann. Was zum... Was? Hä? Was? Hä? Drück mal Handbremse. Wer, wir? Ja. Ja. Was macht die hier? Was macht ihr hier? Wir wollten gucken. Hier ist jemand in die Straße reingefahren. Wir dachten, jetzt gibt's die Action. Wer war'n das? Das war der 28. Ah. Jump Street? Ja, weiß ich nicht. Ja, und was suchen die hier? Eben war Dingens hier. Der BOM. Ja, weiß ich nicht. Was hat die hier gesucht? Die suchten James Don bestimmt. Was hat die James Don denn schon wieder gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Das wollte ich herausfinden. Was das geht, das beflügt, dann geht. Ich will dem Wagen nachher mal Power fahren. Den hier? Hm, fährt er gut? Ja, der ist gut. Den Wagen kaufen wir eh. Italien getrun, ne? Den kaufen wir eh. Wolltest du nicht ne Furia? Ich hab doch schon ne Furia. So. Ne, mir da. Let's go. Let's go. Warte, wir haben gerade ein Telefon. Viel Spaß. Dankeschön. Was haben wir am Telefon? Ich hab Mo am Telefon, vorne. Ja, das ist Häschen. Hase ist Rancho. Ey, Curtis, willst du den Wagen haben, den die gerade hatten? Ja, wenn er gut fährt? Ja, der fährt sehr, sehr, sehr gut. Aber Hase kauft den eh. Boah, Hase ist Arbeitstier. Guck mal, wer da angelaufen kommt, links. Ja, aber das ist doch nicht Rancho. Der ist ja komplett los. So dumm, ne? Was wollen die? Kann nicht James Thorn. Das ist BOM. Heute ist wieder klar, dein Scheißsonntag. Tagsam. Tagsam. Irgendwann nächste Woche im Lika. Ja, heute ist wieder Bretter Sonntag, Junge. Alles in der Natur. Was zum? Was zum? Alles gut. Alles gut. Lässt du mich wieder unten raus? Jo. Obwohl, scheiße. Nicht da. Was machst du denn? Doch. Wir gehen von hinten dran. Guten Tag, Männers. Mahlzeit. Hallo. Dachtsam. Grüße. Dann können die Katze direkt weglegen. Moin. Moin. Auflegen. Einmal alle auflegen. Gut, gut, gut. Hattchen. Hoi. Tag, Tag. Was kann ich euch tun? Wo sind die Cheppe hier? Einmal alle zusammenkommen. Sind wir doch. Bist du hier der Chef? Ja. Hier vorne der Chef mit der Weste. Ja. Tag. Servus. So, wir hatten uns ja letztes Mal schon getroffen, ne? Richtig. Und da habe ich jemandem vorgeschickt, der vielleicht ein bisschen netter ist als ich. Ja. Aber jetzt komme ich bald. Ich habe so einen Kragen und du fickst meinen Kopf. Okay, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Mit deurer Scheiß-Lügerei und jetzt brauchst du nix irgendwie quatschen von wegen, ich habe nicht gelogen, ihr wurdet verraten, ihr seid gefickt. Was haben wir jetzt schon gemacht? Ist mir scheißegal, du weißt genau, was du letztens gesagt hast und wo du gelogen hast. Bezüglich was? Bezüglich dem Treffeln und dass ihr abgehauen seid, ihr wurdet verraten, ihr snitcht von eurer eigenen Gruppe. Die snitcht, das ist unsere eigene Gruppe. Genau. Und für den Fresse, sonst knallt ich dir in den Kopf, hast du verstanden? Halt deine dumme Fresse. Oder hast du irgendwas zu melden? Hast du nichts zu melden, dann geh in das Haus rein und lackier dir die Fingernägel. Misskind. Für deine scheißdreckige Lügerei, weil du mir auf den Sack hieß, zahlt ihr jetzt. Zwei Millionen. Hä, für was für eine Lügerei? Wiederholst du das noch einmal, fick ich hier alles weg? Ich komme hier mit dem Bagger und stammt hier alles ein. Ich kann dir so viel sagen, ich habe keine Ahnung von dem Plan oder sonst irgendwas. Was schreit du so? Will sonst noch einer schreien? Okay, und jetzt zahlt ihr drei Millionen. Drei Millionen bis Dienstag. Was, 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 was willst du? Wen wirst du wegficken? Ging nicht gegen euch, es ging gegen wen anders. Ja, dann fickt eure Verräter, die euch beraten. Es ist uns scheißegal. Wirklich selber, ne? Oh, das ist durchgewischt, man. Und notiert euch schön alles. Ihr Lutscher. Der Hase wird er schnell am Trigger. Der hat gesagt, mach den weg. Der weiß genau, wo der gelogen ist. Wisst ihr, was das Problem ist? Der weiß genau, wo der gelogen hat, ne? Und das ist wieder dieses typische Verhalten. Ja, aber wo denn? Ja, was denn? Der weiß genau, was ich meine. Geh doch einfach deinem Mann und sag, was du getan hast. Ja, warum? 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 Und haben wir jetzt? Wieder zurück. Das war, glaube ich, schon eine kleine Message. Schon seit damals mit der Info, ne? Dass die uns ficken wollen. Wisst ihr noch? Äh, das war schon lange, ja. Schon damals, Alter. Wisst ihr, was die machen den ganzen Tag? Die treffen sich mit irgendwelchen Leuten lahm und scheiße. Und dann, wenn Zeit auf hart kommt, sagen die, wir waren das nicht. Das waren die anderen. Nur, das stimmt ja nicht. Die Lügen. Die sind nur am Lügen. Ja, der Fall, das habe ich tatsächlich, aber ich habe von vielen, sag ich jetzt mal, Gangsgruppierungen noch nicht irgendwie irgendwas gehört, die sich irgendwas verdient haben. Aber das wundert mich tatsächlich nicht. Bei so einem großen Haufen muss es nichts geben. Ja, wenn die wüssten, wer dann im Kreis stand, wer uns Infos gegeben hat. Ja, aber trotzdem, da muss irgendwas, aus so vielen Parteien, da kann nichts werden. Man kann solche Sachen normal klären, aber mit denen kann man nicht normal klären. Weil die wieder irgendeinen Scheiß erfinden. Also, komm mal. Nein, ich habe keine kurze zum Schnurr. Das ging doch fix. Och. Ich habe nichts gegen die Leute hinter denen. Das ist einfach nur AP, für die Leute, die zugucken. Das ist einfach nur AP. Okay, aber diese Gruppierungen, die versuchen immer, ihre Schuld in andere Schuhe zu schieben. Jedes Mal. Und das geht nicht. Hm? Ich dachte, du wärst ein Lieber. Naja, das ist ja schon... Und da ist der Fehler. Das Ding ist, es steckt noch so viel dahinter, schon damals, habe ich gerade schon im Auto gesagt, die Info von Steffi damals, ne? Ja, ja, ja. Wo die uns ficken wollten und bei uns vorbeigefahren sind, den ganzen Gedöns. Die schließen sich immer größeren Sachen an. Warte mal. Die schließen sich immer größeren Sachen an. Aber wenn das nicht funktioniert, versuchen die ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und geben dann den anderen die Schuld. Ja, weißt du, was der Ding ist, der Fischer mir mal gesagt hat? Was denn? Der ist sowieso noch verwundert, dass der Typ überhaupt noch lebt von dem Folders. Weil die übelste Ratte ist. Wenn die nicht zahlen, stampfen wir die weg. Komm mal mit. Wenn das ein Kopf schon sagt. Juni, ich sag's dir, ich hab nen Bagger, ne? Ich mach das Ding platt. Ja, ja. Mit dem wird nicht diskutiert. Bei den Ruckern ist das, was angerissen wird. Die sind wenigstens da und sehen die Empfehler ein. Ich bin froh, dass du dich so aufgerappelt hast. Das ist ja mal was ganz Neues. Die ganz neue Seite. Das hat mich gerade ein bisschen verblüfft, muss ich sagen. Siehst du, ich kann das? Ich bin stolz. Ehrlich. Zwei Millionen. Drei. Drei. Bis Dienstag. Bis Dienstag. Was hat der Fischer gesagt? Der wundert sich, warum du überhaupt noch lebst. Jaja, wir hatten, als wir, als die, als die, der Lost North bei der United da vorgestern war, ne? Mhm. Und die Folders direkt hinterher gefahren sind, ne? Mhm. War der, war der Fischer, stand der auch da. Und ich hab mit dem Fischer geredet, ich hab zu dem, und der hat mich halt gefragt, warum die ganze Scheiße so ist und ich hab denen erklärt, so, ne? Dass sich da acht solche, solche Gruppenscheiße da zusammentun und gegen uns irgendeine Scheiße machen, ne? Und, ähm. Dann, ähm, hat der gesagt, ah, okay, okay, sag ich so, jetzt sind wir hier, weil die verkacken scheiß Drecksfolders, dann wird er hier stehen und, äh, warten nur drauf, dass der irgendwie, weißt du, dass wenn der Lost North da jetzt irgendwas macht, so, und dann passiert irgendwas, dass die mit einfach wieder drauf gehen. Dann hab ich gesagt, ich bin einfach nur hier, weil ich hab keinen Bock drauf, dass sich wieder zwei, drei, vier, fünf auf eine stürzen. Das muss nicht sein. Und dann meinte er jetzt zu mir, ja, äh. Erinnerst du dich noch an damals, wo es hieß, Folder und Rocker und so wollen, äh, hier, das mit den Yardis klären, 56 und The Park und so? Ja, ja. Da hab ich damals mit dem Davis gequatscht vom Kiez. Der meinte dann, der kann bei dem Folder, bei dem Folder-Typen was klären. Weil die so, weil der Kiez irgendwie auf geschäftlicher Ebene mit denen zu tun hatten. Und der meinte dann auch, du musst ein bisschen auf die aufpassen. Die versuchen immer die Schuld, was die machen, also was die Verbrechen in andere Schuhe zu schieben. Und so überleben die schon, ne? Seit was weiß ich wie vielen Jahren. Immer, immer das Gleiche. Ja, das sind einfach kleine Ratten. Mehr sind das nicht. Aber bei uns kommen die nicht damit durch. Ganz einfach. Ich hab benutzten. Wenn man, wenn man Scheiße baut, dann muss man dafür gerade stehen. Und das ist einfach so. Du musst dir einfach mal auf die Zunge zergehen lassen, dass wir, wir, alleine, die denken nicht mal daran, dass einer aus deren Kollektiv von diesen 100 Leuten, die gegen uns was machen wollten, dass da einer snitcht. Ja. Nicht mal die Ruck haben damit gerechnet. Und was wollen die am Ende verraten? Von den Leuten, die da standen. Alle. Du weißt, was ich meine. Naja. Von deinem Typen da, die kamen. Naja, ich weiß. Die haben die alle verraten. Die haben alle verraten. Du weißt über alles Bescheid. Wie kann man denn davon ausgehen, wenn man mit so vielen Leuten in einem Kreis steht? Das ist doch viel zu unsicher. Ja, eben. Wie kann man davon ausgehen? Wenn du doch was Geheimes planst, dann musst du so wenig wie möglich an Leuten haben. Aber, naja. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ja. Es gibt bestimmt wieder irgendwie so einen Tischkreis. Ja, ja. Glaube ich auch, glaube ich auch. Aber, mir ist das egal. Ich hab da, ich hab, also... Ihr schreckt davon nicht zurück, weißt du, was ich meine? Das schreckt davon nicht einschüchtern. Ich weiß, dass, wenn wir was machen, dass das richtig ist, weißt du? Alles andere interessiert mich nicht. Wenn ich die Informationen bekomme. Dass alles, was wir machen, Hand und Fuß hat. Natürlich. Und das ist halt Hand und Fuß. Ja. Die Scheiße haben die sich alle selber eingebrockt. Wir rennen, genau. Wir rennen ja nicht dahin und machen das, weil wir, weil uns langweilig ist oder weil wir Geld machen wollen. Nö. Sondern, weil wir einen Grund dafür haben. Den die uns einfach geliefert haben. Und mit Sicherheit wissen die nicht mal von dem Grund. Also, der Typ, ja. Aber ich denk mal nicht mal... Ich denk nicht, dass wir die Informationen weitergeben. Dass da die Leute überhaupt wissen, was da abgibt. Ja, dann war... Ja, wann kommt ihr? Jetzt gleich. Fünf Minuten. Soll ich dir mal was sagen? Okay, weil... Ja, okay. Wir müssen gleich mal quatschen wegen Business. Okay. Okay. Ja, bis gleich, dann mal. Ey, Gottes. Nachdem wir beim letzten Mal bei den Folders waren, ne? Und die ja gesagt haben, ah, wir haben damit nichts zu tun und so, ne? Wir sind sofort abgehauen. Nachdem das passiert ist, haben die sofort alle anderen angerufen und haben gesagt, versteckt euch lieber. Die suchen euch alle. Oder die suchen uns alle. Die waren gerade bei uns. Das hat schon einen Grund, warum wir da hinfahren und die Mexis da stehen. Natürlich. Mann, du wusstest... Wo wir beim letzten Mal da waren, haben die die anderen angerufen. Die sollen sich alle verstecken. Dass wir die suchen, dass wir Bescheid wissen. Ja, so überleben die. Ich weiß nicht, an welchem Film ich das... Und jetzt tut er, und jetzt, und jetzt tut er wieder auf einen, äh, ich weiß nix, ich weiß nix, ich weiß nix. Laber mich nicht voll, Alter. Ich schwöre dir bei Gott, wenn der kommt und sagt, wir haben so viel Geld nicht, ne? Und der bietet uns jetzt, und das ist das Ding, der hat uns letztes Mal Waffen angeboten. Das heißt, die dealen mit Waffen. Und die haben so ein Grundstück, Mann. Die haben Kohle ohne Ende. Hast du mal gesehen, die ganzen Autos, die da stehen? Und wenn nicht, soll dann eine Karre verkaufen oder zwei? Eigentlich musst du mit 10 Millionen verlangen. Jaja, also ganz ehrlich, also diese zwei Millionen am Anfang, die waren noch Roman, ne? Boah, der hat mich schon aufgeregt. Egal, jetzt muss er drei Millionen zahlen. Lass mal bei Koldis was essen, gehen wir mit Alman. Ja, können wir machen. Ich weiß nicht, ich muss noch kurz ein bisschen was klären. United will noch was klären. Waren die schon bei den Rückern? Ja, deswegen, der wollte mich jetzt gleich darüber aufklären. Und ich muss noch hoch in der Eastside zu diesen Albanern. Weil irgendwie der Lost und so viele wurden jetzt irgendwie angegriffen von denen und angeblich sondern die Albaner gewesen sind und ich will einfach nur wissen, ob der die sind. Weil zum Teil wird sich auch wieder für uns ausgegeben. Ja, aber mittlerweile rembelst du mit Affenmaske rum. Ja, aber, ne? In Gruppe mit Affenmaske. Ach so, egal. Das ist jemand, Junkie Park. Egal, sollen die kommen. Sollen alle kommen. Ganz Stadt kann kommen. Ich hab nur einen Bagger. Jaja. Ich hab wirklich einen Bagger, ne? Ja, kann ja sein. Ich hab eine Planierraupe. Oh, oh, oh. Ich weiß Bescheid. Alles klar. Machen sie es gut. Arrivederci. Finger im Po. Mexiko. Ich hab gleich wieder in der Bett. Da gibt's gleich wieder ne Nachricht in der App. Was für ne App? Was für ne App? Ja, Handy. Warum schon mal ne Palave irgendwo? Handy, ne Nachricht. Ne, ne, alles gut. Was haben die für nen Plan? Boah, Junge, ich bin immer so entspannt, seit ich diese Musik höre, ne? Playlist kann ich irgendwoher. Ich brauch die. Habt ihr das mal beim Hase probiert? Fick dem Hase die Pläne, jetzt war die Jokerzeit. Fick dem Hase mal die Pläne. Da schießt er direkt rein, ey. Ich hab meinen MP3-Plan nicht dabei. Der wird noch aggressiver. Habt ihr auf meinen Kopf hier rechts? Ja, können wir machen. Ja, Kodis bin ich noch dabei. Wo fallen die jetzt denn? Oh, keine Ahnung. Tut mir leid. Junge. Was ist denn? Raffaion, was ist denn mit dir los? Gleich zahlst du zwei Millionen. Ja. Du zahlst gleich zwei Millionen, du hast doch Geld. Jetzt sind's frei. Ja, lass. Abfall, Kodis. Ich bin ja echt dafür. So wie beim Lost und so. Dass wenn eine Sache beendet ist im MP, dass man dann sich die Hand reicht. Und ich werde euch heute noch zum Lost gehen und denen das nochmal sagen. Dass ich die Hand darüber halte. Dass die ihre Tradition im MP da aufbauen sollen. Die im Motorradclub wieder. Weil ich das auch schön finde. Weil ich auch an den Server denke. Ich finde das schön, wenn die Hocker so rumfallen mit ihren Mopeds. Und dass die alle Zeit der Welt haben, sich wieder aufzubauen, um ihr IP weiterzumachen und so. Aber das gerade, oder die Gruppierung gerade, und das ist auch kein Hate. Weil ich nicht weiß, wer da überhaupt das Sagen hat und wie deren Strukturen sind und so. So was kotzt mich an. Dieses, ich mach was, ich werde dabei erwischt, aber ich stehe dafür nicht ein. Und ich stehe dafür nicht gerade. So, obwohl das eigentlich schon, man will immer weiter versuchen zu lügen und das anderen Leuten in die Schuhe zu schieben und bla bla bla. Und dieser IP-Strang hört nie auf dadurch. Das ist eine Gewaltspirale. Und das finde ich ist nicht cool. Man hätte jetzt wieder reden können und sagen können, ja so und so, dann hätte er wieder gesagt, nee, war nicht so. Dann hätte man wieder in den Formel bekommen, ja, das war doch so. Dann zwei unterschiedliche Gruppierungen dann, ja doch, das war doch so. Und dann kriegen die ein Brett und dann wieder und wieder und wieder, bis es kein Ende gibt. Irgendwo muss eine IP-Stange aufhören, alter. Ja, ja. Hashtag meine Meinung. Ich glaube, es sieht so aus. Ein Workout. Ach, sag, wo du hinläufst, Junge. Halt, du stehst du mir im Weg. Mach die Augen auf. Lille, oh nee, oh ii, guck, oh, bäh. Bäh, ii, oh, ii, oh. Tritt gegen sein Auto. Halt die Kappe. Tritt gegen sein Auto. Ja, fahr besser. Quanzlutscher. Ich hätte voller Angst, hast du gesehen? Ich hätte auch voller Angst. Weil dann so eine zahnlose Form beim Auto stehen würde, der Joa. Weil ich hab 10 noch. Ja, und die klebst du dir jeden Morgen vom Spiegel rein. Eigentlich nichts dafür, wenn du immer haust. Ich hab dir die 10 aus dem Kiefer geholt. Ja. Oh, oh. Ja. Ja, okay, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Aber warum seid ihr jetzt nicht mit den anderen Jungs? Was denn? Mit Codys, ja. Guck mal. Der Abo der 3-Farben, oder? Mit welchen anderen Jungs? Ja, die sind doch was abgehauen. Johnny oder was? Warte, BT. Ja, ja. Ja, BT. Keine Ahnung, wo die sind. Okay, mein Lord, okay. Bis später. Johnny hat gesagt, er braucht die 3 und dann, äh, dann wieder. Das sind die Jungs wieder aus dem Tor. Bei den Ropen gibt's sowas nicht, Jungs. Bei den Ropen ist alles rein und dealte für sich und, äh, alle für die anderen. Nee, ich bin nur bei Kuschelseinen dabei. Und ich bin bei gar keiner Gruppe innerhalb von der Gruppe. Danke, wir haben ja mit Stress, wir müssen mal die Jarni schüllen. Oh, ja, okay, okay. Ruf die mal an, wir machen Babacabaldi heute. Aber da müssen schon noch ein paar mehr kommen, ne? Ja, lass die BOM auch noch anrufen. Nee, die sind zu stark. Bei denen hab ich Angst. Ja, bei denen zittern die Hände. Hat ein bisschen gedauert. Oh, Mann. Worüber hab ich wen informiert, über was? Ja, ja, Johnny weiß über den Waffentyp. Das ist halt so die erste Sache, die ich dir in den Kopf geworfen hab, von wegen sitze ich Claire heute alleine. Also quasi alleine mit Jun und so. Naja, wir waren nun später in den Ruckern, der entweder telefoniert der die ganze Zeit oder der pennt. Der Jute Kurt. Boah, der MP3-Player geht aber vorfett, ne? Boah, ich hab auch die ganze Zeit auf dem Knopp im Ohr die Musik an, ich weiß nicht. gestern zum Einschlafen hab ich mir die auch angemacht. Da mach ich immer so Gewitter an. Ja, das kenn ich auch. Hast du schon gemacht? Ja, ja, das ich liebe Gewitter und so prasseln auf dem Dach. Schlafen wir heute einen Park oder einen Täler? Wie du willst? Wie ich will. Ja, eigentlich können wir ja wieder einen Park schaffen. Ja, schlafen im Park. Ja, wir schaffen einen Park. Also ich würd mich gerne rekrutieren lassen. Ja, aber ich werd schon vermissen. Wir hatten tolle Pyjama-Partys. Ist da noch Platz, Kürzis? Wo ist Platz? Bei den Ropen. Ich würd mich rekrutieren lassen. Na klar. Bei den Ropen Wir müssen nicht beim Klughafen abholen. Ja. Ja. Avo will den Ropen beitreten. Ja, es wollen voll viel jetzt den Ropen beitreten. Das ist die voll viel da jetzt. Ja, ich bin auch so ein Frischdinger. Aber ihr habt alle die gleiche Stimme malen. Äh. Nichts. Ich würde bei Gott was sollen. Wollen voll viel jetzt den Ropen beitreten. Ja, die Ropen sind nur die Krasse. Dankeschön. Dankeschön auch. Ja, ich glaube. Und auch er. Macht das doppelt. Auch. Das Maul immer. Wie halt das Maul. Warum sagen wir alle ich soll das Maul halten? Ich werde die gleich rummischießen. Ich bin besonders stolz auf meine Straßen. Guck dir das mal an. Das hat nicht hübsch die Texturen. Ah, Schoko bist ach, du bist arbeiten, ne? Kann ich dir gerne schicken. Ich glaube, ich bin der einzige Streamer mit L.A. Rhodes. Christo, geh raus an Benio. Jetzt der Nächste, der sagt halt Small. Achso, okay. Was glaubst du denn, wie lange dauert das so im Durchschnitt? Au. Hui. Ähm, wie lange dauert das im Durchschnitt, wenn man schläft? Drei Kugeln Eis. Ja, das wäre cool, wenn es so schnell gehen würde. Ja, okay. Ich werde mich dann gleich mal bei ihr melden. Ja. Alles Klärchen. Komm mit raus. Du musst sagen, alles Klärchenbärchen. Alles Klärchenbärchen, dann werde ich mal auflegen. Matzi, Schatzi, Tschüss. Ich mag so mit Schwarz dran. Schwarz, der Tod. Wir sind der Tod. Ich habe heute meine erste Therapiestunde vielleicht. Okay. Ich bin krank und gestört. Aber ich will, dass du krank bleibst. Ja. Ja? Gefällt dir das? Du brichst ein bisschen nach Schwanz, aber das ganze Nolde. Ja, ich hatte den Mundwasser heute benutzt. Alles klar. Oh, Entschuldigung, der Herr, waren Sie vor mir hier? Ich habe schon bestellt. Der hat schon bestellt. Ich möchte auch bestellen. Hallo. Ja, ihr könnt gleich bestellen. Warte. Ich fahre doch auch. Ich will 50 Tüten Mayo. Hallo. Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr auch bei mir bestellen. Du hast Wichs gefügt. Boah. Jetzt gehe ich nach Hause. Dann tue dann immer Bestellungen auf. Wir wollten zwischen deiner Pause stören, Bruder. Jetzt nicht. Ich will vier Schokoschakes und vier Cheeseburger. Vier Schokoschakes. Vier Schokoschakes und vier Cheeseburger. Ich möchte auch was, ne? Geht das zusammen bei euch oder der macht Ja, geht zusammen. Ja, ja, ja. Das zahlt alles. Sehr gut. Ich zahl für meine Klicker. Danke. Aber nur für die Wopeln. Für die Wopeln. Okay. Ich bin jetzt offiziell dabei. Alles klar. Was möchtest du haben? Ich möchte ein Quarkroppen-Eis. Was ist das? Du magst das so? Oh, warte, warte. Ich habe das. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt habe ich das. Ja, sehr gut. So. Ein Quarkroppen-Eis und... Du musst jetzt gucken, ob es da ist. Okay. Und dann nimmst du mir... Hey. Was ist mit dir? Aua, aua, aua. Drück mir nicht die Tür gegen den Kopf, du Arsch. Er ist einsteigen lassen. Viermal? Nee, er ist aussteig. Scheiße. Eigentlich ist er aussteig. Du hörst mir zu. Geht ab, Junge. Du hörst mir zu jetzt. Ja. Hörst du mir zu? Ja, ich bin hier. Die Wopeln entwickeln sich immer weiter. Ja. Bald sind wir die Kuckuck. Okay. Und ich erinnere dich jetzt hier zur Oberrope. Du musst den Namen zusammenhalten. Ja. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Dann können wir uns nochmal eine klatschen. Nein, willst du eine Nackenschelle? Du bist jetzt die Oberrope. Ja. Okay? Ja, was ist mein Aufgabengebiet? Deine Aufgabe ist, alles zusammenzuhalten. Dass keinen Scheiß gebaut. Ja. Pass zum... Nimmst du diesen... Du bist jetzt Rang 12. Aber ich bin doch schon OG. Ja, aber du bist jetzt Oberrope Moji. Oberrope Moji mit Ruh. Ja. Und das bedeutet, du besorgst den gefälligsten Hemd mit einer Hose-Krawatte. Und das muss ohne nicht aussehen. Yes, we can. Gut. Und was soll ich zusammenhalten? Die Raupe-Bande. La Clique. Okay. Die Schicken-Raupe. Ja. Ich hab meinen eigenen Fahrer nun. Mila? Ja, bitte, mein Freund? Ich bin nun Oberrope-OG. Äh, nein, wir sind alle OG. Aber ich bin jetzt Oberrope-Muji, hat K. das gesagt. Der hat mich ernannt. Äh, und warum ich nicht? Weil ich hab das Geburtsrecht. Du musst... Genau. Du bist geboren. Äh, ich hab Geburtstag heute. Du bist ein Schlammlut. Dich muss ich noch auswimmel, da. Ich muss alles zusammenhalten, Mila. Zusammenhalten? Genau. Das heißt, wenn du BH ausziehst, ich muss wieder zusammendrücken. Genau. Zum Beispiel. Ist eine Aufgabe. Wenn du deine Schuhe aufsinnst, musst du dann mal die Schleifchen machen. Genau. Schleifchen, ja, okay. Na schön. Aber nicht an deinem Schleifchen schleifen, ne? Nur Schuhe. Mag ihr keine Pflaumen? Das andere Schleifchen ist mir vorbehalten. Das steht so in der Beziehungsvereinbarung. An dem Feuchheitsgürtel? Ne, da haben wir schon abgegradet auf einem Amlog. Stolz. Ich dachte, du kannst den Bolzenschleiter so. Jetzt geht's los. Okay, Curtis. Jetzt mal eine andere Frage. Nein. Doch. Wie, nein? What a ficky? Jetzt mal, hör mir zu. Hör mir zu. Hast du da nur mal einen Klatschen? Ja, gib's mir. Halt's noch. Ja, ich will auch. Okay, komm her. Okay, kein Thema. Komm, wir härten uns ab. Weiter geht's. Du bist dran, Curtis. Nein, verbiss dich, Alter. Ja. Au, Beatty. Okay. Und Beatty ist zufüllen, ne? Jetzt ist jeder wach. Beatty, dein Spitzname ist Dunperion. Curtis. Was traust du mir zu? Traust du mir dein Leben an? Wenn's um geht um Donner und Blitz. Ich vertau mir dein Leben an. Okay. Ich will rettern. Was willst du? Was? Brettern und pitten. Ich will jetzt zugehören. Ich will brettern und pitten. Dann musst du dich bei der Polizei bewerben. Aber so von... Ich hab schon fast Ausbildung bei Nachtschicht. Also, ich will dazu. Dann musst du bis tief in der Nacht da sein. Dann hast du kaum Schlaf. Ja. Und machst die Drecksarbeit. Mhm. Also nicht bei Nachtschicht bei den Hornswoggles, sondern bei uns. Unsere Nachtschicht heißt aber Uble Tupen. Ja. Uble Tupen. Nicht lachen bitte, sonst gibt's nen Klatsch. Ich hab nicht gelacht, das war... Warte, der Feind steht im Kreis. Der Feind steht im Kreis. Oh. Hat er eine Shisha dabei, die wir umtreten können? Aber guck mal. Du Arschloch. Ich werd immer gesagt, halt's mal. Du bist dumm. Kommst nicht mit. Bist klein. König, ich hab dir eine geklatscht. Nö, ich hab dir eine geklatscht. Voll auf den Nacken, du Idiot. Nein, du bist nicht dumm, aber du sagst dumme Sachen. Ich hab schon gesagt, den Nächsten er das sagt, töd ich. Einfach so. Ich glaub, du gehst mal mit zu Milas Therapiestunde. Bin ich eine von euch? Ja, ich bin eh voll aufgeregt. Ich trau mich gar nicht richtig. Sollen wir zusammengehen? Ja, dann muss ich sagen, dass ich verrückt bin. Ich bin ja gar nicht gut darin. Ja, dann stell ich mich als Tup vor, der alles zusammenhält. Was? Dann stell ich mich als Tup vor, der alles zusammenhält. Grüße, die Bestellung ist fertig. Danke. Die hat echt von Dungo bestellt. Eure. Aber der geht zum meinen tiefen, tiefen Danken. Oh, wild. Was ist denn? Costa, Gwanda. Mh, Costa, Gwanda sind 1445. Ja, ich schlafe neben dir in einen Trailer. Da ist mir meine Wand drin. Ja, du hast doch aber gesagt, Costa, Gwanda. Du hast gefragt, wie wir es kosten. Ja, Costa, Gwanda, gib mir meine Essen. Achso. Endlich wieder nicht mein Dreckslafen. Das soll ich dir Schokopast stellen, ne? Du hast so viele Stimmen in deinem Kopf. Ja, deswegen gibt es ja die Schokopass. Du, mach Rechnung. Ja. Ich habe schwarze Mark verkauft. Easy. Da kann ich eingehen, was ich will. Ja. No Limit. Ja. Nimm dir ruhig 1% Trinkgeld. Keine Ahnung, wie viel 1% sind. Danke. Okay, wie viel? Schmecken lassen. Verschuldene. Nee, ich muss noch der Mila essen geben. Demba, können wir uns auf 6 Dollar einigen. Aufschmerzen. Du kannst auch 10 Dollar in Raten bezahlen. Ah, perfekt. Okay. Bei dir pro Tag einen Dollar. Ja. Auf Kombi in Raten aber. Kein Thema. Geld verwaltet der Chauffeur. Biti. Du kannst an ihn zahlen. Er gibt mir dann weiter, ob es angekommen ist oder nicht. Vollzugszinsen sind 99 Cent pro Minute. Okay, Biti möchte doch nicht. Dann geben wir halt. Gib's mir. Oder Mila. Mila macht's auch gerne. Was guck mal, ob ich hier nicht verwalten habe. Geld verwalten. Ähm. Ja, klar. Gib mir dir die 10 Dollar und dann. Der bezahlt dir in Raten. Der gibt dir 10 Dollar. Wie viel 10 Dollar? Mein Gott, bin ich lost. Oh, danke schön. Warte mal, was? Du bist eine Spitze vom Lust? Okay. Nein. Stell die Kutter aus. Du hast bestimmt eine Kutter unter dem Hoodie. Nein. TK. Ich hab Kriegsverletzungen. Du bist der Sohn von Dr. Ulta. Ja. Die KMX. Hm. Das war alles im Sale. Das matcht sich, ne? Wo sind die jetzt hingefahren? Warum nehmen die euch nicht mit? Wer? Ja. Nachricht. Johnny. Juni. Nee. Ja, die stinken. Die stinken. Das hab ich mir ums Hals zu. Okay, Kerl. Das haben wir nicht noch einen Termin, wo ich die Schnauzeilen sollte. Ja, aber der geht noch nicht am Handy. Aber ich kann den Architekt anrufen. Wir sind noch nicht am Handy. Ja, hier bei Mila morgen. Halt sich einen Termin. Haben wir schon eine Hood? Ja. Hä? Hast du nicht mal die bekommen? Nee. Wir haben eine 10 Millionen Dollar Villa in Weinwood. Hm. Bist du billig, ne? Du bist billig, Junge. Bin ich gar nicht. Hast du auch schon einen Ort? Du kannst mich rekrutieren. Ich mach alles. Jetzt seid ihr müde? Alles. Wir haben schon wieder 10 Uhr, Alter. Energie. Okay. Ja, jetzt kannst du auch wieder ein Biti zahlen. Oh. Ich hab aber schon 10 Dollar gezahlt. Du hast sie weggeschmissen. Gleich tritt den Klappstuhl um. Ey. Das machst du nicht. Demba. Mach mal beide zusammen. Du kannst schon mal die erste Sache regeln. Was denn? Such mal den Cody, der arbeitet. Ja. Und sag dem Schutzgeld. 500 Dollar die Woche. Okay. Hier spricht Curtis Kusch. Schönen guten Tag, Herr Kusch. Ich hab gehört, sie haben eine Machete, die sie mir schicken wollen. Die Machete stehen zum Verkauf. Ja, machen wir 0 Euro Fahndungsbasis. Machen wir eine halbe Million. Mhm. Oh, doch. Machen wir, machen wir, dass der Junkie-Park-Video wöchentlich zahlen muss. Du bekommst nix. Das Einzige, was du bekommst, was du sonst ist, die Brettkollege. Ja. Stimmt, ich wäre auch fast wegen dir gestorben. Eigentlich ist das so eine Lebensschuld, die du bei mir hast. Warum? Was haben wir mit eurem Achete zu tun? Die haben dir einen Sack Zwiebeln geklaut. Und haben die eingeschmolzen. Ja, Johnny, stopp, das suchst du dir nicht. Ihr wollt dich nur ärgern, ne? Ja, na klar, wollen wir dich ärgern. Und dann wieder Gang kriegt, wegen einer Machete. Klar. Alles. Weil ich bin Jali, ich baller nur. Ja, und wir sind im Junkie-Park, wir verstecken uns bei euch. Äh, verstecken wir uns nicht bei euch? Boah, aber dann kuscheln wir ja gar nicht. Aber das Ding ist, wir können ja gar nicht kuscheln, wir sind auf die Horde, wir sind eins. Aber ich bin auch Hordler. Ja, deswegen, wir kuscheln ja nicht, wir sind einfach eine Gang. Stimmt. Ja. Ganz genau, das ist aber nicht. Aber wir sind keine Gang. Ne, stimmt. Wir sind eine Gruppe von Zivilisten, die Spaß haben will. Ja, wir sind Freunde. Gute Freunde, kann niemand hören. Freunde, die chillen. Ich will mal in Italien-GTO-Profahren. Ja, musst du lieber mir klären. Was zum Schwubbel gehen? Oder zu James. Ja, warum kommt ihr nicht mal bei Cody's was essen? Supportet your local markt. Weiß ich nicht. Ich hab Göttel auf dem Kakerlack. Ja, und ihr wundert euch, dass ihr die ganze Zeit nur noch im Torf steht, nichts zu tun habt, die Kruppel. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Mit Lammleinig. Die steht immer, wo ich im Torf hab nichts zu tun. Alter, du Schnauze, Jürgen. Ja, dann komm doch mal her. Ich brauch eh ein bisschen Backup. Ich hatte heute große Reste. Bist du da voll Cody's? Haben wir Arbeit oder was? Nö, ich esse ja. Ach, du isst? Ich brauch eh ein bisschen Bodyguards. Ja, ja, okay. Ich hab heute Wille gehabt. Aber ich hab keine Jungs mehr hinter mir, ich bin jetzt alleine. Ist nicht schlimm, es reicht. Aber ein bisschen, ja, okay. Solange du die Fleckern hast, hat er dir die Angst. Richtig, richtig, richtig. Dann komm. Na ja, ich bewege mich gleich mal. Ich bin dir die Milch-Check. Alles klar. Hau rein. Das ist leicht. Aber der bist gleich der Porellenrutz. Lass den Milch-Check einfach von Dungeon machen. Grafe genug. Den Milch-Check einfach von Dungeon machen lassen. Ist dann bei uns Schutzgeld holen? Weiß nicht. Geh guck. Lonnie. I'm so lonely. I'm lonely. Boah, klärt ein Scheiß-Lontag. Was sind die? Da war der noch da. Danach war der weg. Im Urlaub geflogen. Coal ist mein Turf. Was ist das für eine Fregel? Bojot, ne. Boah. 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 Dit ist der für eine Síche. Nein? Nein. Okay. Siehst du, ich bin nur vom Zwieschluss umgeben. Also dann zahle oder es knallt. Ganz einfach. Dann hast du halt nie wieder Geld. Ich klau dein Fahrrad. Du musst mit Cody quatschen. Cody hat mich schon auf eine andere Idee gebracht. Verrückt. Ja, dann nutzt du die auf jeden Fall. Tu ich ja gar nicht. Willst du arbeitslos werden? Wir sind gerade bestimmt zehn neue Leute reingekommen. Bedien die du mal. Ja, wenn die an die Theke kommt, bedien ich die auch. Immer. Ja, dreimal ja nicht. Göttest du mal Knochen besuchen bei der 49er? Wer sind die 49er? Achso. Wir haben bis Dienstag Zeit zu zahlen. Achso, ja. Ich wollte einfach nur mich nett mit dem unterhalten. Dein Finger zückt schon, wilder Junge. Aber da habe ich mehr Hass auf die Folder tatsächlich wie auf die Folder. Ja, das ist... Weißt du, was Juni mir gerade gesagt hat? Was denn? Der Fischer meinte, der wundert sich hier, warum dieser Folder-Typ nur lebt. Ja, was den Kopf gibt, da gebe ich eh nicht so viel drauf. Hä, wie sind die gerade mit dem am Quatschen oder was? Mit wem? Mit den Fischer. Na, der Fischer meinte, der ist so Juni, Mann. Vorgestern, gestern. Doch, vorgestern, ja. Ich frage mich aber auch, wenn diese Folder sich über Wasser halten. Machen die Business, ne? Ja, wahrscheinlich Waffen, der hat uns so Waffen angeboten jetzt mal. Was denn für welche? So 50er und so ein Scheiß, bestimmt, ne? Naja, diese... Wie heißen die Dinger? Diese Knarren. Äh, schwere? Mh, mh. Bombets? Boah, irgendeine Batch-Pistole. Was meinst du denn für eine? Du schreibst das Ding. Keine Ahnung. Wie hier? Wie eine normale. Nee, nee, nee. Ich glaube, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Ja, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Ja, dann die. Ja, das ist die Combat. Boah, da könnten wir eigentlich gut Schreib machen. So zehn Stück abziehen, wäre schon Baba. Mit der Combat sehe ich nicht. Und weißt du, wie die Überlebenhase, indem die bei großen Aktionen immer mit am Tisch sitzen? Dann sagen, ja, ja, wir machen mit, bla, bla, bla. Wie damals, ne? Mit der Info von Steffi. Ja, ja. Und wenn das in die Hose geht, dann versuchen die so zu tun, als hätten die nichts damit zu tun. Wie jetzt auch wieder. Deshalb bin ich auch gerade so ausgegangen. Genauso wie die 49ers. Die sind beide Lüge da. Ja, okay, ich hab doch gesagt. Ich hab das gesagt. Ich hab gedacht, Jax steht neben mir. Okay, ja, ey. Der hat erstmal die ganze Zeit die Fresse gehalten, der Typ. Körpers, wir haben dich verstanden. Und danach hat er ja bald... Und dann hat er einreiten. Buh. Bei denen jetzt. Bei den Vollern. Wir lassen das jetzt knallen. Also bei den Brothers kam das so an. Ja. Das war grünes Licht für mich jetzt. Ich würde schon bis Dienstag warten. Dienstag ist Zeitag. Kennst du unser Familiensprichwort? Die letzten Tage war schon viel bleib. We aim not to lose? Nein. Da steht bei den 49ers oben am Schild. Was war der Familienruf, Ticker? Nicht diskutieren, ziehen und schießen. Ja. Weniger quatschen, mehr klatschen. Ist auch gut. Aber weißt jemand, wo Juni jetzt denn ist? Ne. Ich glaube United nochmal, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, der sitzt an dem Tisch. Ich habe eine Vermutung, aber... Ja. Der Juni kommt auch nicht mal aus dem Putze, ne? Oh mein Gott, Alter. Ey. Mach die Mucke aus, du Spasti. Hat geklappt. Was denn? Cody regelt das. Hast du 500 Dollar bekommen? Ja. Hast du nicht gedacht? Ne? Doch, klar. Ja. Seid ihr gerade was am Klären? Äh, jein, ja, nee. Warum? Weil mich das gewundert hat, dass ihr Abgeordnete und alle anderen irgendwie stehen geblieben sind. Äh, ja, wir waren kurz bei United, haben da was geklärt. Jetzt gerade sind wir bei den Yardis. Uh, okay. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. Puh, ein Schuss, alle tot. Warum geht er denn nicht im Handy? Basta. Spür eine uble Dunkelmacht in mir. Ja, das ist der Stiff, Lord. Das liegt ja in unseren Familie. Ich kicke auch mal. Toll, unsere Gespräche gehen nicht im Handy. Alright, cool. Ich werde richtig ubelbose. Immer fünf. Du hast gerade wegen Elisir den Ball ausgefragt, ne? Der hat erstmal gegen die Fensterscheibe. Aber? Aber, Digga. Komm, will du mit raus? Ja, hier steckt es nach Frittenfett. Wollte ich auch gerade sagen. Machst du heute noch super nirgendwo? Das ist fette Oberschenkel. Was? Was? War mir der das Auge halt? Ja. Fette Oberschenkel. Ja. Da habe ich schnell gelernt jetzt, oder? Wollen wir das gleich austesten? Jetzt habe ich fünftigen Pickel am Rücken in der Mocke. Kannst du das jetzt nochmal wiederholen? Nein, du verinnern dich das bis Dienstag. Und dann machen wir das Dienstag. Wenn es zwei Wege geht, links oder rechts, dann immer rechts. Immer von rechts. Immer von rechts. Regel Nummer zwei. Dann breit machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber so, dass die Gegner es hören, um den eins zu machen. Ja. Und immer auf den echten schießen. Immer auf den echten. Richtig, richtig, richtig. So wie dann zu toll. Guck, von Bibel den Hundesohn. Wir haben mir das Ball gebracht. Wieso bringt mir keiner was bei? Das sind doch drei Regeln. Da kannst du aufpassen. Wir bringen der einen Raupe das bei. Die bringt euch das bei. Ja, die Raupe sind connected. Die Bikini sind nicht tilt. Ja, genau. Mit ihren Schwänzen von den Kokons. Ja, die anderen sind bei den Jadig. Können wir da hinfahren? Ja. Äh, ich muss noch mit dir hin. Ich bin mit Autor hin. Mit dir. Mit mir? Ja. Ey, den war. Ja, komm, aber schnell. Hast du meine Frage? Nein, war du nur Spaß? Komm. Nein, die Mila schreibt mir ein Ohr. Komm. Immer einen Mülltonnen quatschen, weil das Aluf vor dir ist und dann können wir uns nicht abhören. Okay. Okay. Oh, du bist echt von mir. Warte. Ähm, okay. Ähm. Ich. Du darfst dir morgen nichts vornehmen bei neun Uhr. Warum? Weil es wichtig. Warum? Darum. Es ist wichtig. Hochzeitsvorbereitungen? Nein. Sag mal. Vertau mir einfach. Du vertaust mir doch, oder? Ähm. Guck mal. Diesen Augen kann man doch nur vertauen. Äh. Guck doch. Guck mal, wie süß ich bin. Mhm. Okay. Ja? Okay. Neun Uhr. Neun Uhr. Ich glaub, da ist er rum. Ja, ja. Okay. Mhm. Du machst nachts. Muss ich duschen? Ich mein, wir leben jetzt schon echt lange im Trailer und immer mit anderen. Wir haben noch nie Zeit zu zweit gehabt, ne? Muss ich oder muss ich nicht? Wallah, du hast sich verändert. Ähm. Ich glaub. Ich. Ich glaub, vorsichtshalber, geh mal duschen. Der Hörste. Ach, echt zur Hölle und die ganzen Fliegen nerven mich auch schon. Hallo, die kommen aus deinem Mund geflogen. Gar nicht. Na klar, mach mal. Siehst du? Ich hasse dich. Ich geh in den Bett. Macht's gut. Hau rein. Hau rein, Nata. Ich sag, bro. Komm, wir gehst du in die Nadine. Das nächste Mal, das geht. Neun Uhr, ne? Ja, ich glaub schon. Ja. Ich hab einen Hungs-Sex. Neun Uhr wird gebratet, Junge. Darf ich mitmachen, mein Mann. Aber Curtis, ich geh mal rechts rum. Immer rechts rum. Und breit machen. Pass mal zu den Nadine. Seid ihr mit Auto, ja? Ja, mit Auto. Ja, aber Zweitürer. Ist egal, BT fährt uns. Wir haben Schuppe. Hältlich wird Mila mehr Frau. Wir haben genug Autos? Ja, ich bin schon immer ne Frau. Ne, ich glaub nicht. Mehr Frau. Ne. Mehr Frau. Warte mal, ich hab mir kurz die Ohren zu. Wenn der wieder losfällt mit seiner Mucke, Junge. Okay, Farah kann uns fahren. Ja, haben wir genug Plätze? Nein, ich kann nicht fahren. Kommt Huckepark. Ja, dies? Was ist das? Ja. Komm, spring auf. Ich kann auch noch einen mitnehmen. Guma. Also jetzt sei nicht traurig. Hey, hallo. Warum soll ich traurig sein? Ja, ich weiß genug, was du wilder willst. Da ist ein Blutrinds, Linger. Blutrinds, ich bin heute nicht geworden. Da fehlen noch vier. Du bist belast, Thirstie. Thirstie. Oh. Da steigst du nicht ein. Wohin geht's denn überhaupt? In so ne Billowkarre. Ruhe. Jemand muss bei Nickelodeon einsteigen. Das ist so auf. Hast du nicht so sehr, ne? Mila, wohin gehst du? Bau, du verballertes Mädchen, ne? Gott, wir haben kein Auto. Doch. Ach so. Was macht die aber? Einsteigen, Junge. Ja, dies war das, ne? Einsteigen, Junge. Ja, ja. Ja, dies. Oh, Knallerei. Rechts. Oh. Rechts. Rechts, rechts. Los, los. Ich will nicht fahren. Raus. Raus. Du bist falsch geboren. Rechts am Baumarkt. Dritte Karre um die ritte Karre. Wachen sie bitte das Licht an. Hier, ist Knallerei. Rechts, Junge. Wo fährst du hin? Ja, am Baumarkt habt ihr gesagt. Boah, der andere Baumarkt. David Street. Wo ist denn hier noch ein Baumarkt? Boah. David Street. Achso, der Baumarkt. Das ist schon vorbei. Wollen wir Hallo sagen? Dann fang nicht ein. Achso. Kannst du Lichter machen? Ich hab... Kannst du Lichter machen? Ja. Oh, Schlamm. Guten Abend, Herr Hadi. Wo bist denn du? Wir sind auf dem Weg zu euch. Digga, ich stehe gerade im Codeys. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu neuen Turf. Ach, Junge. Da solltest du vielleicht nicht hingehen. Warum? Weiß ich nicht, Digga. Die sind einfach komisch drauf. Wer? Das ist einfach nicht gut für deine Psyche. Soll ich dir wie das? Es wird doch... Es wird einfach... Weiß nicht, Digga. Warum? Was ist da los? Es ist ein schlechter Einfluss für dich, Karl. Oh, Jamstone. Jamstone, Bräterei. Echt? Nicht reinfahren. Nicht reinfahren. Oh, Jamstone, Bräterei. Jamstone, jetzt da. Anscheinend. Ich habe schon wieder rausgehört. Ja, John? Kann nur sein, dass es nur Knall-Apps malen. Wo? Junkie Park? Warst du am Junkie Park? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, klar. Grüßen Sie. Jetzt klingt mein Handy. Warst du am Junkie Park? Wir sollen nicht zu den Yadis. Achso. Du kommst jetzt vor uns? Nein, wir kommen. Wir sollen nicht da hin. Ja, jetzt kannst du. Das ist gut. Jetzt können wir da hin, sagt im Telefon. Ja, ja. Das ist gut. Nee, wir hatten ja nackte Frauen, Bruder. Das ist doch nichts für dich. Ah, Managa? Oh, Mann. Hauptsache aus Brasilien. Eingeschifft und so. Oh, jetzt fällt er extra durch Jamestown, ne? Bruder, die schießen doch auf uns dann. Der ist niemand. Der hat zu den Yadis, da bin ich durch Jamestown. Jamestown ist niemand. Also, nix machen. Immer noch. Biti. Was? Fahrt zu den Yadis. Soll ich nicht nach oben gehen? Okay, nach gutem Fest und noch einmal gegen mein Autor nennen. Was ist dein Kollege? Okay. Okay, zurück, Junge. Ich soll euch was ausrichten vom Bademeister. Ausdrücklich. Was denn? Wenn jetzt gleich Folderleute runterkommen und denen so nach dem Motto alles scheißegal, wir sollen einfach aus dem Weg gehen, nix machen. Wir? Ja. Wir jetzt hier im Auto? Ja. Warum? Weil der kann noch nix Konkretes sagen, der wird noch Bescheid sagen. Wir sollen es nur so machen. Wir sollen uns nicht einmischen. Wir sollen gar nix machen. Wir sollen denen aus dem Weg gehen. Wir sollen diesen Folder-Typen aus dem Weg gehen. Mhm. Wenn die kommen sollten. Wohnen hier die Yadis oder wo? Weiter geradeaus. Okay. Ich kenn mich hier noch nicht so aus bei den Gings und Gings. Also nix machen, hat er ausdrücklich gesagt. Bademeister. Original. Was ist denn da? Was? Da hat einer einen fliegenden Teppich. Ey, Curtis. Johnny wurde umgeschossen. Von wem? Weiß ich nicht. Habib, weißt du nicht. Weiß ich nicht. Hä? Äh, oh, jetzt wird es aber... Äh. Hi. Aber was ist so der Wald? Was ist denn toll passiert? Wo hat er den fliegenden Teppich her? Ja, was gebrochst. Johnny, wurdest du abgeknallt? Nein, wurde nicht. Warum sagst du? Ah. Ah. Geht's dir nicht gut? Wo ist denn deine Yassi? Alter, dein Arm rutsetzt. Dein Arm rutsetzt. Schwabbergründchen, nein, Alter. Nein, nein, war Spaß, war Spaß. Die haben so viel Angst vor der Drohne, ne, Alter. Das ist richtig dumm, dass man Angst haben muss wegen Meta. Boah, Komoda sieht aber ein Schwarz-Sauwild aus. Ich bin wieder frei. Was ist passiert? Hm, bin hingefallen. Und wenn die kommen sollen, wir uns nicht einmischen. Wer? Wallah, du hast schwer. Der Waldmeister hat gerade mit dem mal geredet. Ja, was denn? Dass wir uns nicht einmischen sollen, wenn die volldass kommen. Wie nicht einmischen, hä? Ja, wir sollen nichts aus dem Weg gehen oder so. Wie jetzt? Ja, ich kapier das auch nicht. Wo kommen die hin? Hm, zu uns. Im Park. Aber ich weiß doch nicht, was der mal gequatscht hat. Ich ruf mal Phil an. Vielleicht labbelt er auch schon mit dem Scheiß, der Demmer. Oh man. Ah, Johnny. Billy? Was ist denn? Ja, mich. Ja, was ist da jetzt? Ich halte das nur so beiläufig. Ja. Ja. Das ist alles. Wallah, du hast sich verändert. Was denn? Ist rösser als ich, ne? Ja, ich hab auch Hacke Schuhe alt. Okay. Okay. Ich bin ein Gabber jetzt. Ja. Guck mal, ein leuchtendes Songbeercing. Mag das. Ich dachte, es ist ihm. Ja, lass dir mal telefonieren. Hat der Bademeister gesagt. Ja, aber ich glaube, du hast es falsch verstanden. Nein, der hat ausdrücklich gesagt. Nix machen, weggehen. Frag ihn. Als ob wir uns verstecken. Sollen wir. Wir verstecken uns nur in den Yalis. Warum sind wir dann hier? Ja, weil das Yali-Türfe ist. Der ist tot. Hallo. Hallo. Ja, Tag. Hallo. Grüße. Das ist das Männchen, kann ich dir haben? Hä? Wie viel bietest du? Drei Kamelen. Hallo. Memo, 20 Ziegen. 20 Ziegen. Aber 20 Ziegen sind nur zwei Kamel, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, ich hätte noch einen Kamel. Kann ich schon in Italy fahren? Italy, ja. GTO? Probefahrt. Wo ist denn der? Anschluss? Der ist gerade weggefahren. Go, Gruppe? Ist nicht mehr da. Okay. Aber der ist gut. Aber der hat keinen Hexboiler. Denk dir ein. Bau dir ein, aus Papel. Denk dir ein. Denk dir ein. Wenn du mich nochmal disrespektest, dann haben wir Krieg. Okay. Och, du Scheiße. Alter. Aufs Hängematte gefallen. Boah, ich hab mich einmal gedreht in der Hängematte, auf einmal bin ich heruntergefallen. Zum Mann, komm mal kurz. Ist ja, weil du vor die Niner bist. Achte mal auf die Schwingfresse. Du lachst dich behindert, Digga. Alles klar. Behindert sag mal nicht. Du lachst nicht schon, ne? In unserem Rollstuhl. Du wurdest auch mit dem gelben Bus abgeholt. Das kannst du, kannst du so nicht. Ich kann es so nicht sein, wenn Curtis hier. Sonst beleidigst du ihn wieder. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Du machst das nicht BOM-Turf hier? Ja. Halbjahr, die Halbhase. Bumgelt euer Zünderchen. V.A.P. Bumgelt euer Zünderchen. Bumgelt euer Zünderchen. Bumgelt euer Zünderchen. Wer steht wo? Hä? Dein Tier, Junge. Bumgelt. Was denn? War doch selber. Mein Anzug. What? Digga, dein Aufzug, Junge, steht hier. Ja. War doch nie so unangenehm, einen Kompliment zu. Ist von Gujo Mani. Ja, das seht ihr jetzt schon. Und Louis Karton. Darf ich mal drin riechen? Oh, riecht irgendwie ein bisschen nach Kinderhänden, Digga. Ich bin ehrlich. Und jetzt riech mal hier drin. Oh, riecht irgendwie ein bisschen nach Kinderhänden. Ich bin ehrlich. Ich glaube eher, dass das an deiner Mutter riecht. Wie bitte? Du schläfst mit deiner Mutter? Ja, du schläfst mit meiner Mutter? Wow. Okay. Nein, der hat mich einfach berührt. Einfach wow. Ich krieg's übrigens morgen Lasagne. Nein, ich wollte in den GTO fahren. Ja, ey. Äh. Ähm. Selbst wenn die Großfriste haben, einfach nix machen. Warum? Ja, aber es passiert, das haben viele gemacht. Meine Mama ist hoffentlich ein Rostituierte. Super Essen. Und welchen Kohl? Ja, nicht Super Essen. Okay. Ah, hi Leute. Ich will ein Köln, das sehen wir uns haben. Ah, hi Leute. Thanks, thanks, thanks. Wie geht's? Ich seh's. Gut, 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 gut. Und selber. Soll ich dir anmachen? Der Motor qualmt. Willst du fahren? Ja, hier. Fahr mal. Der Motor qualmt. Das hat der Motor nicht angemacht. Fall nicht tot. Du hast nur ein Leben. Der Mulder qualmt. Aua. Oh, mein Nacken. Mila. Steig aus aus dem Auto. Ja. Das qualmt. Ja, das qualmt noch mehr. Mein Nacken. Oh mein Gott, ich habe einen Unfall gebaut. Ja, das darfst du nicht machen. Wieso bist du denn da eingestiegen? Ich wollte fahren. Ja, aber das ist schon klar. Das ging aber schnell. Die Lenkung funktioniert nicht. Du kannst einfach kein Auto fahren. Weil das kaputt ist. Der Motor qualmt. Ja, du bist gegen eine Wand gefahren. Was qualmt der da? Der hat schon vorher gequalmt. Und die Lenkung funktioniert nicht. Warum würdest du mit einem qualmenden Auto losfahren? Das macht gar keinen Sinn. Ja, ich wollte Probefahrt machen. Ah ja, bestimmt. Aber er qualmt doch. Warum machen wir das? Ah, mein Nacken. Schöne Auto, mein Uff. Schöne Auto. Schöne Auto. Das ist eine Dreckskarre. Voll geil, die Karre. Das ist so ein Dattes. Oh, das kann ja die Schrottpresse. Jetzt werde ich traurig. Meinst du, es so schlau ist, hier zu rauchen? Wer weiß, was da rauskommt. Hä? Das ist nur Wasserdampf, du Dude. Ah, wenn du dich ausgehst, dann mach mal rein. Oh, nee, warte. Was soll das denn, Alter? Ich wollte Motorboot fahren. Wenn der sich dunderlegt, bockt das Auto auf. Bist du denn jetzt so zu mir? Nee, das sieht doch gut aus, da unten noch. Wahnsinn. Achso, sagst du, fährt noch oder was? Ihr müsst halt mal hochheben. Alter, ich seh die Hände. Ich bin zu fett, mein Bauch steht fett. Ich mach mir doch nicht die Finger schmutzig für den Pöbel. Was hab ich abrund gemacht, du Fettelviech? Sag, ich bin NRW. Was bist du? Ja, Biti. Auch uns in der Abholung, Milord. Ja, bitte, und Mil auch. Aber auch, ja klar. Lass mal gucken, was da so ist. Ich schau da mal durch. Mil, der Taxi kommt. Da müssen wir die 100 Meter nicht laufen. Ich schau mal drüber, was da so groß ist. Ui, das stinkt. Ui, ui. Ja, du gehst da auch in deinem Finger, nicht am Motor. Ja, der war ein Bauchnabbel. Gut, gut. Der muss short Platz, das sieht man. Er ist nicht mehr zu gebrauchen. Motorradhändler, Sperrzuhl, Hitler. Das hat die Knallen, der ist grad. Ja, da war ich eben, das war wild. Was sind denn Pudi- Schau dir dieses Unterkleid an. Mila, was sind Pudi-eilichen-Maßnahmen? Pudi-was? Pudi-eilichen. Ich weiß nicht, die haben's eilig. Ach so, reparier mal die Kamera, was soll denn das, den Schrott hier mitten an der Straße stehen zu lassen? Ja, ja, ist okay, Ui, ich mach das schon. Mach hinne. Und kauf den BH-Schwabbel. Hä, findest du nicht gut, wenn's wackelt? Dreckige Asoziale. Oh, mein Nacken tut weh. Bevor wir gegen den Baum gebumst. Baum gebumst. Vielleicht kannst du einen Scheidertauern. Wir fahren jetzt alle da in die Brette reingucken. Wo? Beim Motorradhändler. Nee, von Davis. Ja, können wir gerne auch gucken. Wir bleiben mal bei uns, ein gepackt Fahrzeug. Aber nicht so nah, das ist gefährlich. Genau. Ich schuze mit Gans. Nicht Ente? Nee, für real, boy. Ich sag's dir mit Gans. Echten. Gans. Oh. Oh, schönen Hund. Da liegen die Lucha. Sind die tot? Sind die gestorben? Lkw-Unfall. Baba? Sind die gestorben? Gestorben. Sind das Tote? Geboren. Moin, Meister. Die zielen schon mit SMG auf uns, weil wir da nicht durchfahren dürfen. Ah bon? Voll frech von denen. Geht weg, ihr Gesinnte. Was ist das denn da hinten? Das ist Foridem, Bademeister. Hallo. Vorsicht, ne? Bist du Bademeister? Ob ich Bademeister bin? Was kommt man hier weg? Warum? Schreib mir nicht an, Junge. Schreib du da weg. Beschüssener BOM-Spaß, Alter. Wer hat uns da jetzt angelabert? Keine Ahnung. Weißer Karren. Will schnauze. Ich weiß nicht, was die los ist. Da vorne sind ein Haufen weißer Jugolas, die wurden gerade alle niedergemäht. Also ich glaube, BOM hat gerade Probleme. Wer ist denn BOM? Na, die Affen mit den weißen Flecks. Bruder, woher kennst du die? Ja, die wollten mich damals abfacken auf der Pilzroute, weil sie die wohl noch mal hatten. Der hat den Fick weg. Pilzroute gehört in den Nadis. Ja, jetzt. Die sind zauer. Sehr gut, sehr gut. BOM ist dir gerade vorbeigefahren. Du meint, wir sollen uns verpissen. Ja, Mann. Ich grüße sie. Was geht ab? Ach. Was geht? Oh, den Kernschluss. Ich hätte mir gefallen sollen und dann nicht durchfahren. Ja, wir fahren nicht so durch. Ich möchte gerne ein Praktikum bei euch machen, aber ihr wird das immer verwehrt. Ja, warum wohl? Hä? Ich darf nicht mal hinterher fahren. Was denn passiert, der Polizermann? Na, eine schöne Sportszigerette. Ach, die joint aus. Der eine macht so, der andere so, dann so. Die drogen weg, Mann. Das ist ein Kippe. Sack, nein zu drogen. Ach, da ist doch der. Achten Sie auf den Ton, wenn Sie mit den Don sprechen. Müsst du Polizermann. Ey, Jungs. Ihr seht doch, dass es eine Polizermann ist. Warum fahrt ihr da durch? Ja, fahr doch nicht da durch, bitte. Nicht wundern, wegen meinem Ansatz. Kannst du die Handbremse einmal ganz kurz, bitte? Mein Duda. Hä? Guck mal. Wir können ride-alone werden. Wir fahren nur zwei Beile zu Autos rum, ne? Ja. Ja, nur damit du Bescheid weißt. Ja, ich weiß, die haben auch gerade schon eine Ansage bekommen. Aber danke dir. Macht 500 Dollar. Ein Kartelesegerät? Ja, ja, ganz kurz. Hab ne Karte. Noch nicht. Dankeschön. Ja, vielleicht wenn du nächstes Mal das Yogi Yoga Ding gewinnst, dann kriegst du 500 Dollar. Sonst gibt's Brett. Boah, ich muss mir erst nur Karten besuchen. Volli, mehr Glitzerkarten. Boah, hast du die eine her? Wie hieß die Nummer? McMillen. Boah, McMillen ist echt selten. Ja, ach, bist du nicht der Kopf, der mir mein Chef da wiedergegeben hat? Ja, könnte sein. Ah, Zopp. Wir hatten auf die Presse gekommen. Grüße. Grüße. Also gewonnen hat keiner, würde ich sagen. So viele wieder liegen. Bei Ligener, BOM, ne? Mhm. Auch. Ist dem Gucken, wa? Zum Glück bin ich kein Krimineller. Wenn ich jetzt auf die Tattoos an dein Gesicht gehe, würde ich sagen, ja, aber irgendwie siehst du nicht so aus. Das ist Körperschmuck. Körperschmuck? Ich hab auch einen Elefanten am Schwanz, der du mir. Kleiner oder großer Rüssel? Leider klein, aber... Ist halt Baby-Elefant. Baby-Elefant, okay. Der ist süß. Mit so einem Seelen. Nee, danke. Warum? Ich hab Schnellfickerhose an. War keine Jogginghose. Der hat trotzdem ein elastisches Band oben. Ach so, dann einfach so... Und ein Loch zwischen den Beinen. Weil ich trag dich schon ein paar Tage. Ja, wenn du schon ein paar Tage triggst. Da ist eine Absperrung, bitte nicht durchfahren. Danke. Ja, so geht's auch. Was ist hier denn... Ah, oh. Grüße. Was ist hier denn, Luz? Schönes Teil, dass du da am Hals hängst. Ja, danke. Was ist denn das wert? Auf der Straße oder bei uns? Auf der Straße. Ich glaube nicht, da grüß mir. Keine Ahnung. Ich bin ne gute Aushilfe zum Putzen. Oh, ich bin nicht so auf... Doch, ich bin schon. Nee, nicht zum Putzen. Ich kann sagen, ich bin nicht so auf der Straße, aber das ist hier loben. Bist du dein Name? Meiner? Der Herr? Ich bin O'Brien. Der Herr O'Brien. Ja, das ist korrekt. Der Herr O'Brien, Sie bekommen in den nächsten Tagen mal einen Anruf. Das wird selten, wenn Sie den annehmen würden. Ja, im Normalfall nehme ich immer alle Anrufe an. Ja? Wundern Sie sich nicht, wenn ich genervt reagiere, weil ich werde ständig angerufen. Ich glaube schon, dass das den Interesse weckt. Ja, wie gesagt, angehend es sich immer. Weil da geht es nicht genau um solche Dinge, wie sie um Hals tragen. Oh, das klingt ja erstmal nicht verkehrt. Da scheinen Sie, ne? Da haben Sie Interesse, ne? Ja, klar. Ich habe immer Interesse. Ich mag Menschen. Teilweise. Ich nicht. Ich bin voll misantrag. Ich kann halt bloß nicht äußern in meinem Beruf. Dann kriege ich Ärger von meinem Chef. Was ist das denn? Ja, wäre ein bisschen kacke, wenn ich als Ermittler irgendwie nicht so gut mit Menschen kann. Ermittler? Ja. Ja. Ich weiß das auch nicht. Ich komme gerade vom... Hübsch liegt der Kollege aus. Ist das ein Bademantel oder ist das ein Anzug? Keine Ahnung. Der heißt Schwabbel. Was heißt der? Schwabbel heißt er. Seine Titte fällt immer raus. Guck mal. Ins Kreuzfeuer. Ja, gut. Schwabbel, jetzt kauf dir mal ein BH. Deine Titte fällt immer raus. Hallo. Guten Tag. Was seid ihr jetzt so zu mir? Das kannst du kein Schwanz ansehen. Du kriegst so ein Einlauf komplett. Du schuldest mir Geld. Du hast Auto kaputt gemacht. Ja, du hast Auto kaputt gemacht. Das hat schon gequalmt. Nein, Lüge. Ja, die Witzen brüllt. Was? Witzen brüllt. Hallo, geh. Gut. Guck mal, dass die Verletzten jetzt wegkommen, damit wir das Tier auch wieder auflösen können. Ich habe einen Bagger, wir können die alle reinwerfen vorne. Hier sind noch ganz viele Mülltonnen. Ja, die Kopfschläge, schenkt ihr die Versuchung. Mach das mal, Herr Obermann. Hat die die Mülltonne geschmeißen? Nee, nee. Machen sie mal da helfen. Erste Hilfe und so. Also rechtlich. Ja, mach ich jetzt auch. Quatsch den Kollegen da voll. Ich soll wem voll quatschen? Den, den Kollegen da. Wagen sie mal, haben sie mal ein bisschen Restäppi ja. Warum? Ja, was soll denn das? Ich möchte bitte eine ausführliche... Gib sie herum respektiert. Fassen Sie auf. Ich möchte bitte... Ja, bitte. Ihr müsst euch fahren. Erstmal siezen sie mich nicht. Ah, ah. EOM. Hm, 10-4. Ja, nix, 10-4. One Night in Los Santos. Aber die kommt ja was geregelt. Gibt's das schon? One Night in Los Santos. Obdachlosenlängen mit dem Dirty Bike in dem Boot. Schieß den ab. Okay. Da, da rinne... Oh, oh. Rinde mal lieber in der. Das ist der Herr aus... Ist das denn Logan bei den Cops? Herr Osman. Alter, wann hat Logan ne Marke? Das ist nicht Logan. Das ist der Herr Lackner. Hab dir, Herr Osman. Witzname Fackner. Hä? Er hat der Anzug an. Der zick doch. Nee, der Linkster, der Typ da links, das ist aktuell in Praktik. Den kannst du gerne unter die Lupe nehmen. Da warte ich dann die Tage an mich ausführlich im Bericht. Hier ist keiner auszumachen. Ach, ihr habt uns schon mal so einen Praktikant geschickt, der halt nur gestört hat. Wie hieß der? So, klau mein Auto nicht. Alle haben in den Autos geklaut. Klau mein Auto nicht. Komm, den Autos geklaut. Ich hab kein Auto. Mein anderes Auto ist ja kaputt gegangen. Okay, ich geh jetzt da nach vorne. Dann komm, dann fahre ich drifte, Rubin. Der Bolzer. Aber tut mir ein Gefallen, fahrt er jetzt nicht durch, ja? Wir fahren nicht durch. Okay, vielen Dank. Ja, köschen. Wir sind schon los, ich. Aua, abnett von meinen Beinen. Der Herr Praktikant. Ja? Wie geht's denen? Komm, ich mach das für euch. Oh, Logan, wann bist du denn in den Kopf? Was für 187? Das kann doch nicht sein, ihr! Logan, beruhig dich. 187. Bring gleich alle um. 187 ist die... Beatty nicht der Durchfall, ne? Das ist bewusst, ja. Outlaw. Boah, das sind solche Fregel, ne? Die dreckigen Yadis. Dreckige Yadis. Also... Was haben wir mit Terminen? Weißt du nicht. Ach so, weiß ich nicht. Hat nur keinen Bock mehr im Stau rumzustehen. Ja, scheiß Stau. Ich will das Auto suchen, was uns angeschrien hat. Wir sollen es verpissen. Picken wir die. Ja, lass die picken. Genau, keiner picken mit den Raupen. Ja, Raupen Gang. Uh, Park Full. Zwei Mann. Ja, das ist mir leid gesagt, wir schlafen halt wieder hier, ne? Ha, den an. Im Park. Ja. Ha, den an, Beatty. Hallo? Hallo? Ach, den Weg, Junge! Wieso? Was geht da los? Der Weg, Sarik! Nicht mal meinen Finger. Jungs, warum seid ihr alleine? Wo sind alle? Ähm, Johnny ist im Krankenhaus und da fährt die, ähm, Tanze gerade hin. Okay, und wo ist Harik? Und wo ist Harik? Wieso? Weiß ich nicht. Ich bin wieder auf dem Feld. Ach, ruft den an. Pff, ja, sollen wir uns Krankenhaus unterstützen? Finn muss auch einen Krankenhaus, ne? Ich weiß nicht. Jetzt wird auf die Presse gefallen. Phil kommt gleich. Oh, Giffy, hallo! Hi. Okay, ich gebe dir zwei Sekunden, du machst den Kurvrum zu. Und es klatscht, Kollege. Ja, beruhig dich, Mo. Aber kein Beifall. Be, 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 Beifall. Kein Durchfall. Genau, du klatscht das in den Bleifall. Ja, sollen wir da hinfahren? Ey, mach mal die Karre weiß. Ne, rote Interior. Doch, weiß nicht. Du, weiß. Wegen Koks in deinen Kopf. Ist jetzt Paleto oder hier? Boah, gute Frage, warte. Gute Frage, Biti, du hast du befördert. Bitte nicht da durchfallen, ne? Ja, der Fall vollgas da durch. Ja, gehört das? In welchem Krankenhaus, oben oder unten? Das weiß ich nicht. Ja, wir fahren mal nach unten. Ja, ich denk mal, dass die da unten liegen. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Ich höre Sirenen von rechts. Egal, wir haben Vorfahrt. Oh, wir brauchen klassische Musik. gar nicht. Ja. Bruder, ich hab mich verfehlt. Also, weißst du? Ich hab mich verfehlt. Oh Gott, alles klar. Aber du stand im letzen Mal aulder, ne? Wie, letztes Mal? Du bist doch von dem 49ers noch. Ja, ja. Boah, mich packt der ganze Stress ab. Was für ein Stress? Ich wollte mit dem Agnes anrufen. Ja, was dein komischo G da macht. Ja, okay. Ich war so beschwert. Alles klar, Aurein. Aurein, bis. Nein. Ja, okay. Ja, unterwegs, der kommt. Ja, aber der ist im Krankenhaus, oder nicht? Nee, nicht mehr. Achso, kommt er dich abholen? Ja, ja. Wir wollten ihn besuchen gehen, auf seinen Gips schreiben. Ja, der ist schon wieder weg hier. Ein paar Schwins malen. Ja? Ja, schuldig. Das gefällt ihm. Ja. So. Johnny ist nicht mehr im Krankenhaus. Achso? Ja, setz dich doch auf seinen Schoß, Milder. Ey, weiß... Hört mal auf, hier rumzuhuren, ihr zwei. Was? Ja, das hat geschobst. Immer diese Hurerei. Ja, das hat geschobst. Dann kenn ich ja nix für ihn. Da vorne ist die Tanke. Füßt ihn doch. Den doch. Die Fickhaar. Ja, wo ist Johnny jetzt? Ja, der kommt hin, glaube ich. Keine Ahnung. Heute ist die Kommunikation sehr schwierig, obwohl ich Herz halt habe. Habst du? Bei Dynamics. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Richtig, richtig. Hm. 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 Und wir kriegen jetzt ein Villa-Kartes. Was bekommen wir? Ein Villa? Ja. Ein echter? Ja. Wo wir letztens gucken waren? Ja. Ja. Geil. Geschenkt? Weil da vorne der eine Kutte an. Ich weiß, wenn man schon wieder was los ist. Auf jeden Fall die drei da hinten. Nicht, dass jetzt noch... Nicht, dass noch mehr jetzt in Gebüsch sitzen mit Messern warten. Vielleicht ist er ja einfach so lost. Hallo? Jonathan, sind Sie in einem Krankenhaus? Ja. Wo denn? Äh, ich stehe hier in einem roten Auto. Also ich bin vorne. Achso. Ah, du hast Tantchen abgeholt, ne? Ja. Wo fährst du hin? Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich hoch mal... Ich wollte den... Den... Da hast du den Chocolat wieder. Den roten... Italy, den wir haben. Den wollte ich umlackieren lassen. BOM hat uns gerade eine Ansage gemacht, ne? BOM? Mhm. Warum? Ja, wo wir da... Die hatten gerade wohl den Bretterei und dann standen wir dann in der Nähe mit Auto. Mit den Jardis auch. Und dann kamen die Sünde vorbeigefahren und meinten, wir sollen uns verpissen. Aber das ist doch keine richtige Ansage. Ja, das meine ich halt damit. Also, da scheifst du auf, Alter. Okay. Oder willst du da was machen? Nö, nö, nö. Von mir aus machen wir die fertig. Nein, nicht für so eine Nichtigkeit. Ja, neues Wort genannt. Aber wo fährst du jetzt hin? Ich... Oder wir können denen auch sagen, dass die halt vielleicht mal beim nächsten Mal ein bisschen... Ach, scheiße. ... darauf achten sollen, wie die mit uns reden. Ja, deren Leute lagen auf dem Boden, die sind bis dahin, bis dahin, ähm, Adrenalin und so. Ich versuch mal, mit dem Anzug in den Soldat, ne? Ähm, ja, äh, ich wollte jetzt die Karre umlackieren gehen. Bei... Beim Dretzmann. Aber eigentlich hab ich noch eine Ding jetzt offen. Bennys, ne? Lackierung. Ja. Ja, dann lass uns bei Bennys treffen. Okay. Bis gleich. Warum steht der... Okay. Warte, ich komme sofort. Kann ich ganz gut stillen? Ja. Ähm, Mr. Herb vom Lustmc? Ja. Wenn der Kurt, ähm, aufwacht, können sie dem sagen, dass er es beim Melden, bitte? Ja, klar. Komm mal, mit kurzem paar Meter. Okay. Bei wem soll er sich denn melden? Bei Kurt, das bitte. Kurt, das. Das ist sehr nett. Haben wir seine Nummer? Ja, ja. Ja, ne? Okay, klar. Dankeschön. Tschütti. Tschüss. Dann, schönen habt ihr noch. Glück auf. Ich bin so geboren. Vor dem Krankenhaus. Ja? Tag, der Herr. Kann es sein, dass Sie den Paragon gefahren haben? Paragon? Ja, dieses Babyblau-Auto. Das Blau-Auto, ja, ha? Geht das bei dir noch irgendwo? Das habe ich am Park wieder geparkt. Bei uns hier? Ja, gestern. Okay, dann müssen wir den suchen. Warum bist du weg? Ja. Aber dann hat ihn irgendjemand gefahren. Ja, ja. Nee, dann müssen wir gucken. Wir müssen den mal orten lassen. Frag mal über den Hase. Ja, der hat keinen Schluss. Egal, was passiert immer Hase. Ja, wir haben ihn gefunden gerade. Alles gut. Okay, wir treffen. Wir sind auf dem Weg nach Bennis mit Juni. Ja, wir sind im Park. Okay. Alles klar. Tschüss. Haben wir eigentlich den Schlüssel vom Peng-Auto schon da abgeholt? Nö. Das sollten wir mal machen. Ja. Ocelot. 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 Beim David. David, der kriegt jetzt noch aufs Maul wegen 78 Dollar. Aber das ist viel los in der Stadt, ne? Ja, back in town, Bitches. Dember Knutsch am Start. Ich nenne mich jetzt Dember Knutsch. So, VIP-Parkplatz. Oh mein Gott. Pass uns auf, wo sie hinfahren. Oh, der David ist nicht da. Lass mal kurz runter die Grove fahren. Der David. Okay. Family Grove. Hallo. Tschüss. Ich liebe dich. Der hat gerade das große Geld gerochen bei der Kamera. Wir kriegen noch eine Kosten-Auslackierung. Also, Juni. Von wegen David, seine Lugerei. Lugenwald. Uro. Mila, ich hab schon die Pferde-Wrench bestellt, ne? Hä? Also, von Barbie Pferde. Echt? Mh. Oh, cool. Ich baue dir das dann auch. Kriege ich Bionicles? Boah, ich hatte Bionicles, ne? Ich schwöre bei Gott. Ich auch. Ist keiner hier. Was ist denn die Lugger? Keiner da. Der sammelt zum Drittsmann-Fang. Kommt ein Kaltchen an. Schwester, ich hab Hunger. Haben wir noch eine Baguette? Oh, mein Rücken, Junge. Ich sitze hier immer wie... Juni. Ja. Die Mätze steht dir. Dankeschön. Ja, die spiegelt deine Zähne-Bilder. Kaltchen ist auch nicht da. Ich kriege deine Zähne. Weißt du, was ich gemacht habe vorhin? Was? Da fahren die 187er an mir mit so einer Gangster-Musik vorbei, ne? Ja. Da bin ich hinterher gefahren, hab Titanic mit Pantflöte. Letztes Mal auch. Da macht dir die 44, die gegenüber deine Project-Zone, ne? Machen die so eine auf Kolonne mit ihren Lowrider, ne? Aber das finde ich cool. Ja, aber haben die auch Gangster-Musik gespielt, aber nicht mit mir. Was ist denn das überhaupt für ein Interländer, den du fährst? Auch. Ja, aber warum den Custom? Der ist doch voll hässlich. Keine Ahnung. Das ist ein von den 5, 6er damals. Achso. Weißt du, von ihm die Karre gehört? Nein. Den Vater. Oh, Vater? Jo. Unser Vater? Ja. Mein Papa auch? Mhm. Ja, dann ist das unsere. Also vom Vater, die. Aber Vater ist ja Familie. Dann hat der aber nur Kinder, die nur Scheiße bauen. Wenn der wüsste, was wir treiben, ne? Der will mitmachen. Ja, der wird stolz. Ja, Eastside Hoover Chips. Yee. Der ist auch mein Papa, ne? Eastside Hoover Quips. Eastside Hoover Quips. Ja, was macht? Also dieser Kurt geht nicht im Telefon. Aber ich habe gerade mit jemandem vom Los gequatscht. Im Krankenhaus. Kurt? Ja, Kurt heißt der. Achso, ja. Was ist mit dem? Der geht nur nicht im Telefon. Achso, ich weiß jetzt, was mit der Ding jetzt ist, ne? Mit der United Pommes? Ja. Was denn? Die verlangen von denen gar nichts mehr. Warum? Die haben das anders geregelt. Die haben den Lost mitgenommen, ne? Mhm. Und haben die mit nach dem Volldust geschleppt. Mhm. Und haben da mit denen gequatscht mit allen zusammen. Und haben herausgefunden, dass die Volldust die dreckigen größten sind. Erzähl mal was Neues. Ja. Aber dann weiß der Lost wenigstens auch Bescheid, dass die nie wieder was mit dem machen sollen. Die ganzen Rocker müssen nichts an der Ding jetzt machen. An der, äh, an der United. Was du hast. Das finde ich gut. Die dürfen auch weiter auf der Ding jetzt bleiben. Jeder in dieser Wix-Stadt, auf dieser Wix-Insel soll wissen, was Volldust für ein scheißen Missgeburt ist. Ja. Auf jeden Fall, äh, brauche jetzt, brauchen, also die Rocker dürfen auch weiterhin auf der Ding jetzt bleiben, auf der Route. Und denen gehört auch die Route weiterhin. Mhm. Nur die Volldust haben nichts mehr auf der Route zu suchen. Ja, finde ich gut. Ja. Top. Ich auch. Auch. Da habe ich mich vielleicht bei United ein bisschen geirrt. Ja, das sage ich ja. Wir sind nicht so, weißt du. United, du ja, kommt vom Krankenwagen runter. Ja, aber bei diesem Namen, da zuckt mein Auge bis hin. Da bin ich vorgenommen. Ja, aber guck mal, das Ding, das Ding ist halt so, im ersten Moment ist das vielleicht bei denen genauso wie bei dir gewesen, weißt du? Nö. Kurzschlussreaktion. Ich habe keine Kurzschlussreaktion. Nein. Mhm. Sicher? Nein. Als du mir vorhin den Auftrag gegeben hast mit Volldust, da wusste ich genau schon, was ich machen werde. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, wie du auf einmal über die gesprochen hast, obwohl du die gar nicht kanntest, die United-Leute, weißt du? Ja, weil für mich das so vorkam, als würden die jetzt hier Arsfressen sein. Guck mal, wie du über Johnny geredet hast, als du unterwegs warst. Was wolltest du denn da machen? Kurzschluss hast du nicht, ist klar. Der hat gesagt, der Johnny, der mag Hunde nicht. Der Johnny ist blöd und so. Der soll ein Skateboard fressen. Das stimmt. Der lass mal ein Skateboard aus dem Spiel. Genau, der wollte bitte sein Skateboard auf deinen Kopf schmeißen. Der war, hei-ja. Au. Au. Ja, lass zum Park, die anderen sind older. In der gleichen Meinung, ihr selber mehr. Das war dann nur Ablenker. Demma, du scheiß Hure. Dafür werd ich dir ne Wimper rausreißen. Und ich mach dich neue Pfollen zum Oberraupel, ne? Und dann verpest du mich. Da steht nicht Stopp, da steht IELS. Was stand da? IELS. Mida, sag mal Ado. Ado, Digga. Ado, Digga. Demma, sag mal Ado. Ado. Du bist schon so Power, Alter. Hä? Wer ist krank? Wer ist krank? Das eine kommt, hier schießt. Nimm, äh, VStR. Halt mal. Wo ist deine Karre eigentlich in Denver? Das weiß ich nicht. Wo ist meine Aue, du? Ja. Ich hab den da eingestellt. Jürgens, warum haben wir ein Motorrad vom Lust hier? Das ist, äh, das ist nicht vom Lust. Du kannst dich da kaufen. Ja, aber da ist halt wirklich ein Patch drauf, ne? Ich weiß. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Im Tunnel. Mit Papiere. Oh, im Tunnel. Was? Hast du? Ja, hier, komm mit. Den Kusch. Quack, von wem hast du das bekommen? Hat jemand nochmal von der James Sound? Hallo, Hilfe. Hat mir oben einen Typ und geschenkt hat? Nee, Johnny. Machst du Johnny fragen? Johnny, Lachenta, ist das nicht lieber an dem Ruck Clubabfunk? Warte, warte, ich hab auch vielleicht, oder? Wenn da jemand ein paar tausend Dollar für zahlt, klar, warum nicht? Was willst du mit nem Lust? Ja, ich hab Pete. Es ist zwar kostenlos mit Fahrzeugpapiere. Meinst du, da sag ich nein? Soll ich dem sagen, dass hier noch kam? Ja, das wird sich wohl davon haben. Was geht ab? Ey, bei euch, äh, bei uns. Also, für jemand von euch an meinem Ohrläppchen ziehen? Soll ich mal? Ja, mach mal. Geh, geh beiseite, Curtis. Komm, ich komm. Ich glaub, da sollten alle beiseite gehen. Entdeckung. Zack. Geil. Oh mein Gott, ich hab mich noch nie so frisch gefühlt. Das war ein Pupskuss. Ich hab gedacht, die haut hier in das Gesicht. Kannst du wieder sehen? Oh mein Fibris. Äh. Mein... Äh. Ja, jetzt nicht, Jay. So, nachher noch. Weiß nicht, haben wir Baguette oder sowas noch? Du weißt doch, was ich mag. Du bist doch meine Schwester. Wir kennen uns. Seitdem ich drei bin. Nein, schon länger. Aber... Lucky Schlafgut. Ach, Nick, bist du schon raus aus Pumst? Oder was? Was ist denn heute los? Wie schnell vergehen die Zeit, Alter? Ja, ich hab schon einen. Genau wie von... Ja, wir haben ein Auto von der Jameson, ne? Äh. Was geht denn da schon mit der Bombe BOM, die kleinen? Ich hab dich schon angerufen, ne? Ich weiß nicht, aber die BOM lag ja schon zweimal. Du kleidst doch schon wieder. Was? Ja. Hast du geschusseln? Ja. Warum? Taube wird gerade kranken. Gehst du schlafen? Ja. Okay. Hey. Weil du mich nächstes Mal verpetzt, ne? Dann bist du nicht mehr Oberrope. Ja. Dann fängst du wieder ganz unten an bei OG. Okay. Ja. 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 Ich bin so ubel. Ich bin so groß, ey. Ja. Nächstes Mal, ich f*** alle. Steichen beim Bad. Du hast gar keinen Bad mehr. Und wer noch? Doch, du hast wieder selben Bad wie dem war. Ey, komm mal runter. Bleib mal hier. Runter, komm. F*** alle. Egal. Wie die ganze Gruppe? Nee, der Typ, der Folder, der... Oh, schade. Oh mein Gott, wie schade. Diese dumme linke Zecke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte gerade schlafen gehen. Könntest du das Mörder, ne? Die zahlen trotzdem. Nein. Ja, sie hat zahlen die trotzdem. Nein, die nicht zahlen. Dann bretten wir die auf. Aber wir haben... Wir haben aber oben nicht geschossen, ne? Also ich weiß... Ich weiß nicht, dass wir geschossen haben, oben. Nein. Nee, wir haben nicht geschossen. Nee, wir sind dann die Ansage gedrückt und sind dann gefahren. Aber der ist tot. Äh, das verdiente Schwein. Der ist tot. Hä, wieso? Keiner geht wieder dafür. Bei so einem Scheiß-Heldschirm schlafen ab. Aussage gegen Aussage. Keiner geht das nicht. Ich muss zum State Prison. Ich muss was klären da. Was lachst du? Mit wem willst du da was klären? Ich will deiner Mutter essen bringen. Die findest du da aber nicht. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, ne? Okay, jetzt hieß es eindeutig. Ihr steht auf Mütter. Das ist schon die zweite Mal. Aber Mila, du hast doch schon ein Kind rausgedrückt, oder nicht? Wir haben das vorhin geklärt. Der Kiez hat mich gerade angerufen. Und die sind da irgendwo im Krankenhaus. Also Frank hat mich angerufen. Und der liegt im Krankenhaus und ist gestorben. Die Zahlen trotz sind, ne? Ja, sie hat Zahlen trotz sind. Ja, klar. Die hat sich truppert dafür. Okay, können wir uns alle doch vor allen Dingen das Hase, den er geknallt hat? Ja. Okay. Ich hab gesagt, schieß nicht. Aber er hat trotzdem geschossen. Ja, aber Köln hast du mir Fehler zugenommen. Du bist schlimmer als ein Mörder. Du bist ein Vollstrecker. Ja, ist halt keiner. Ist halt Menschenleben auslöschen. Ist halt... Schade. Drecksackblase. Teil des Business. Kannst so schnell gehen. Wenn du sowas machst, dann musst du damit rechnen, dass du stirbst. Boah, Köln ist Verweise geworden auf einmal. Ich rechne... Seitdem ich damit angefangen habe, rechne ich jeden Tag damit, dass ich sterbe. Die Sache ist halt nur... Das kann man ausrechnen? ...nicht, dass die jetzt... Ich kann nicht rechnen. ...dass der Rest von denen... Vergeltung und wie nennt man das, äh... Boah, wie nennt man das, wenn der Anführer einfach reingelaufen ist und dann stirbt und dann die das als... ...Messiah, nämlich die Messias. Wenn der Zerren besser. Märtyrer, ja. Märtyrer, ja. Märtyrer ist das ganz anders, du Idiot. Ich weiß. Ist doch das, wenn man die Granate fallen lässt, oder nicht? Betreib nicht, Junge. Das ist nichts mit Glaube. Das kann... Du sollst erschaffen, ne? Ja, hier kann man echt niemand in den Ernst nehmen, außer mich. Achso. Ja, aber was willst du machen? Passiert halt. Ja, nein, ich wollte euch nur die Info geben. Hätt ich halt nicht sagen sollen? Doch, ne? Ich schmeiß ne Sonnenbube auf sein Grab. Da freut er sich bestimmt. Weißt du, was ich mach auf sein Grab? Zeig. Witz, ehrlich? Klar, zeig, ja. Ja, zeig doch mal den Pips. Okay. Wisst ihr, was richtig viel spannender ist? Wir können sein Grab auch als Parkplatz nutzen. Wir können sein Grab auch als Parkplatz nutzen. Ja. Ui. Aber Jun mal... Ey, nicht auf mich, ja? Geh weg. Ich habe noch ein D. Ja, ich... Ah, pass auf, ich muss sowieso mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Ey, warte, ich will noch was kurz in den Raum werfen. Ja. Die John von... Die Freunde von Jon, die mit der Verlobte ist, die erzählt rum, dass sie nicht mehr verlobt sind. Und die macht sich das an ganz viele Typen an. Jon will das nicht wahrhaben. Ja, Jon bringt's doch einfach nicht im Bett. Tut er auch nicht. Hab ich gehört. Hast du Erfahrung? Ich? Um nicht springen. Ich glaube, ich habe den kleinen... Also, Jon wird verarscht. Wir würden jetzt nur noch eine Triple-Hochzeit machen. Die Quattro-Hochzeit ist nicht mehr vorbei. Ey, wer jetzt noch Geld hat, ne? Und das Geld sichern will, ne? Hi. Was heißt denn sicher? Was ist, wenn die shoppen geht? Mach ich nicht. Mach die nicht. Alter, juck mich nicht. Die Frau, die Freunde von Jon hat sich so an die Hangern gemacht. Was meinst du mit Geld sicher? Wenn Kopf sich ein Sacken läuft. Ja, dann können die nichts von mir wegnehmen. Aber bei Tante ist das nicht sicher. Vor allem jetzt, Zahlo, wenn Dienstag Zahltag ist, ne? Jemand... Wir brauchen eine Mulde für die Kohle. Wir müssten das irgendwo hinbringen. Siehst du? Genau wie die, ne? Wie war das, wenn die den Rest der Sachen auch gemacht haben? Schon vor Wochen. Du wurdest Mulde genannt. Laura. Ist doch eine Mulde. Guck mal hier vorderbiss an. Die Tante, wenn Kopf abkneiden gehen, dann kannst du die Kohle nicht geben. Dir kann man kein Geld geben. Ja, du Socken mit Fickner. Klar, ich pass für euch auf euer Geld auf. Du hast einen Helm, weil du keine Schädelplatte hast, Junge. Ich habe immer nur ein paar Tausend zahlen, dann bin ich frei. Die Yaris wollen eine Bestellung aufgeben. Okay. Die sagen mir morgen nochmal genau, aber die haben schon vorhin davon gesprochen, dass zwei Revolver, zwei Uzzis und eine Skorpion oder so. Ja, packen wir direkt mit auf die Liste. Ja, ja. Ich habe nur noch eine Sache. Also ich denke, warte mal, ich denke mal, ich glaube, je mehr wir bei denen bestellen, desto eher weißt du auch, guck mal, Alter, wir bestellen viel. Und das ist das Ding, wenn wir eine riesengroße Bestellung machen, dann weißt du genau, dass wir krasse Motherfucker sind. Eben, das meine ich ja. Und dann kommen wir auch in das andere Equipment. Ja. Wir haben Sachen, ne, in den Autos vom Harry. Ja. Der Job mit dem PD ist doch eh vorbei, dass wir die Dinger brauchen. Ja. Weißt du, die Besten, vor allem dieser Ausweis und so. Ja. Was hältst du davon, wenn wir den Cops das quasi zurückverkaufen, was wir nicht brauchen? An den Cops? Nein. Ich habe da eine andere Idee. Weißt du, worüber wir die Sachen wegkriegen? Ich wollte, warte, eigentlich wollte ich das so machen, entweder mit diesen Fischer oder dem anderen Typen. Boah, mit dem habe ich mich gerade unterhalten. Wie hieß denn die Nummer? Keine Ahnung mehr. Das will denen, jetzt pass auf. Okay, warte mal. Erzähl mir erst mal, du willst das verkaufen irgendwo? Ich kenne jemanden, ne? Der macht illegale Auktionen. Der hat eine Liste. Die bietet er den Leuten an, ne? Ja, und dann können die steigern. Der redet, genau, der redet nicht mit jedem. Und dann gibt es halt so ein Startgebot und der versteigert die Daten. Ja, aber hat der Cash? Hä? Hat der Geld? Ich denke. Weil ich denke so an 2 Millionen. Wenn nicht sogar noch mehr. Vor allem dieser Ausweis. Pass auf, ich wollte das so machen. Wir gehen zum Fischer. Und sagen dem, dass wir den Schwarzmarktentner kennen. Und dass der Coop Equipment hat. Und ja? Darf ich dir vorher schon mal was sagen? Warte, warte, warte. Und dann sagen wir dem, wir locken diesen Typen in eine Falle. Wir zahlen das in Foros, ne? Ja. Und dann können wir die Summe bestimmen. Wir sagen dann, der will für das ganze Zeug, will der 3 Millionen Dollar haben. Ja. Dann sagen wir dem Fischer, wir zahlen das in Foros. Bestellen den. Und die können den Hops nehmen. Aber die geben uns die Kohle wieder. Dann gehen die hin, nehmen den Hops und geben uns die Kohle. Und das ist ein dicker Fisch, ne? Du weißt, was wir alles haben. Ja, aber ich will dir jetzt dazu was sagen. Und ich würde dir raten, dass wir das nicht tun. Warum? Weil der Fischer uns ficken will. Ja, das ist ein Coop. Klar will der uns ficken. Nein, nicht auf die normale Coop-Art. Der Fischer war bei diesem Gespräch. Ein Teil davon. Der Fischer ist mit diesen 8 Gangs. Was für ein Gespräch? Ja, diese 8 Gangs Rockerclubs. Okay. Er war dabei. Und das hat der Typ gesagt, der die an dem Fahrrad hat, ne? Genau. Wir können... Pass auf, dann coachst du erst deinen Typ mal mit den Auktionen. Ja. Frag den und dann können wir nochmal überlegen. Weißt du, was das Ding ist? Wenn er das macht, ist das für uns am sichersten. Und das ist richtig anonym. Weißt du, was ich meine? Nein. Ja, ich hoffe, dass der Geld hat. Wenn du... Ja. Weil allein dieser Ausweis ist eine halbe Million Dollar wert. Ich kann dir später dazu mehr sagen. Okay. Dann machen wir das so erstmal. Weil Fischer, der wird uns hundertprozentig ficken wollen. Ja, aber jeder Coop will uns ficken. Egal auf welche Art und Weise. Ja, aber dann bringt es aber nichts, mit dem Fischer irgendwie versuchen, irgendwas zu klären, wenn der uns eh fickt. Ich habe ja an die Sache gedacht, mit dem Treffen mit dem, weißt du? Dass wir so eine Art Connection aufbauen. Ja, und das ist das Problem. Wir haben... Ich hatte danach noch ein Treffen gehabt. Und... Guck mal. Dadurch, dass wir... Wir haben den ja auch schon... Wir haben schon echt viel mit dem geredet dann, ne? Und trotzdem macht er so eine hinterlistige Aktion. Aber was hat der bei dem Treffen gesagt, weißt du das? Hä? Was hat der Fischer bei diesem Treffen gesagt? Ja, mit Vertrauen aufbauen und... Ach, der hat uns verraten. Hä? Hat der uns verraten. Der hat mit denen zusammen Pläne geschmiedet, wie die uns ficken können. Ja, aber das ist ganz normale Polizeiarbeit. Der benutzt die Straße, um die Straße zu ficken. Das ist eigentlich schlau. Aber doch nicht nach dem... Doch nicht... Also, wir haben schon mal mit dem geredet. Ja, du weißt aber auch nicht, was der... Ja... Aber man weiß nie, was der sich dabei gedacht hat, ne? Aber ist doch egal, ist doch egal. Okay, warte mal, folgendes. Andersrum. Stell dir vor, ne? Wir würden hingehen... Wir haben jetzt mit dem Fischer schon ein paar Mal gesprochen, ne? Aber wir gehen jetzt hinten rum und versuchen den trotzdem zu ficken. Was ist das für eine Aktion? Ja, dann scheiß auf den, versuch das über deinen Mann. Verstehst du? Ich will einfach uns nicht ficken damit, so. Ja, okay. Dann versuch das über deinen. Ja. Ansonsten können wir jetzt noch was überlegen. Okay. Okay, komm auch noch mal kurz. Hallo. Willkommen. Was ist denn die Puppe? Jetzt sollt ihr unten pennen. Alle sind unten schlafen, ne? Keiner ist im Trailer. Ja, Mila muss duschen. Ich hab doch gesagt. Wir schlafen, Mila. Ich nicht. Da ist mir zu kalt. Warte, dann kriegst du wieder Harry Nippets, ne? Nee. Raupenfälle nennt man das. Raupen. I. I. Ja, dann ist der Typo gestorben, ne, anscheinend. Ja. 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 Das ist so ne... Boah. Gibt's die denn jetzt noch? Keine Ahnung. Irgendjemand übernimmt den Platz. Ich bin der Agent Mulder. Das... Ich weiß nicht, ob man das Mafia nennen kann, aber das sind so... Wie so ne Art Familie Waffen-Dealer. Ich geh da hin und sag, ich bin OG jetzt. Boah. Das fällt mir nicht schwer, Okirakus. Aber hier... Fünf Stunden am Stück zu sitzen, so, ohne mal aufzustehen und die ganze Kacke, das fällt mir schwer. Ich geh irgendwie voll aufm Rücken. Hab ich das Gefühl. Boah, du hast den Tamagotchi verloren. Oh oh. Ich verhalte sie in der Zahlung. Machst du das heute noch, Juni? Was denn? Ja, mit deinem Kontakt. Ja, kann ich machen. Ähm... Folgendes, wir waren ja letztes Mal im Knast, ne? Wegen der Sache am Los Süd. Ähm... Da haben wir einen Anwalt, das ist der Link. Das ist ein freier Anwalt, den mussten wir nehmen, weil kein... Weil kein Anwalt beim DOJ gerade da war. Der Link ist der Anwalt vom Kiez. Und der ist echt verdammt gut, muss man sagen. Jetzt hat er uns ein Angebot gemacht. Wir können, wenn wir wollen, ne? Jede Woche 150k an den Zahlen, ne? Und es ist egal, wie viele Fälle in der Woche ist. Es bleibt bei den 150k. Das ist der Minimalpreis bei dem. Es gibt andere, so wie die Sopranos, ne? Die bezahlen zum Beispiel 500.000 die Woche. Ähm... Wollen wir das annehmen? Wollen wir jede Woche an den 150k bezahlen? Damit er alle unsere Fälle immer und immer wieder bearbeitet, oder nicht? Ey, wie viel kostet der pro Mann? 75.000, hab ich schon gehört. 75.000. Ich würde das machen, aber erst nach dem großen Deal. Dann würde ich das damit anfangen. Wir haben eine Gerichtsverhandlung, ne? Aber du musst ja auch so sehen, du zahlst ja auch in der Woche, wo nichts passiert. Und der hat uns auch schon... Warte mal, wir müssen auch zahlen, wenn nichts passiert? Ja, ja. Das ist ja so eine Art Notfallschutzversicherung. Ja, ja. Das finde ich ja auch nicht so geil. Weil guck mal, wie oft werden wir in der Woche... Wir sind halt voll selten im Knast im Vergleich zu anderen. Ja. Finde ich auch. Okay, dann gehen wir hin und bezahlen, weiß ich nicht, 75.000, 4 mal 75.000 sind. Was? Ne. Ne. Der muss erst mal, der muss erst mal unseren Fall drippeln am Dienstag. Ja, aber dann müssen wir 1.300.000 bezahlen. Ja, aber der Fall drippelt sich, glaube ich, auch von allein, so wie ich das gehört habe. Weil da gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, die jetzt umgeendet wurden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Der hat uns... Aber der hat doch trotzdem schon für uns. Ja, ja. Ja, aber können wir nicht einfach sagen, wir machen jetzt diese Woche 150.000. Und ab nächste Woche, wenn der dann wiederkommt und sagt, ey, ihr müsst eure wöchentliche Dinger bezahlen, sagen wir, nee, wir wollen erst mal gar nicht mehr. Ja, dann haben wir aber nie wieder den. Ja, so scheiße auf den. Damit der uns nie wieder... Ja, nee, scheiße auf den ist, wenn nicht... Wenn wir jetzt auf den geschissen hätten, weißt du, ob wir den gekriegt hätten jetzt? Weißt du, was ich meine? Der kann uns immer und immer mal wieder nützlich sein. Das dürfte ich nicht vergessen. Ja, aber 600.000 im Monat, ne? Hä? So einfach jeden Monat rausballern. Hä, wieso einen Monat? Nein, dann zahlen wir jetzt mal 300.000. Mal 4, 600.000. Ja, also wir haben doch gerade gesagt, wir machen das nicht mit den 150.000. Deswegen zahlen wir den für 300.000 jetzt einmal aus. Aber erst nach dem Fall. Ja. Versteht ihr? Weil wenn der Scheiße baut, dann packe ich den ein. Aber 150.000 ist halt nicht... Warum wollte ich zahlen? Hä? Ja, okay. Hört mir jetzt doch mal. Ich erkläre das noch ein einziges Mal. Nein, 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 warte mal. Das habe ich verstanden. Aber warum wollt ihr den mit Zahlen scheiß auf denen? Geht in die Bibliothek. Holt euch die Bücher. Wir setzen das Ding an. Was für? Ja, irgendjemanden finden wir. Der Bock drauf halt. Nein, das ist das Problem. Ich sehe aus wie der Knochen, aber dadurch in die Bibliothek und die Bücher daraus hören. Ey, ihr stellt euch das alle ein bisschen zu einfach vor. Entschuldigung. Mal eben, so ist das nicht. Und das wisst ihr ganz genau. Nein, ist doch nicht. Ja, dann hol ich den Schlitz-Zuch-Barrer. Den Dialog. Der Motherfucker, der ist so raffiniert, Alter. Der hat das so rausgezögert alles beim letzten Mal. Ja, dann lass ihn doch probieren. Versuch ihn doch so runterzudrücken, dass du sagst, okay, in den Wochen, wo nix passiert, zahlen wir 75, wo was passiert, 150. Aber war der Preis denn mit jedem 75.000, war das denn schon vorher überhaupt so im Umgang? Also weißt du, der hat ja zu mir rufen lassen, ich hab den rufen lassen. Ja, ja. Kein anderer, ich hab den rufen lassen. Aber wussten wir, dass der so viel nimmt? Oder sagt er jetzt einfach nur im Nachhinein? Äh, natürlich nicht. Ja, deswegen. Das kommt mir, ich kann ja auch hingeben, dann vertrete ich dich und dann sag ich ja auch 100.000. Aber du hast mir vorher nix gesagt und hast du nicht gesehen. Wenn, man, Junge. Lass die Scheiße deinem vermachen, aber nach dem großen Dealers. Wir haben jetzt 900.000, was hätten wir zahlen. Über, fast eine Million, Alter, für die ganze Scheiße. Hätten wir zahlen müssen, wenn der nicht gewesen wäre. Ja, lass uns doch einfach machen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt die 300.000 bezahlen oder sollen wir 150 jede Woche machen? 300.000. Nein, 300.000 bezahlen, aber erst später halt. Ja, wenn der Scheiße alles durch ist. Ich finde 100.000, 150.000 nicht viel, also. Ja, 150.000 in der Woche ist viel. Pass auf, pass auf. Ich ruf den jetzt hier hin und dann unterhalten wir uns mit dem, okay? Kann ich so Ecken wie vorhin? Nein, aber irgendwann muss man sich auch mal melden, Alter, das ist schon scheiße. Aber lass das doch nach der Verhandlung machen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, deswegen, wir können ihn doch fragen, ob wir das nach der Verhandlung machen. Ja, okay. Vorher gibt es doch kein Geld, am Ende kommt er nicht oder so. Das Ding ist, der meinte ja zu uns, ich komme dann nachher in den Park. Und der kam ja auch nicht. Ja. So, keine Ahnung. Aber wenn du sagst, du willst dich ja bei dem melden, dann machen wir das. Ja, okay, dann lassen wir das. Nee, dann lassen wir das. Warte, der Devils FC ruft an. Ja, der Zahnriemen ist auch da. Ich habe eine Minute. Wo ist der Zahnriemen? Da oben bei denen jetzt. Kopfgeld, von wem denn? Echt jetzt? Nein, Spaß. Von euch auf einen Ex-Member. Okay, und wie viel und wer sind die und was machen die? 100.000 pro Kopf. Ui. Oh, sprengt lecker. Wer hat das Geld? Warte, warte, Antonio Stone? Ja. Einfach ein Steinsemmel jagen. Herbert Schlach. Herbert Schlach. Das ist der Name. Auf sich. Gehen wir dann mal ganz kurz an. Antonio. Kann mir dir richtig vorstellen, wie die aussehen. Wie hieß der Antonio nochmal? Antonio was? Na, Stone. Stone, ah, okay. Und Herbert Schlach, 100.000 pro Kopf. Aber was sollen wir mit dem machen? Sollen wir die einpacken und zu denen hinbringen? Oder was sollen wir machen? Wahrscheinlich. Wie willst du denn die haben? Willst du, dass wir die hinlegen und Leben vorbeibringen? Oh. Das klingt nicht gut für die. Ja, mal schauen. Alles klar, ich werde mal meine Augen und Ohren offen halten. Jo, kein Problem. Ebenso, ciao. Also habt ihr ja gehört, ne? Ja. 200k einpacken und dahin bringen? Ja, wenn wir pro Kopf 100.000, wenn wir den einpacken und dahin bringen. Wohin? Den Devils. Ist auch schon wieder ein halbes Gopel, ne? Ja, wir müssen aber wissen, wie die aussehen, wie... Ach, keine Ahnung. Ja, aber die können, die können, die können ja Haare und so alles verhindern, ne? Ja, aber Tattoos. Wo die sich aufhalten, vielleicht. Wenn die wüssten würden, wo die sich aufhalten, dann wären die die selber. Ja, aber vielleicht haben die keinen Bock, das abzustocken. Oder vielleicht haben die Angst. Am besten, am besten setzen wir den Dungeon drauf an. Ja, wir können, ja stimmt. Der ist gut, der hat viele Kontakte. An. Das ist so, dass ich eigentlich schon mal so okay, danke euch. Teddy, bist du noch da? Nein, ne? Aber trotzdem, gute Nacht. Oh, nacken. Also, den Kurt vom Lost hab ich heute nicht erreicht. Und den Architekt auch nicht. Du kannst, willst du die Nummer von Büchse haben? Nee, nee, auf den hab ich keinen Bock. Mann, was ist denn los, Mann? Was ist eigentlich mit Tyreys und seiner Akutte scheiße? Ja, der soll die wechseln. Der kann ja sich irgendeine Bike Akutte anziehen, aber... Sie soll dann irgendwie... Aber das ist eine Schwarte, einfache. Ganz aber schwarz. Oder er geht hoch und fragt. Das war mir viel zu kuschelig im Trailer mit 70 Mal. Das verstehe ich gar nicht. Und kaltes Wasser. Und Harry Nipplitz. Ja, ich voll mich so auf die Dusche geich. Da kommt... Guck mal... Da kommen die Arschritze. Guck dir an. Guck dir an. Wie ist das? Hör mal, Tyreys. Wer ist Tyreys? Zieh die Kutter aus. Ja, bitte. Wir haben keinen Stress mehr mit denen. Du kannst die Kutter ausziehen. Ich fühl mich aber wohl. Und Arschritze. Zahnriemen oder Bierchen. Zahnriemen. Hör mal zu. Ja. Deine komischen nächtlichen Anrufe, ne? Bei diesem Büchse, oder wie der heißt. Und dass du seine Tochter ausgräbst. Habe ich euch ja nie gesagt, dass ihr eine Tochter ausgraben werdet. Du hast wohl. Ich hab gesagt, ich will mal rüber. Das kannst du auch sein lassen. Ja, keine Anrufe mehr und die Kutter aus. Zieh die Kutter aus. Ja, dann kann ich wieder normal reden. Okay, alles klar. Ich geh mich umziehen. Warte mal, warte mal. Ey, warte mal. Mach dir doch ne schwarze Kutter. Du kannst ja auch die einfache schwarze anziehen. Die einfache schwarze, wenn du dann weitermachen möchtest. Mach weiter so. Ja, gut, dann mach ich weiter. Das ist seins. Nein, mach ich meins. Ich hab ihm nur den Schlüssel gegeben. Oh, nochmal jemandem mit dem Pisswasser, oder man? Trinkt nur dusches Bier. Wir sollten auch vielleicht nochmal die Autos schicken, nach Ediga im Waffeln und so, ne? Jo. Nach einer Zeit vergisst man das immer wieder. Ich hab letztens in Kumo da reinguckt, da lagen sechs Pistolen drin. Ja, Pistolen sind nicht schlimm. Ich hab dem Architektor Bescheid gesagt wegen unserem Vorhang. Achso, die Yadis brauchen die Nummer von diesem Juri. Warum? Weil er was von dem. Ja, aber ich soll die Nummer nicht weitergeben. Der will nicht genervt werden. Ich frag den jetzt immer. Dann frag den Yadis am besten mal, was dem. Äh, Yadis war das, glaub ich, der die nachgefragt hat. Ja, warte, ich rufe den mal an. Musst du da so nochmal mit denen labern? Mila, du füllst das gleich in den Körpfen. Ich, warum ich? Der hat bestimmt schon die Tapete abgefressen. Was für ein Körpfen? Der beißt in meine Hand. Was für ein Hostie habt ihr? Nein, wir haben keinen Hostie. Wir haben so einen kleinen Junge. So einen kleinen, dicken Keller. Achso, achso. Der hat Körpfen. Ja, ja, okay. Sein Spitznamen ist Chip. Mila, der frisst dich. Ich glaub auch. Ach, lass wieder Eierschalen reinwerfen. Ja, okay. Aber wirklich werfen, ne? Ja. Wir haben doch so eine Futterluke für den. Ja, okay. Gut. Deal. Deal. Ich schmeiß immer mein Essensoste runter. Du fotografierst die Knochen, bevor du siehst. Warum hat der Schwammel drückt mich weg? Was ist das denn? Der ist am Cringen bestimmt. Da gibt es bestimmt gerade Beef. Denk doch mit Kuschel mit dem. Wir müssen helfen, ne? Ja. Äh, junges A. Äh, wissen Sie, was der Ries von dem Architekten wollte? Wegen eurer Hood. Brauchen wir einen Couch bauen. Okay. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich versuche einen Zusammenkommen zu organisieren. Ey, warum kaufen Sie nicht selber ein paar Sofas? Ja, das hat der Architekt zu mir auch gesagt, ne? Wir können zur Mülldeponie und sollen einfach eine Couch mitnehmen. Die brauchen einen Baumarkt auf der Hood. Der Baumarkt ist Forum Drive. Nee. Families. Auch. Jambalade Street. Die Kutter hat auch was. Mit der alten Kutter hat man früher nicht gesehen, wenn ich geblutet hab, ne? Mit der siehst du jetzt nicht, wenn ich einen Scheiße gelegen hab. Wie kann man das so in Wasser sagen? Aber die ist zu braun, Alter. Das kann man schon wieder verwechseln. Mit was denn? Ja, mit Dark Devils. Wer zum Topp ist Dark Devils? Gibt's doch noch Hände Devils? Hey, die tragen nur Rote. Die tragen so eine Rot-Praude. Die haben Farben, die können auch kein Oranges und Gelb unterscheiden. Wenn die Wichser sich meine Brille kaufen. Ich bin auch Farben, Bin. Ich fahr jetzt mit dem zu den Devils hin. Kommen Sie, Tante. Warte, ich komm mit. Ich will mit. Ich will mit. Ich will auch. Mila, gehst du pennen? Oder willst du mit? Hab ich gesagt, dass ich pennen gehe? Ja, weil ich da mit möchte. Ja, dann geh doch. Da ist kein Platz mehr. Wo geht das hin? Ich merk schon, der hat zu öfter, dass er da mitkommt. Ja, dann komm. Pess dich. Wir fahr mal vor. Fahr mal vor. Die Tür klemmt. Ich kann meinen stillernden Körper... Achso. Achso. Wo geht das hin? Von den Devils. Wir bringen dich her zu deiner Familie. Was bin ich denn bei den Devils? Ja, Schwirbel hat sich schon erledigt. Alles gut. Ja. Warte mal, was ist denn das für ein geiles Auto? Wie du hast gerade Schluss gemacht? Aha, Cringe ist beendet. Sag Glückwunsch. Oh mein Gott, wir haben 5. Wer hat mit wem Schluss gemacht, ja. Ha, Jütz. Du bist doch eine Drecksvieche. Ne, hau rein, Alter. Das ist ein ekelhaftes Stück, ey. Wieso? Zeh mal. Der fährt auf den Berg und so. Ich dachte, der hätte Schluss gemacht. Ja, ja klar. Aber wahrscheinlich fährt der jetzt zum Berg und dann... Der hat mit ihm Schluss gemacht. Wald mich doch mal ein hier in die Kacke hier da. Zahnriegen. Ja. Ruhig dich. Ich bin doch ruhig. Nimm den Maulschlüssel in der Hand. Wie soll ich fauen? Nimm mal ein Hustenbombo. Warum hat der nicht... Das ist eine ganzige Stimme. Versteh ich nicht. Du hast so Buhlmol. Was sein? Kirsche? Nee, Kirsche nicht. Oder die ist nicht nur meinst, weil ich bin nicht so gläubig und so. Danke dir aber. Kein Problem, kein Problem. Anergo, jetzt mach ich das nicht. Wie kann man so reden, die ganze Zeit? Machen wir jetzt mein Moppeton oder was? Nein, du machst jetzt einen Patchover. Was ist denn ein Patchover? Du kriegst jetzt dein erstes Patch. Kuschelrock. 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 Oh mein Gott. Sind die beim Yellow? Nee. Die haben ihr eigenes Clubhouse. Ach so. Was für ein Clubhouse. Kann man es abschließen? Stimmt. Aber Tavis ist doch der Präsid vom Freiglmc. Ich bin der Zerstörer vom Freiglmc. Guck mich doch mal an. Kommen wir zu den Maxis oder was? Nein. Krieg ich jetzt ein Burrito oder so? Da ist noch jemand. Der läuft schon weg. Der trägt auch gerne eine Kutte. Ist die Kutte in Ordnung? Guten Tag, der Kollege. Die ist, soweit ich weiß, in Ordnung. Ähm, ich weiß nur, dass diese, also es gibt in, ich glaube Palito oben. Palito, äh, gegenüber von der Apotheke ist doch dieses, äh, Mojito Inn oder wie das heißt. Ja. Ja. Da sind auch Bikers und ich bin der Meinung, dass die diese Kuttefarbe haben. Aber... Ja, dann fahren wir mal rein. Also wir haben damit... Hast du jetzt mal irgendwie so ein Coupon oder so? Ich kann nicht meine ganze Kette für Kutte raushauen. Ja, wie gesagt, also mir ist es egal, ob du die Farbe, äh, da trägst, äh, wir haben das ja geklärt. Ich finde es auch super, dass ihr dann hier vorbeikommt und nochmal fragt. Ja, weißt du nicht, dass da hinterher... Pass auf. Das Ding ist, man kennt ja die Leute hier in der Stadt, ne? Ja, vor allem denke ich da nicht. Also wir drücken erstmal hier, ne? Oh, lecker, lecker. Alles gut, alles gut. Und man kennt ja die Leute und die verwechseln gerne mal rot mit braun oder so, weißt du? Oder dieses rot-bräunliche mit dem... Weißt du, der Unterschied zwischen dir und mir ist? Bei dir sieht man nicht, wenn du blutest, bei dir sieht man das nicht, wenn ich in Scheiße liege, weiße. Na ja, alles gut. Ja. Gut, aber Mr. Bescheid, ne? Jo. Alles klärchen, mach gut. Hast du noch ein Pisswasser für mich grad zufällig? Was willst du haben? Ein Bierchen. Ach, wie. Der gilt jetzt so ein Pisswasser, wenn du den trinkst, ne? Lass den einfach hier, Alter. Der ist hier gut aufgehoben. Der passt auch perfekt hier rein, Alter. Ist ja nix drin. Also knallt nicht, dann... Danke, ich dir trotzdem kannst du wiederhaben, ne? Ich wünsch dir noch was. Macht's gut. Mach's besser, ne? Hau rein. Hast du jetzt eine Flasche Pisswasser bekommen? Nein, der hat mir irgendein Energy-Drink angeboten, da war kein Alp drin. Deshalb meinst du, dass es knallt nicht ganz wiederhaben? Ja, ja, natürlich. Du bist so ein Trappiger, ne? Ja, mach nur die braune Kutte. Du bist asslich. Asslich? Gesundheit. Wo fährst du denn hin, Junge? Wieso krieg ich doch jetzt mein Burrito? Was kriegst du? Wo fährst denn die Hüllen? Nach Las Vegas. Och, nö. Ich nehm schon mal... Wollen wir Urlaub? Ja, ja. Brauch ich den Ballermann? Nein. Den Ballermann-Undermann machen wir nicht. Du machst das nur für ein Navigationssystem-Schied, Junge. Mit was? Das ist von Wish. Wie, bitte? Nein, das ist nicht von Usch, das ist von Etsy. Deminik. Tavis, willst du nicht hier oben bleiben? Ich glaube, der passt dir besser. Ich fühle mich schon so ein bisschen wohl hier, ne? Aber ich weiß, ich kann meinen Schlafsack nicht verlassen. Ich glaube, wir brauchen so einen Trailer, brauchen wir müssen bei uns den Park aufstellen für den... Können wir besorgen. Bauwagen. Ja, Bauwagen. Ich brauche nur ein Waschbecken und ein Pott, ne, mehr brauche ich nicht. Das ist auch ja so ein Trailer, das wäre perfekt für dich. Und den müssen wir da irgendwo hinstellen, also. Aber ich brauche für die Atmosphäre, brauche ich so ein bisschen kaputte Schränke und so, ne? Ja, das sollst du kriegen. Ne, nicht so eine okaye Einrichtung, weil da stehe ich nicht drauf. Wenn wir alles kaputt machen, ist kein Problem. Entschuldigung. Aber ganz ehrlich, ne? Ich würde dich ja auch hier sehen, ne? Das wäre auch perfekt für dich, Alter. Malochen oder was? Bist du fertig oder so? Malochen. Malochen. Ja, wo sind wir hier? Bist du irgendwie verwirrt? Nein. Hast du einen Schlagsahnenanfall? Hä? Ich habe gesagt, dass ich den hier auch gerne, also hier den sehe. Jetzt fahren wir gerade zu dem anderen MC, wovon der gesprochen hat, der Typ. Wie hießen die Mochikos? Ist ein Mochito nicht so ein weibliches Getränk? Hier meinten die. Ja, wo sind die? Er hupt. Kollegen, seid ihr da oder was? Hier ist wahrscheinlich abgeschlossen. Da ist noch jemand. Oh, das sieht nicht gut aus. Guten Tag. Ja, wir haben mich besucht. Also die Kutte ist nicht. Die kannst du dann nicht tragen. Nee. Ja, wir fahren gerade rum, wir gucken gerade, weil der trinkt auch gerne Kutten. Nee, das stört mich nicht. Äh, an sich tatsächlich. Das hier wird legal aufgezogen. So lange ihr da mal keine Scheiße baut, gibt es nicht das. Komm mal her, lass ich auch mal drücken dafür. Da danke ich dir auf jeden Fall für. Jo. Also kann der die Kutte tragen, sagst du? Ja, ja, das ist kein Ding. Was habt ihr denn für eine Gerät Getränkchen hier? Äh, tatsächlich noch gar nichts. Der Laden ist noch nicht offen. Hast du nicht die Zapfe an alle angeschlossen? Nee. Wir sind noch mitten, das ist ewig viel Papierkram. Hast du auch noch keinen Kasten oder so in der Rückhand? Nein, leider nicht. Aber wir haben praktisch auf der anderen Straßenseite einen super Laden. Okay, aber das sah mir gerade nicht so legal aus, was du hier vorhattest mit deinen Wäschchen. Was ist denn los? Äh, wir wurden, ich wurde, wir wurden hier im Clubhouse heute besucht von, äh, den Geschwistern Sali. Hä? Wer sind denn die Geschwister Sali? Keine Ahnung, das ist irgendwie Familie Sali. Ja, das waren die Arabas, die wurden nicht angepunen. Ja, äh, genau. Äh, die haben einen, die haben einen Sergeant von mir aus Versehen mal, äh, verletzt. Das ist eine Sache, die wollte ich eigentlich friedlich klären. Die ziehen eine Waffe, halten die mir ins Gesicht. Ja. Weißt du was, wenn du mir ewig, wenn du mir ewig Freibier, Kipsnack, klär ich halt für dich? Äh, das hat sich geklärt. Soweit ich weiß. Also krieg ich jetzt mal ein Freibier. Guck mal, guck mal, so schnell bin ich. Äh, kann man bestimmt drüber reden, dass es öfter mal ein Freibier bei uns dann gibt, wenn der Laden offen ist. Ja, herrlich. Endlich mal eine Spritze hier. Und ihr seid, wenn ich fragen darf? Junkiepuck. Ich bin der Tatenreben. Ah. Okay, ja, ja. Nach dem ganzen Gebimmeln hier ist ja alles geklärt, wollten wir gucken wegen der Kutte. Ach so, ne, das stört mich nicht. Nicht, dass nochmal jemand kommt und sagt, ja, du, ne, der trägt unsere Kutte. Das ist, ganz ehrlich, ihr habt nicht die Patches drauf, die ich auf dem, drüber drauf hab. Endlich mal jemand. Das mache ich das nicht. Dankeschön. So, einfach ist das. Dafür muss ich nochmal drücken, Kollege. Ach was. Aber ganz fest, bitte, danke. Nein, ähm, ganz ehrlich, ich will, dass es hier einfach in Palito friedlich abläuft. Ich hab auf dieses ganze Strich ziehen, nö, unsere Kutte, mimimi, kein Bock drauf. Ach so, richtig so. Also ein paar Bierdicke von dir kann ich mir bestimmt dran machen oder so, ne? Das ist ein juter. Ein paar was? Aber zahle, du kannst mal deine Nummer hier lassen, falls die mal, falls mal jemand herkommt und du meint, einer hat von euren Männern Stress gemacht, dass die dich anrufen können und fragen können, ob du das machst. So, ich meine, ich kann euch einfach mal eine Nummer geben, dann passt das. Ja, dann gib doch mal deine Nummer hier, ey. Ich, 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 ich schreib erstmal Freibier. Freibier, dann schreib Colin dazu. Freibier. Colin mit K? Äh, C. C, Doppel, L. C, K, Doppel, L, O, N. C, K, Doppel, L, O, N. Ja, gut. Hauptsache Freibier, das reicht. Womit nacht er denn jetzt? Äh, 1, 7, 1. Ja, 1, 7, 1, ja. 6, 2, 2, 9. Hm, 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 hm. Ja, okay, aber ich klinge mal bei dich durch, ne? Wo ist das Freibier? Ich muss, warte, ich muss dich nochmal umbinden. Ich muss A, also Freibier, damit du ganz oben bist. Du musst Hashtag machen oder Sternchen. Ja, oder Sternchen. Ich bin schon, äh, mit Jeff getrutscht. Mit wem? Jeff. Jeff. Schoko gehört auch zu euch? Ja, ja, Schoko gehört zu uns. Also Schoko. Ja, 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 ja. Jeff arbeitet für Schoko. Ich glaub, ich hab mich verwehlt. Wer arbeitet für Schoko? Die Vorwehr musst du drin haben, ja. 1, 7, 1, 6, 2, 2, 6. Ne, 9. Was? Ach, 9, okay. Ja, irgendwie sowas meinte Jeff zu mir. Den hab ich heute aus der Patsche gezogen, nachdem er die Cops am Arsch hatte. Wer ist Jeff jetzt? Schoko, Schoko ist Jeff. Nicht wirklich einer von uns. Colin, bist du da? Ja. Ah, okay, gut. Okay, Schoko heißt auch Jeff. Du meinst aber nicht Schoko selber jetzt. Ne, 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 ne. Schoko heißt der auch Jeff? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn nur Jeff. Okay. Und den Spitznamen Schoko. Okay. Äh, wie kann ich dich speichern? Wen? Seine Nummer. Zahnriemen. Zahnriemen. Achso, Zahn. Ich hab nur durchgeklingelt bei dich. Ja. Zahnriemen. Schisi. Zahn wie der Riemen, nur ohne Zahn mit Zahn. Ja. So muss das. Und der guckt sich nicht verordnet. Okay, und was ist jetzt mit dem Jeff? Was soll mit dem sein? Ne, ne, keine Ahnung. Der meinte irgendwie, der quatscht mit Schoko, weil ich einfach keinen Bock hatte, dass hier auch auf uns geschossen wird, nur weil wir eine Kutte tragen. Bei uns ist auch zum Beispiel nicht permanente Kuttenpflicht, weil, keine Ahnung, in seiner Freizeit kann jeder machen, was er will. Aber was hat er mit uns zu tun jetzt? Nö, nichts. Einfach nur so. Nur damit es nicht auf meine Leute geschossen wird. Wahrscheinlich Dingsvorausplanung. So, weil der Zahnriemen jetzt die Kutte trägt, meinst du? Ne, wegen der ganzen Lost- und Devils-Geschichte, dem ganzen Hin und Her. Was man so hört. Wir dachten ja mit jedem Rucker-Club oder so. Ach so. Ne, ne, solange ihr euch da nicht einmüscht oder mit da an dem Gespräch teilgenommen habt, dann ist mir da egal. Und ich hab gehört, ihr wart doch nicht dabei, oder? Ne, ne. Wir waren da nicht mit dabei. Dann ist das kein Thema. Alles klar. Gut, 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 gut. Ja, dann wünsch ich dir aber noch was, ne? Ja, wir haben ab. Äh, rufst mich an, sobald du den Ruf hast, ne? Dann komm ich mal vorbei auf ein paar Bierchen. Alter, klär ich dir, ne? Mach'n gut. Drei Bier, geregelt. Aber nur, aber denk dran, Tyrese, nur Ramsdorfer-Kölsch. Was für ein Kölsch? Ramsdorfer. Pisswasser. Pisswasser. Okay. Damit du Bescheid weißt. Deine Schnurz rillt nur einmal so mit mir. Ich hab doch nur gesagt, du bist ein Bescheid weißt, weil ich bin ein ganz freundlicher Typ, du. Ich umarbe die Leute hier, ne? Mach'n auf Frieden. Zahnriemen, ist dein Moped noch hier oben, oder meinst du, ist das schon ne Verwahrstelle? Ich weiß ja, da könnten wir mal gucken. Hat dir mal noch was zu trinken bei? Ja. Kannst du rüber lupchen? Warte, wir müssen gerade fahren. Na, danke. Da läuft jemand. Was ist denn mit denen los? Die fangen ja auf der Achse, oder was? Naja, heute gibt es keine Geister mehr. Heute gibt es Heia-Boof. Nur was essen und wätscheln. Tut mir leid, die Dame, aber was draußen muss, muss raus. Was keine Miete zahlen, brauche ich nicht. Alles gut, alles gut. Bist du nun im Park? Äh, gleich wieder. Ich nehm gerade einen Laden hoch. Mit wem? Mit Beatty. Okay, dann muss gleich. Okay, bis gleich. Junge, dieser Beatty, ne? Ja. Der ist auch komplett durchgeknallt, ne? Wem sagst du das? Ich kenn den. Der ist gerade Milan Lagen hochnehmen. Der Typ lässt sich auch nicht lumpen. Ich trage Lumpen, ja, das weiß ich doch. Wenn du einen Leder lumpen trägst. Äh, Yoshimoto, danke schon für den Prime-Elf, denn uns Sentao, Sentao, Sarosold und Meret und Grimbert, Riku und alle anderen vielen lieben Dank, wenn ich das nicht vorgelesen hab. Aber trotzdem vielen lieben Dank für den Support. Ja, Hollywood gestern. Aber gestern zwei Runden haben wir die gezockt, aber war nicht so gut. Also die Map entsteht, ne, aber die Geister waren nicht so gut. Ja. Also kann ich mal wieder ins Yellow gehen und ein Bierchen trinken? Ja, bis Dienstag. Ah, ja, gut, okay. Bei den Lost Nord ist es länger geklärt. Ja, ja. Aber ist eigentlich alles geklärt bis jetzt, ja. Kannst, kannst du ein Bierchen trinken gehen, ja. Kannst den Connection Lost reinballern. Wir fehlen keine Connection, ich will nur Bier. Was ist Max noch nicht geklärt? Folder und Foldinainers, ne? Äh... Da, da, da ist mein Wuppet, da ist mein Wuppet. Schatz, ich komm. Schatz, ich komm. Ähm, warte, lass mich überlegen. Ne, Maxis auch noch nicht. Ach stimmt, Maxis, Foldinainers. Maxis, Foldinainers, Folders ist noch nicht geklärt. Der Red Devils MC hat gezahlt, der Lost MC hat gezahlt, der Lost Nord hat noch nicht alles gezahlt, aber kommt ja da. Ähm... Die Drips haben bezahlt. Ähm... Ja. Ne, die One-Niners. Aber das ist selb, dass der Typ gestorben ist? Ja, angeblich, ja. Aber die One-Niners müssen wir noch suchen. Wer zum Torfüßen von One-Niners? Die mit dem... Mit dem, äh... Mit... Wie heißt die da? Scatering-Wagen-Dingen gedürzt. Ah, von dem Frau Klunker. Von den Jules. Ja, genau, aber den Wagen haben wir ja schon, aber die war mit bei dem Treffen dabei, ne? Aber ist das nicht so eine Clique, so? Vier Leute nur? Keine Ahnung. Passiert mich nicht. Jeder, der versucht hat, gegen mich oder gegen uns irgendwas zu machen, da kriegt einer einen Dutz. Ganz einfach. Was machst du so hinterlistige Leute? Boah, ey. Der Typ killte mich heute, Alter. Was ist das? Boah, ey, ne. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Boah, nee, ehrlich, ey. Das ist so eine Florme, der Typ, ne? Und ich habe das letzte Mal schon bei Colis gesagt, ne? Als ich nicht im Park war. Da haben wir uns so drüber unterhalten. Jetzt stell dir mal vor, du bist abends, ihr beide seid unterwegs, ne? Und jetzt chillt irgendwo. Und dann kommen solche Leute da an, in Badehose mit Flip-Flops, im Unterhemd, mit einer Abruffrisur und klauen dir dein Handy und ziehen dich ab. Und das jedes Mal, wenn ihr dich seht. Jede verdammte Nacht. Das ist schon ein bisschen blamend. Da würde ich mich genauso aufregen. Was hat denn hier, ne Diesel oder was ist das? Ne Zerogas. Ja, ne Benzenna. Guck mal, ein Bizeps. Oha. Liegt voll im Trend. Krass, ne? Ja. Der hat geplagt bald. Muss nochmal größer kaufen. Da ist schon 5 Mike's da. Scheiße. Hast du vom Körbs in die Jacke? Ja, ja. Ja, schritte. Habt ihr meine Glase gefressen oder wo seid ihr? Wir tanken gerade. Ja, ja. Paul Ausrede doch. Sag mal, hast du da eine Flasche Pisswasser in der Hand gehabt mit dem Wheelie? Weißt du, was der gesagt hat? Habt ihr meine Gase gefressen oder was? Wo seid ihr? Das ist so fettig, ne? Hoch. Was passiert? Nichts. Alles gut. Lass ich drücken. Ja. Kannste direkt morgen reparieren gehen. Hilfe. Und? Und bist happy? Womit? Ja, dass du die Kunde einraben hast. Mach dir doch so einen besuffenen Adler hinten drauf. Ah, der trinkt doch nicht. Na klar trinkt der. Ah, der trinkt nicht. Ne? Nein, der nimmt Flüssigkeit in Form von Blut auf. Junge. Gefier auch mal wieder draußen. Und was haben die da oben gesagt? Schön, dass du deinen eigenen Bruder siehst. Was haben die da oben gesagt? Nichts, ist okay. Der Typ von dem Motorradclub, wo die Kunden trägt. Oh, BB. Ist jetzt mein Freibierkontakt? Er hat gesagt, dem ist das egal, weil der nicht seine Patches hat. War guter Mann. Ja. Und ich krieg da Freibier. Hör auf zu gehen. Wie lange sind BT und Mila schon weg? Die sind kurz die Kunde. Die sind 10,15 Minuten. Die sind Schubs machen. Jo, jo, so haben die. Kannst du mir mal kurz helfen? Basteln. Der BT wollte mir eigentlich helfen, aber den Schlafsack einmal hier so ein bisschen auszuschütteln. Der ist so ein bisschen steif, weißt du. Wo ist denn der? Hier vorne. Komm mit. Der BT hat sich geweigert. Ich weiß nicht, warum. Penn doch auf dem Klo. Da liegt eine Matratze. Penn auf dem Klo. Boah, geh schneller, Junge. Ich kann nicht schneller. Nein, kann nicht. Kann man dann so ein bisschen so auf meinen Rücken. Ich bin immer der Jüngste, du. Ich bin immer der Jüngste, du. Aber guck dich nicht um. Ich hab nie aufgeräumt, ne? Bruder, du hast die Hälfte von einer Gefängniszelle, Junge. Ist die größer? Na klar. Haben die da Mopeds im Knast? Mhm. Ja, wo ist denn der Scheiß? Ja, ja, ich muss hier aufschießen, du. Wie, du hast nur einen Schlüssel dafür? Ja, ich hab vorher geschlossen dran gemacht. Gute Abos vorher geschlossen. Was hieß der, das ist hier? Ah. Ja, warte mal. Ach, ich bin jetzt offen. Aber kommen Sie rein in die Jute, Bude. Das Magazin ist nur geliehen. Nicht anfassen. Ist ziemlich eng hier. Ich find's gemütlich. Ja. Nimm den Tempo, wenn du brauchst. Was soll ich mit dem Tempo, Junge? Okay, das ist... Basteln. Nase putzen und das andere. Jetzt pack einmal hier mit an hier unten. Ja, da. Einmal hoch und schleudern. Und schleudern. Ah. Ich hab, glaub ich, ich hab trocken den Sperr mit dem Rachen. Was ist das zu trockenen Sperr mit dem Rachen? Buh. Ich... Ich dachte, wir leg mich jetzt wieder hin, ne? Na, schlaf gut. Arschritte. Ja. Gute Nächle, ne? Oh rei. Ich bin wahnsinnig hier, Alter. Der Typ, ey. Ich geh ja. Der Typ, ey. Was siehst du denn aus? Das Geld schreibst du mir dann auf Rechnung, ne? Auf mein Geld, was du mir noch zahlen musst. Versteh ich nicht, Dicka. Hä? Das Geld, was wir gerade rausbekommen haben, du Schwanzlutscher. Ja, das hab ich dir doch gegeben schon. Hast du schon? Ja sicher. Du hast dir direkt inhaliert wieder. Danke. Okay, dann geh ich jetzt duschen und schaffen. Raupen. Raupen. Hau rein. Juni, du wolltest das noch klären mit diesem Auktion-Ding. Das Ding ist eigentlich schon geklärt. Wenn ich da was anbieten will, dann kann ich den was anbieten. Der soll alles abkaufen. Er kann nicht einfach alles abkaufen. Also, okay. Du musst dir das so vorstellen. Der weiß doch am Ende auch nicht, was dabei rauskommt, wenn der die Auktion, weißt du? Okay. Stell dir vor, er verkauft die für 200.000 Bounds ab, irgendwas, ne? Ja. Und dann kommt da eine Million bei rum für das eine Teil. Und dann? Dann beißt ihr den im Arsch. Ja, okay. Okay. No. Äh, ne, keine Geisterpommes mehr. Hayaboof. Erste in Hayaboof. Ist der Jonathan am streamen? Der Johnny? Hat der jetzt Streamchen an? Jetzt muss ich euch wieder zum Dexter schicken. Gräbsen? Papa ist zu Hause. Der hat Angst zum Meta. Die haben alle Angst zum Meta. Aber so ist das in den RP-Business. Ich bedanke mich recht herzlich für den Support, war sehr, sehr gut heute. Der Chat war auch sehr entspannt, das freut mich immer wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und danke nochmal. Ray, kommen wir zum Dexus, mal gucken, was der Bademeister da labert und so. Wir sehen uns morgen, schlaf gut und seid lieb, okay? Tschüss, tschuhus, sag du bloß und küsst mich. Tschüss, tschüss, tschüss Chat, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.